Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Und Sie sind Lehrer? Halbtags. Das ist schon einige Jahre her, dass wir das gehört haben im vierten Indiana Jones Kinofilm, der uns 2008 in den Kinos beglückte und nun ganze 15 Jahre später will Harrison Ford es noch einmal wissen. Indiana Jones und das Rad des Schicksals erscheint am 29. Juni auch in unseren Kinos. Er hatte schon Premiere bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes und da haben wir uns gedacht, warum blicken wir nicht einfach mal zurück auf diese wirklich legendäre Abenteuerfilmreihe mit Harrison Ford in der Rolle des Archäologen. Und das tue ich natürlich nicht alleine. Hallo, ich bin der Dom und ich habe auch eine Truppe von Tele-Stammtischlern zusammengetrommelt, die mit mir unter anderem auf die Suche gehen nach dem heiligen Gral der Popkultur, der das hier für manche ist. Da wäre zum einen der Lasse. Hör auf, mich Junior zu nennen. Ja, ich überleg's mir vielleicht im Laufe des Podcasts nochmal. Dann jemand, ja obwohl, ne Junior nenne ich dich nicht, weil du warst ja jetzt schon bei ein paar Besprechungen dabei, aber Lirum Larum, der David ist auch hier, hi. Hi, und ich trage nicht den Namen unseres Hundes. Das wollen wir mal sehen, wer weiß. Wer auch nicht den Namen eines Hundes trägt, ist last but not least der größte Star Wars Fan, der hier wahrscheinlich auch irgendwann an irgendeiner Stelle über Star Wars reden wird, der Till. Guten Abend. Hi. Ja, ich hätte gerne den Namen meines Hundes, sie heißt nämlich Emma. Oh, süß. Tja. Da könnte man sich sowas drauf einigen, ne? Oder? Ja, so, äh, Quatsch. Emma wie die Dampflok? Emma wie die Dampflok. Äh, wahrscheinlich, ja. Emma wie, äh, ja, bitte beliebige Namen einfinden. Emma wie die Zeitschrift. Ja, ja, genau. Oh, ja, genau. Ali Schwarzer bringen wir auch noch herein. Okay, äh, Themenwechsel. Indiana Jones, ähm, ist ja wirklich, wie ich schon sagte, eine legendäre Abenteuerreihe und die meisten kennen das ja auch so aus ihrer Kindheit. Also, äh, das kann ich schon mal sagen, wir, äh, werden tatsächlich in diesem Podcast über alle vier Filme sprechen. Ich bin mal gespannt, wie lange das wird und wie lange wir das durchhalten, äh, bis wir dann immer nicht mehr in ganzen Sätzen sprechen können, aber, äh, ganze Sätze konnten wir ja, äh, zumindest schon sprechen in unserer Kindheit, wo viele eben das Ganze, äh, zum ersten Mal erlebt haben. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir mal so reihum, wie wir denn überhaupt dazu gekommen sind und wie wir insgesamt auch zu dem, äh, Indie-Franchise in Anführungsstrichen stehen. Und ich würde sagen, wir fangen da mal mit David an. Bitteschön. Oh, ey. Ich bin zwar schon alt, aber ich hab, äh, zumindest in ersten Teilen nicht im Kino gesehen. Und anders als bei Star Wars weiß ich tatsächlich nicht, wann ich zum allerersten Mal die Indiana Jones Filme gesehen habe. Ich war aber, als ich sie entdeckt habe, ein sehr, 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 sehr großer Fan danach. Äh, ich glaube, ich hab Star Wars noch vor Indiana Jones entdeckt. Und durch Star Wars hatte ich ja dann Han Solo entdeckt und Han Solo dann Harrison Ford und so landete man dann bei Indiana Jones. Und ich hatte tatsächlich dann auch später alles, den Hut, die Peitsche und ich hatte zwar keine Lederjacke und ich bin in Bayern aufgewachsen und ich hatte Besuch von meinen Cousins und Cousinen aus England. Und wir waren dann im Schloss Neuschwanstein, da habe ich mir so ein Bayern-T-Shirt gekauft, also das sah aus wie so eine bayerische Flagge und als T-Shirt halt. Und dann habe ich mich den ganzen Sommer lang Bindi genannt, der Bavarian Indianer Jones und bin da durch das Schloss gerannt und durch ganz Bayern und mit der Peitsche und dem Hut. Ja, aber das klingt jetzt so, als wäre ich dann ein ganz junger Mensch gewesen, aber da war ich nicht mehr ganz so jung. Im Nachhinein ist mir das schon fast peinlich. Aber es war ein sehr, sehr schöner Sommer. Ja, und ich habe auch die Spiele dann natürlich, diese Adventure-Spiele dann durchgesuchtet. Die super sind, die richtig, richtig super sind, tatsächlich. Und ich verteile jedem Indie-Film alles. Also ich freue mich auch jetzt tatsächlich richtig auf den fünften Teil. Also endlich kommt er. Auch wenn ich skeptisch bin, aber... Ja, es gibt ja schon so vereinzelte Pressestimmen. Also ich hatte es ja schon erwähnt, der lief ja schon in Cannes und ja, da wurde zwar irgendwie betont, dass der mehrere Minuten Standing Ovations hatte, aber es wird halt immer so ein bisschen, also keine Ahnung, ob es da wirklich irgendwie eine Messlatte und eine Stoppuhr gibt, wenn die das sagen. Aber da wird dann halt immer gemeint so, ja, also so fünf Minuten ist halt eher so Anstandsklatschen, ne? Und da lief halt auch Killers of the Flower Moon. Ich glaube, der Applaus war dreimal so lang wie bei Indie 5. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich werde tatsächlich auch versuchen, den in der Pressevorführung zu erwischen. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Wer ihn wahrscheinlich eher dann nicht in der Pressevorführung sehen kann. Was war eigentlich schon mal in der Pressevorführung, Till? Wie ist es bei dir denn? Ich war schon in der Pressevorführung. Ich hatte ja mal bei einem alten Arbeitgeber, hatte ich ja mal einen Dienstwagen und dann bin ich zwei Stunden nach Hamburg hochgefahren und dann war ich zweimal, zweimal in der Pressevorführung. Aber nun, die tolle Stadt Hannover, die bei mir ganz in der Nähe ist, hat gar nichts. Okay, aber Indiana Jones habe ich, also auch nach Star Wars kennengelernt, aber ich war, glaube ich, acht. Da habe ich bei meinem Onkel übernachtet, der wohnt in Hannover, auch damals schon ohne Pressevorführung und habe einen legendären Filmtag hinter mich gebracht. Das war, das Imperium schlägt zurück, Star Wars Episode 5, Jurassic Park und Indiana Jones, der Tempel des Todes. Oh, wow. Ich saß halt da, ich habe das eingebrannt in mein Gehirn, diesen Tag. Das war so krass einfach. Ja, das glaube ich ja. Das war so unfassbar krass. Und tatsächlich, kein Scherz, ich habe Bandnudeln gegessen und ich schwöre euch, es ist nicht gelogen, ich habe das serviert bekommen von meinem Onkel vom Fernseher, als die scheiß Schlange aufgeschnitten wurde. Es ist kein Scherz. Super Timing. Und das war so prägend. Ja, das ist für mich die Eintrittspforte zu Indiana Jones. Und dann, ich kann nicht sagen, welche Teile ich danach als erstes geguckt habe. Die Reihenfolge ist ja tatsächlich auch relativ egal, abgesehen von Teil 4, wenn man, doch eigentlich ist auch das völlig egal. Ja, und dann Harrison Ford mit, klar, Han Solo für mich auch gewesen vorher schon. Ja, das ist halt, mit 8 ist das halt einfach nur geil. Und das ist jetzt immer noch nur geil. Und das zeigt, dass die Reihe doch vielleicht was richtig gemacht hat. Mhm. Und Lasse, wie sieht's bei dir aus? Äh, ich weiß auch nicht mehr leider, wie alt ich war. Vielleicht 11 oder 12 oder so. Oder vielleicht ein bisschen älter kann gut sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass mein Onkel mütterlicherseits, also halt der, ähm, der Mann, der Schwester meiner Mutter, der ist Riesenfan, allgemeiner Harrison Ford-Fan und so. Der hat uns so auf einige dieser Nerds sagen gebraucht, auch auf die X-Men zum Beispiel. Ähm, weiß ich noch. Aber, ähm, ich glaube, mit ihm hat das zu tun, dass wir irgendwann mal den ersten geschaut haben auf DVD. Und ich dachte, das wäre sowas ähnliches wie Zorro. Und im Prinzip ist es das ja auch. Aber ich dachte, es wäre halt etwas, was realistischer wäre. Und ich war total geschockt, als sie im Verlauf des Films plötzlich reden, oh, die Bundeslade. Und er dachte, was? Und ich hatte halt nicht damit gerechnet, dass es sozusagen ein Fantasy-Element gibt in diesem Film. Und fand das total interessant. Aber ich war entsprechend halt hier und dort verstört, aber ich war sehr unterhalten. Noch viel prägender, als eigentlich, was vor ein paar Jahren passiert ist. Nämlich, da haben wir meinem kleinsten Bruder, als er, glaube ich, ungefähr elf oder zwölf auch war, haben wir den ersten Teil gezeigt. Ähm, als, äh, der auf Amazon Prime war oder was auch immer. Und der ist halt einer, der super, also ich meine, das ist ein Kind von heute und der ist halt super kritisch, was ältere Filme angeht. Und man kann ja sagen halt, weil der ist ja immer noch halt wundervoll, aber der ist ja durchaus visuell hier und da vielleicht ein bisschen, naja, angestaubt. Und, ähm, wir dachten halt, aber wir setzen ihn mal davor, wir gucken ihn mit ihm zusammen. Und wir waren total überrascht, der klebte die ganze Zeit am Bildschirm mit den Augen. Und war gebannt und hat das verfolgt. Und da dachten wir, Spielberg, an diesem Beispiel weißt du, du hast einen zeitlosen Film gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich meine, ich habe ihn, ich habe jetzt auch nochmal einen Rewatch gemacht und, äh, äh, ich kann jetzt aber auch, äh, generell so an diese, äh, Kindheitserinnerung gar nicht mal so wirklich anschließen, beziehungsweise nicht mit meinen. Denn ich habe Indiana Jones relativ spät gesehen, also wirklich ziemlich spät. Ähm, dafür hat aber mein, äh, damaliger bester Kollege, äh, mir immer viel davon erzählt. Und er hat die auch sehr, sehr früh gesehen. Und da wundere ich mich jetzt eh schon, dass das so eine Kindheitserinnerung ist. Weil wenn du den ersten siehst und auch den zweiten, äh, und dann halt bemerkst, dass die eigentlich ab 16 sind beide, was auch nicht unberechtigt ist. Mittlerweile abends will. Ja, ja, obwohl, obwohl ich den zweiten, ehrlich gesagt, immer noch ab 16 finde. Ja, finde ich auch. Ähm, aber, äh, da kann man später nochmal drauf kommen. Also, Lerum Larum, ich habe sie relativ spät gesehen und tatsächlich auch nicht mal, auch nicht in der richtigen Reihenfolge, äh, da kann ich jetzt auch an Lasse anknüpfen, äh, bekannter von meinen Eltern ist, äh, riesiger Harrison Ford Fan und, äh, der hat, äh, da gab es damals noch VHS, also, so Bänder an, äh, äh, also Videokassetten für die Leute, die das nicht mehr kennen. So was gab es mal. Das musste man zurückspulen. Und es konnte auch kaputt gehen. Äh, wie alles andere. Die posies nicht, oder wie? Ja, die können auch kaputt gehen, aber auf eine andere Art und Weise. Ähm, der hatte mir irgendwann, glaube ich mal, eine Aufnahme, genau, der, der hatte mir eine Aufnahme überspielt, äh, nachts irgendwie von der ARD, wo irgendwie der letzte Kreuzzug lief. Und die war scheiße verrauscht. Da habe ich den dann zum ersten Mal geguckt. Und, ach ja, äh, ich, ich, irgendwie hat es mich damals nicht so gekriegt, wobei ich den Film an sich ganz nett fand, aber da war ich auch noch nicht so ganz so filmaffin. Und, ähm, dann hat mich die Reihe eine ganze Zeit lang unglaublich genervt, weil die, äh, über viele Jahre lang wirklich so, äh, das absolute, äh, Zweckentfremdungsopfer war von ProSiebenSat.1. Also, ungelogen, die Filme liefen wirklich alle drei Monate im Wechsel auf ProSieben oder auf Sat.1. Äh, mittlerweile sind sie jetzt zu Harry Potter, äh, äh, übergegangen damit. Das ist genauso furchtbar. Ich, ich mag das nicht, wenn das so, ja, wirklich schon aus, ausverkauft wird, bis es keiner mehr sehen kann. Ähm, und, äh, davon, davon, davon war ich genervt und, äh, vor allem fand ich es auch mal scheiße, dass ProSieben von Teil 1 eine Welt, Version ausgestrahlt hat, die, äh, im Bildformat total abgeschnitten war und auch richtig hässlich. Also, äh, zwar haben die eine ganze Zeit lang die alte Synchro da noch gezeigt, aber mittlerweile zeigen sie auch nur noch die neue, die ich leider ganz furchtbar finde von, äh, äh, Jäger des verlorenen Schatzes, aber da kommen wir im Verlauf noch zu. Aber ja, äh, dann hab ich die, ich glaub, ich hab mir die dann immer mal aufgenommen auf Sat.1 und dann immer die ganze Werbung raus und dann hat das gefunkt. Ich fand sie geil und am Ende hab ich mir kurz danach, äh, die, die, äh, Blu-Ray-Box zugelegt, weil ich mir dachte, irgendwann hab ich, hab ich einfach die Schnauze voll von diesen TV-Aufnahmen. Und ich wollte eben auch die alte Synchro haben, die man nicht mehr hören konnte auf ProSieben. Ähm, ja, und so bin ich dazugekommen. Und ich muss sagen, diese Filme sind bei mir gereift wie guter Wein mit jedem Jahr und, und jedem Mal, äh, die ich sie sehe, find ich sie immer noch einen Tacken besser. Und, äh, auch wenn ich einen ganz eindeutigen Favoriten habe, äh, ich mag die alle, äh, bis auf den vierten Teil. Aber da reden wir dann gesondert drüber, würd ich sagen. Meiner Meinung nach sind sie irgendwie so ein bisschen auch so ein Vorläufer von sowas wie Flote Karibik heutzutage. Ja, ja, total, ja. Das fällt auch auf. Viele Referenzen sind da, ja. Ja, und das Witzige ist ja eben auch, dass das ja aus einer Laune heraus entstand und auf etwas basiert, was ja vollkommen billig ist eigentlich. Also, diese, diese Filme entstanden ja aus der Liebe von George Lucas und Steven Spielberg zu diesen alten, äh, wirklich B- oder, oder C- oder was weiß ich Sachen, so irgendwelche Fernsehabenteuersachen, die liefen. Ja, das ist total billiges. Und die haben sich im Prinzip, und das ist so ganz ähnlich, wie es ja auch George Lucas bei Star Wars gemacht hat, überall so alles so rausgepickt, was sie mochten und das dann in einen Film gepackt. Ja. Und dann haben sie ja tatsächlich den, den Helden nach dem Hund von, ich glaube, George Lucas war das dann, äh, benannt. Ursprünglich hätte Indiana Smith heißen sollen, weil sie dann geändert haben. Ja, und das, das ist eben das Lustige, weil aus, aus heutiger Sicht, und das passiert ja mit allen von diesen Franchises, ganz egal, wie da die Motivation hinter war, dass Leute das viel zu ernst nehmen, ähm, heutzutage halt, sei es nur eine Fangemeinde oder was auch immer. Und das Ding ist, nein, aber es fing einfach nur an als eine, als eine B-Hommage. Im Prinzip hat Steven Spielberg gesagt, so ähnlich wie es Hitchcock auch bei Psycho gemacht hat, bei Psycho, was, wenn jemand richtig Gutes den Horrorfilm macht. Und, äh, in, in Steven Spielbergs, wie wäre es, wenn jemand halt, so jemand wie ich, so ein, so ein dämliches Abenteuerzeug macht. Und, ähm, und es entstand eben auch daraus, dass Spielberg gerne einen Bond-Film machen wollte, aber nicht durfte. Mhm. Weil die elitären Produzenten gesagt haben, nö, wir, da müssen irgendwelche alten Veteranen ran, die da mit der Reihe da, so sich da hochgearbeitet haben. Ähm, und deshalb hat das ja auch das Kino so im Sturm erobert, weil niemand im Mainstream mit so nem Tempo und so viel Einfallsreichtum, halt von wegen halt, wo es tonal an Bond erinnert durchaus. Mhm, im zweiten vor allem. Es ist so frisch, es ist so jung, es ist so wundervoll. Und das ist das Geile daran. Im, im Grunde genommen ein Spoof-Film, über 20er, 30er Jahre Filme, ne, nur halt nicht ganz superklamaukig, aber wenn man es mal so nehmen würde, es könnte auch ein Spoof-Film, sein, weil sie sich halt ihre liebsten Szenen aus den alten Filmen genommen haben und das in einen neuen Film getackert haben. Und, äh, also es ist quasi das Scary-Movie seiner Zeit. Ja. Okay. Ja, äh, insbesondere darauf, dass dann so mit jedem Teil doch ein bisschen der Humor noch, äh, weiter im Vordergrund steht, ne. Also, das ist ja das Schöne, die Filme, die nehmen sich ja nie wirklich zu ernst. Äh, auch wenn der zweite Teil dann, äh, dahingehend ein bisschen, ein bisschen aus der Art schlägt. Hm. Das Ganze ist ja, das, äh, muss man ja auch sagen, ist ja auch relativ so aus dem Zufall heraus entstanden, ne, zwischen George Lucas und, äh, Steven Spielberg. Ich weiß nicht, sonst lasse, berichtige mich da gerne. Es ist doch, glaub ich, so gewesen, dass damals hat ja keiner wirklich an den Erfolg von Star Wars geglaubt. Äh, äh, insbesondere, soweit ich weiß, auch George Lucas. Ja. Und deswegen hat er, statt so Premiere zu fahren, die, die Zeit lieber genutzt, um mit Spielberg auf Hawaii, äh, zusammen Urlaub zu machen. Genau. Ja, die waren auf Hawaii zusammen, genau, ja. Und da hatten sie dann die Idee für Indiana Jones, ne? Ja, das war so, glaub ich, der Spark tatsächlich, äh, wie das, wie das dann entstand, genau. Und dann halt, ja, und dann kam diese, diese Zusammenarbeit, äh, mit dem, mit dem ganzen Zeug. Und, äh, ja, John Williams wieder für die Musik und alles und so weiter und so fort. Und ja, eben, das, das ist das Geile, dass es eben aus dieser Liebe zu dem billigen Zeug, äh, entstand. Und genauso eben, ja, wie so ähnliches es ja auch bei Star Wars dann war. Durchaus, ja, aus heutiger Sicht dann zumindest eher, ne? Also, äh, damals war das natürlich, also, ich, ich glaube schon, dass das aus heutiger Sicht auch anders wahrscheinlich popkulturell empfunden wird mit, äh, Indiana Jones. Weil damals, ja, ich, ich weiß nicht, hab, würdet ihr meinen, dass das damals auch schon eher als trashy wahrgenommen wurde auf eine gewisse Art? Nein. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Dafür war der Action viel zu gut. Das hat einfach alles so überrollt. Ähm, genauso wie ja heutzutage irgendwie, der Weiße Hai ist ja ein B-Film, letztendlich. Aber eben halt super hochwertig produziert. Und damals war das ja wirklich das Nonplusultra. Und, äh, und die Leute standen Schlange und so weiter und so fort. Ich weiß nicht genau, wie die Kritiken waren. Aber ich glaube, das hat definitiv halt total dann eingeschlagen, wo dann halt bei Indiana Jones, oh mein Gott. Und ich meine, das ist eben das Ding, wo es dann irgendwie alles richtig macht, wenn du dann einen charismatischen Lied hast. Und du hast eine Story, die interessant ist. Und halt dieses Konzept und so weiter. Und es ist vor allem etwas, womit sich Leute schnell in irgendeiner Form identifizieren können. Wo es heißt, du hast ein Globetrotting Adventure, wo die halt, wie es jedenfalls, so sieht es jedenfalls aus, hat On Location, da was drehen. Eben exotischen Schauplätzen und so weiter. Und du hast Bösewichte, die du gut böse finden kannst, weil sie böse sind. Und, äh, all dieses Zeug. Und halt durchaus eben auch diese Elemente, die ja in Bond-Filmen zu finden sind. Aber hier war das eben mit so einem Werf. Und, äh, so, äh, so wundervoll halt irgendwie. Die, also so hatte man das einfach noch nicht gesehen zu der Zeit. Welchen, welchen Film hatte Spielberg direkt davor gemacht? Das weiß ich nämlich nicht. Hm, es könnte Unheimliche Begegnung der dritten Art gewesen. Ah ja, das ergibt Sinn. Nee, 1941, er hatte ja gerade diesen Flop. Ach, der ist ja total vergessen, dabei ist ja gar nicht mal so scheiße. Und deswegen wollte das Studio eigentlich auch gar nicht, also Paramount wollte nicht, dass Steven Spielberg Regie führt, weil eben 1941 so gefloppt war. Und er ja ständig den Drehplan immer überzogen hat, en masse auch das Budget. Und George Lucas hat sich aber nicht davon abbringen lassen, hat gesagt, ich bring den Jungen unter Kontrolle. Und Steven Spielberg hat sich auch tatsächlich über diese zweite Chance quasi gefreut und hat ja dann bewiesen, dass er es kann mit Organisation und Drehplan einhalten, Budget einhalten. Und seitdem hat er es wohl auch nicht mehr gerissen. Also das war nochmal so, nochmal so die Lehrjahre. Guck an, war lustig, weil da kommen ja auch Nazis vor in 1941. Und das Geile ist, das Lustige ist, ursprünglich wollte er diesen Gag, wenn der, wenn der Henchman da reinkommt und du denkst, oh, er holt ein Folterwerkzeug raus und dann ist es nur ein Kleiderbügel. Ursprünglich wollte er den Gag schon benutzen. Ich liebe diese Szene. Ursprünglich wollte er den Gag tatsächlich schon benutzen bei 1941. Und dann ist es irgendwie rausgefallen. Und dann hat er gesagt, ach, da benutze ich es hier. Ja, das ist doch clever. Das ist so eine geile Szene, wirklich. Die ist dermaßen cool. Aber ich glaube, das ist auch, glaube ich, ein schönes Stichwort, dass wir in den ersten Film dann hineinspringen. Also Jäger des verlorenen Schatzes von 1981. Man kann das echt kaum glauben, wenn man an diesen Film sieht irgendwie. Ich meine, ja klar, jetzt irgendwie in HD restauriert und 4K, was weiß ich. Aber seriously, dass der 40 Jahre alt ist? Ja. Das kann man echt nicht glauben, wenn man den anmacht, oder? Ja, und das ist eben eine halt, ja, du siehst halt, das ist ein älterer Film. Aber du hast halt nicht viele Elemente, wo du denkst, oh ja, das ist irgendwie veraltet von der Tricktechnik her. Also weil eben es sehr sparsam eingesetzt wird und eben sehr, sehr viel praktischer ist. Das ist eben das Geile daran. Und vor allem, weil da kann ich auch direkt so eine gewisse Trivia sagen, weil einer der Männer, die ihn dort begleiten in die Höhle am Anfang des Films, ist ja heute gefeierter Schauspieler Alfred Molina. Ich weiß nicht genau, welche Nationalität er hier spielt. Das ist ein bisschen komisch. Ich glaube, es ist im Prinzip Brownface, könnte man sagen. Ja, es ist eigentlich fast ein Äquivalent zu einem Star Trek Red Shirt, nur dass er ja irgendwie zwei Sätze sagen darf. Aber was da, was da angeht, sein allererster Drehtag überhaupt als Schauspieler, ich glaube, das war wirklich seine erste richtige Rolle. Und sein allererster Drehtag war der, wo die Spinnen auf ihm sitzen. Geil. Ja, das genießt ja Spielberg durchaus. Also das hat schon, also es ist mir jetzt auch nochmal im Rewatch aufgefallen, der ganzen Reihe, dass da wirklich schon so Szenen drin sind, wo du dir denkst, oh, er hat sich echt inspirieren lassen von dem, was Hitchcock mit Tippi Hedren bei die Vögel gemacht hat wahrscheinlich. Das Geile ist, es beginnt ja auch irgendwie wie ein Bond-Film, wo es dann halt mit einem Abenteuer, was nicht super eine Verbindung hat zur Haupthandlung. Also wirklich, es ist halt wirklich Steven Spielbergs Version von einem Bond-Film, halt das, was er ja auch dann irgendwie beabsichtigt hatte. Und es ist eine der geilsten Protagonisten-Reveal-Szenen überhaupt. Ja, absolut geil. Also jedes Mal, wenn ich das, also ich muss sagen, diesen Anfang liebe ich mit jedem Mal mehr. Ja, das ist einfach so grandios, äh, wie, wie, äh, ja, er den Minuten lang erstmal gar nicht sprechen lässt oder gar nicht wirklich zeigt. Und, aber durch das, was wir so mitbekommen und was generell sich auf dem Bildschirm abspielt, dass das schon einfach so viel über ihn als Figur aussagt, ne? Ja, total. Vor allem, man merkt, dass die beiden sich wirklich Gedanken gemacht haben um diese Figur und sich schon überlegt haben, okay, wir brauchen die und die und die und die Trademarks. Mhm. Und die wussten, also es ist, man hat das Gefühl, die wussten, dass das Ding eine Ikone wird. Also so, so kommt es rüber. So wie sie es, wie sie es inszenieren. Das ist, die, die, die Peitsche, der Hut, er ist natürlich der Schatten. Ja. Das ist einfach richtig, richtig cool gemacht. Und ich hab, ähm, heute bei der Arbeit, ähm, Golden Eye angemacht. Also ich arbeite, ich arbeite mit Menschen zusammen, ne? Nicht in einem Bond-Museum. Mit diversen, mit diversen Beeinträchtigungen. Deswegen laufen da natürlich, wenn ich im Dienst bin, auch gewisse Filme. Und da lief Golden Eye. Und da sieht man ja Pierce Brosnan auch ganz lange nicht. Und der Reveal ist, wie er kopfüber in einem Klo hängt und einen Russen umhaut. Und das wird mit einem Gag aufgelöst. Das ist total scheiße gewesen. Und das haben die halt hier total gut hinbekommen. Weil es macht es bei Bond total lächerlich. Und bei Indy, der wird als erstes als richtiger Badass gezeigt. Später ja grandios die Säufnungszene parodiert in Weird Aljankovics UHF. Ja. Boah, ich liebe diesen Film. Welche, die Säufnungszene haben wir auch gesehen in der, in der Filmschule, fällt mir ein. Ja, aber das mit ikonisch, das ist super angesprochen. Denn das sieht man am ehesten bei der Stelle, wo sie die Ausgrabung machen. Und man sieht seine Silhouette vor dem Abendhimmel. Wie er da steht zwischen den Arbeitern. Und da ist es, das ist der Punkt, wo du dann wirklich merkst, die wissen, die haben was Besonderes hier geschaffen, die beiden. Oder die drei, halt weil Harrison Ford ist ja maßgeblich beteiligt gewesen natürlich durch. Ja, sollte man nicht unterschätzen. Ich meine, das ist auch nochmal ein Hinblick auf Ikone einfach so eine Sache. Weil schon in dieser Öffnungssequenz, wie gesagt, die Präsenz von Harrison Ford ist einfach direkt da. Und auch wenn man da jetzt in die Wachschale werfen könnte, ja, es ist jetzt nicht so viel, was ihn von seinem Han Solo unterscheidet. Das macht überhaupt nichts aus. Und man kann sich halt wirklich überhaupt nicht vorstellen, dass er ursprünglich, das ist ja auch allgemein bekannt, dass Tom Selleck eigentlich diese Rolle spielen sollte. Ja, der hat den Vertrag auch schon gehabt quasi. Ja, genau. Oder fast in der Tasche. Hast du denn, David, vielleicht mal zu dir. Du meintest ja, dass du den, doch, du hattest du jetzt gesagt, du hast ihn relativ früh oder spät gesehen. Du hast ihn früh gesehen, ne? Nee, das weiß ich halt nicht mehr. Also ich habe schließlich schon sehr früh in meiner Kindheit gesehen. Ja. Ich habe mir nur jetzt immer gedacht, in Anbetracht dessen, dass die ja wohl wussten, dass sie drei Filme machen werden, wie die heute an so eine Sache rangehen würden. Wir hätten so eine monsterlange wahrscheinlich Origin-Story irgendwie gekriegt. Ja. Und das hast du ja hier gar nicht. Ne, gibt's als Serie. Und das beeindruckt mich bei dem Film auch immer. Genau, da gab dann die Serie später. Aber die ist eher Schulfernsehen, die kommt auch zu Disney Plus jetzt her, ja. Da bin ich echt gespannt. Also ich habe die Serie damals, habe ich nicht komplett geguckt. Erst die Part, wo er älter war, die Kindsachen, die haben mich nicht so interessiert. Aber nochmal zum Film. Aber so würden die das heute machen, wenn ich an die ganzen Marvel-Sachen jetzt so denke. Man hat immer erstmal die Origin-Story, wie wird er zum Helden und zum Archaeologen oder keine Ahnung. Und das hat man ja nicht. Man kriegt ihn einfach vorgesetzt so ein bisschen. Er kriegt seine Superkräfte quasi direkt in den ersten fünf Minuten präsentiert. Und man weiß, womit man es zu tun hat, wie das Setting ist, was uns noch erwarten wird, die restlichen anderthalb Stunden. Und das macht den Film einfach so grandios auch. Ja, du brauchst nicht viel. Erstmal merkst du halt, ey cool, toller Abenteurer-Typ. Und dann kriegst du nach und nach so ein bisschen mehr nachgereicht. Einfach ganz natürlich im Verlauf des Films, wo du dann siehst, oh, das hier ist sein Dayjob als Lehrer. Und du kriegst auch so ein bisschen sein Image mit. Wo dann, okay, gut, da gibt es auch einige, die auf ihn stehen und so weiter. Und halt seine Attitüde dazu, halt was für einen Umgang er sonst hat mit anderen Leuten. Und was er dann eigentlich macht. Oh, übrigens hier, ich habe dieses neue Stück und das kann ins Museum oder wie auch immer. Und damit verdiene ich mein Geld. Und das, ja, das kriegen die da alles sehr schön organisch mit. Und ich bin auch so ein guter Bestandteil davon ist, eben bei diesen Globetrotting-Sachen. Wie er zum Beispiel dann halt später in Kairo, ist das doch, oder? Wo sie dann die Ausgaben machen. Und wo er dann halt in Kairo ist und du weißt halt, du bist, er ist nicht von da, aber er hat eine gewisse Beziehung zu diesem Ort. Was man halt daran merkt, wie er mit den Leuten redet, wie er da in einer Bar sitzt und so weiter und so fort. Und dadurch hast du eben auch so ein gewisses World-Character-Building sozusagen. Wo du dann halt merkst, oh, hier findet er sich zurecht und das hier ist eher so Alltag für ihn oder das kennt er auf jeden Fall. Und das hier ist aber so ein bisschen neuer oder wie auch immer. Und eben auch seine Attitüde dann zu den übernatürlichen Sachen, die dann passieren. Wo man dann merkt, okay, das wächst ihm ein bisschen über den Kopf. Aber er versucht trotzdem sein Bestes. Es ist einfach, also du sprichst ja schon an, es fühlt sich einfach auch sehr organisch an, wenn er da irgendwie dann, also eben nach Kairo kommt und damit hier Salah interagiert. Die müssen da jetzt nicht irgendwie tausend Schwangs aus ihrer Vergangenheit erzählen, damit du kapierst, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit haben. Sondern das ist halt irgendwie einfach da. Das ist auch, glaube ich, so das Stichwort für den ersten Teil. Es ist alles so irgendwie plötzlich da. Der Film, du hast diese Überleitung von dem Paramount-Logo zu diesem Berg, was halt grandios schon ist. Und dann kommt seine Silhouette ins Bild und bam, ne? So was würde man heute nicht mehr machen, glaube ich. Und wie er eben zurechtkommt mit den ganzen Abenteuersachen und dass er eben schlau ist und die fallen. Und wie wir dann halt, wie wir dann einmal sehen, okay, hier ist ein Frühere reingelaufen und dann sehen wir noch, wie jemand dann Frisches reingelaufen ist und so. Also es ist alles ganz wunderbar. Und dann sieht man halt, dass er auch Rivalen hat. Und eben auch dann wie sein, ja quasi Love Interest ja dann vorgestellt wird. Dann merkt man halt auch, die haben eine Geschichte zusammen. Und das ist jetzt nicht halt ein riesen Exposition-Monster so gesehen. Aber wir kriegen ein bisschen Exposition. Aber es ist halt trotzdem dann, hey Mensch, ja, die haben eine Geschichte zusammen, halt durch ihren Vater etc. Und das wirkt alle, ja, wie du auch gesagt hast, es wirkt super organisch, man kommt gut mit. Und eben das ist das Tolle, wenn du halt wirklich merkst, da passiert was zwischen den Charakteren, weil du sehr, sehr gute Schauspieler und Schauspielerinnen gewählt hast. Aber auch, weil eben das Drehbuch gut genug ist, dass sie die richtigen Worte finden und du gut mitkommst. Was ich super gerne mag, ist dieses, er ist im Endeffekt, ist er mit dem, was er macht und was er kann, ist er im Endeffekt ein Superheld. Ja, ja. Und die wird ja auch relativ, die wird ja, stimmt, die wird ja eingeführt, bevor man überhaupt sein Gesicht sieht. Und das ist aber auch schon, hatte ich ja schon gemeint, dass bevor dieser Charakter überhaupt ein Wort sagt, erfahren wir einfach schon so viel und auch, dass er, also er ist natürlich eben ein Sympathieträger, aber auf der anderen Seite merkst du auch, dass der durchaus auch bereit ist, ja weiß ich nicht, gewisse Opfer oder gewisse Sachen in Kauf zu nehmen. Und eben auch bezeichnet ist, am Anfang des Films versagt er, er lässt sich das Schmuckstück wegnehmen, wo man dann eben auch eine Schwäche gleich sieht und auch dann gleich eine weitere Schwäche vorgestellt wird, seine Angst vor Schlangen. Auf eine ganz wunderbare Weise, was dann später in der Handlung zurückkommt. Das ist so wundervoll, wenn man Setup und Payoff befolgt auf diese Weise. Ja und sie führen ja auch schon relativ am Anfang hier Belog ein, was ich, das ist mir jetzt beim so und so vierten Mal jetzt wirklich mal aufgefallen, dass es doch sehr viele Parallelen zwischen ihm und Belog gibt und dass Belog eigentlich so ein bisschen, also klar ist irgendwie als die klassische Nemesis angelehnt, aber es gibt wirklich viele Stellen, wo die auch parallelisiert werden so ein bisschen und deshalb ist das auch sehr, sehr klug, ihn so früh einzuführen. Also da hat es ja schon gemeint, dass das eigentlich wie bei einem Bond-Film ist, dass dieses, dieser Prolog eigentlich keine Rolle spielt, aber es wird ja trotzdem Belog eingeführt und das Verhältnis auch zwischen ihnen, ne? Das fand ich auch sehr, sehr gut. Und vor allem ist Belog jetzt auch nicht irgendwie so ein Dummi oder sowas, sondern er ist ja schon irgendwie ebenbürtig, er verfolgt halt nur einfach ein anderes Ziel oder hat andere Interessen einfach, was den Outcome angeht. Aber es wirkte nie so wie, oh, da ist einer, der einfach die Weltherrschaft an sich reißen will und komplett dumm ist und sich doof anstellt oder sowas, sondern man nimmt ihn das tatsächlich auch so, also der ist ja dann später eh zwiegespalten so ein bisschen, wenn er ja dann auch mit Mary, wenn er sie ja immer fordert und ja schon so ein bisschen Angst hat, dass ihr was zustoßen könnte, weil er wohl auch ein Auge auf sie geworfen hat. Oh ja, wo er einen Softspot hat für das Mädchen. Das ist ein, das sind sehr menschliche Momente bei ihm, aber man merkt eben auch, er ist einer, der sich nicht wirklich selbst die Hände schmutzig macht, der lässt die anderen ackern und er ist so der Schemer. Ja, ja, genau, das ist so ein bisschen das, was ihn, was ihn dann doch unterscheidet, ja. Ja, wo dann halt Harrison Ford ist mehr so der Mitanpacker dann. Genau, und man hat im Endeffekt in den ersten Minuten, du hast alles, im Endeffekt ist das ein, okay, am Ende verliert Indie, aber im Endeffekt ist das ein Indie-Kurzfilm und dann weißt du alles, du weißt, wie Teil 2 wird, Teil 3 wird und vielleicht Teil 4 wird und hoffentlich Teil 5 wird, weil genau das ist das, er kommt, er kämpft, er hat Pfeilen, er hat jemanden, der ihn betrügt, dann läuft er wieder weg und dann kommt der Schurke und ja, ja. Das ist ein perfektes Setup für eine Cartoon-Serie im Prinzip. Ja, richtig. Und dann belauft irgendwie, I'll get you next time, Dr. Jones. Ja. Ja, da merkst du auch so ein bisschen so leichte Trashy oder Campy-Wurzeln irgendwie da, ne, also was sie sich da eben so als Vorbild genommen hatten, das ist ja dann auch eine Parallele zu Star Wars, wo du halt ganz genau auch merkst, dass George Lucas irgendwie stark geprägt wurde von Buck Rogers oder Flash Gordon, ne. Ja, ja, natürlich, ja und das ist doch cool, ey, wenn die sich, die gucken sich an, was fanden wir früher cool und ich möchte das auch machen. Und dann, ja gut, die beiden haben halt ein gewisses Händchen, ne, gerade Spielberg, ein gewisses Händchen für Geschichten und Regie. Und dass die beiden da zusammengekommen sind, ist einfach wirklich ein richtiger, ein richtiger Knüller. Ja, auch wenn George Lucas manchmal vielleicht nicht die besten Ideen hat, aber dafür ist es, wie wirkt ja da, das ist dann alles zu plass. Absolut, da kann ich vielleicht zum dritten Teil noch was erzählen später. Und beim vierten auf jeden Fall, ja. Ejeje. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was Till gerade angemerkt hat, dass das halt ist wie so ein Indie-Film oder Indie-Kurzfilm, diese Einführung. Da spricht er dann auch ein bisschen dafür, also auch wieder in Hinblick auf so, sag ich jetzt mal, Abenteuer-Groschen-Roman-Geschichten, die man so im Fernsehen auch hatte. Also, theoretisch kann man sich ja wirklich jeden Teil ansehen, ohne, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, die Folge, also um jetzt bei dem Fernsehbild zu bleiben, die andere gesehen zu haben. Ja. Und diese Intro-Sequenzen, die sind eigentlich praktisch wie die Vorspänne von so alten Abenteuerserien, wenn es so will. Ja, das ist wieder, sind wir wieder bei Bond auch im Endeffekt, ne? Ja, ja. Das, 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 das Kurzabenteuer vorher und du kannst jeden Teil, du selbst, also du kannst selbst die Daniel-Craig-Filme kannst du unabhängig voneinander gucken, weil es einfach, weil es einfach, wenn es, wenn man nicht gerade Teil, Teil 2 oder Teil, warte. Nee, nee, die sind leider schon voneinander abhängig halt. Nee, nee, man kann die, man kann die gut gucken, weil es einfach, wenn es, wenn man die guten Filme erwischt, auch einfach gute Action-Filme sind, aber Craig ist ein bisschen ausgeklammert, aber man, einschalten und gut ist, ne? Das hat immer geklappt bei James Bond. Ja, das waren jedenfalls die James-Bond-Sachen früher so gesehen halt. Ich hoffe, die machen vielleicht mal weiter mit Disconnected-Stories, mit dem, was auch immer sie da neu machen. Ich glaube nicht. Das hoffe ich ganz ehrlich, wir brauchen halt mehr Sachen von dieser Art, wo man die einfach dann mal, hey Mensch, da ist ein neuer von dem oder dem Franchise und dann guckt man den einfach und man ist nicht verloren. Halt, ich vermisse das. Ja, in Zeiten von Marvel ist sowas wahrscheinlich erst mal. Man muss immer ein Universe, immer direkt haben. Ja, und das plant sie ja bei Bond jetzt irgendwie auch. Ich meine, Bond ist ja jetzt eben halb so im Besitz von Amazon und die haben ja schon irgendwie davon gesprochen, dass sie da jetzt irgendwie Universum raus machen wollen. Aber das führt jetzt zu weit. Wer weiß, vielleicht macht ja Disney aus Indie auch noch ein Universum, wenn Harrison Ford sich komplett digitalisieren lässt. Wer weiß, wer weiß. Apropos Universum, denn ich liebe es, wie die Bundeslade eingeführt wird. Oh ja, 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 ja. Wenn dann die Leute kommen und sagen, ey, die Nazis machen da Ausgrabungen. Der eine übrigens gespielt von Porkins aus Star Wars, welcher sowieso auch in anderen Sachen hier und dort auftauchte. Der ist auch in Superman 4, fällt mir gerade ein. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, aber die, wie sie halt eben dann, und das war halt der Punkt, wo ich als Kind dachte, wat? Wat? Bundes, wat? Und wie sie eben dann darüber sprechen und dann eine Zeichnung davon zeigen und es ist so ominös und dieses grandiose Thema. Und es ist so, so genial, wo du halt sofort merkst, hier ist eine Bedrohung. Und das ist dann auch später ja, wenn sie den Typ fragen, hey, was steht hier auf dem Ding? Und dann liest er das vor und dann kommt der Wind und bläst durch den Raum. Und es ist ein wundervoller Stimmungssetzer und Allgemeinheit, weil Spielberg hat so, und das war in der Phase, wo Spielberg hat wirklich irgendwie sehr manipulativ, aber auch geil mit Beleuchtung war. Wo man dann halt immer so, dass die Beleuchtung hat, es ist nicht realistisch, aber es ist immer, der Fokus ist immer richtig und alles wird richtig geil dramatisch betont. Und ja, und dann ist ja dann, wird dann das Love Interest eingeführt, Marian Raven wurde auch ein Meganame, geiler, geiler Name. Und wo man eben auch sieht ja, sie ist tough, halt sie ist nicht irgendwie der Damsel in das Schwertz die ganze Zeit, sondern sie ist halt auch definitiv eine, die sich halt zu wehren wissen kann. Sie hat ihre Wits. Und sie wird auch toll eingeführt. Ja, das ist eine grandiose Szene. Sie wird echt toll eingeführt, auch wieder viel, sagt wieder viel über sie als Figur aus, diese Szene. Und die findet dann ja auch nochmal einen Circle irgendwie innerhalb der Handlung, damit belockt diese Szene, die ich auch klasse finde einfach. So toll, ja und vor allem halt dieses ganze Ding, dieses ganze Wettringen, alles ein Shot. Ja, ja. Was auch beeindruckend ist und was man wirklich beim Schauen nicht wirklich mitkriegt, weil ja mehrere Einstellungen da drin begraben sind im Prinzip. Man hat so den Master Shot, der so langsam reingeht, dann hat man halt den Insert Shot von den Gläsern und man hat die beiden Singles, halt von den beiden, die sich halt gegenüber sitzen. Und das ist so fließend. Und das Speedbook ist allgemein super gut darin. Und das ist halt richtig geil. Und ich habe mal ein Video darüber gesehen und da hat der Typ argumentiert, wahrscheinlich hat das eine ganze Menge Zeit am Set gespart, die Entscheidung, die Szene so zu drehen. Um aber nochmal kurz zu meinem Ausgangsgedanken mit dem Indie-Kurzfilm zurückzukommen. Also klar, das erleichtert den Einstieg, aber was Till jetzt gerade meinte, man hat jetzt zum Beispiel die Intro-Szene vom ersten Teil und man weiß, die Figur wird eigentlich so bleiben und sich auch nicht großartig weiterentwickeln. Normalerweise sagt man ja eigentlich, ich meine klar, eine flache Charakter-Ark kann auch funktionieren, das tut sie hier ja auch. Obwohl, ja, es ist die Frage, würdet ihr sagen, Indiana Jones entwickelt sich in den Filmen? Nö. Ich finde das auch nicht nötig, weil die Zeitspanne, die der Film abdeckt, ja sehr gering ist. Was soll er sich in den paar Tagen da entwickeln? Das ist das, was sich entwickelt, was sich höchstens entwickelt bei ihm, ist halt seine Beziehung zu entweder Charakteren oder zu Dingen. Und in diesem Fall ist es seine Beziehung zu dem übernatürlichen Zeug, dem er begegnet. Das wollte ich nämlich anmerken, weil er wird ja eigentlich als relativ geerdeter Typ irgendwie auch verkauft. Als ein Mann der Wissenschaft auch. Genau, Mann der Wissenschaft, Mann der Tat irgendwo auch. Das versuchen sie ja auch so ein bisschen auf einen Nenner zu kriegen. Das sind ja auch letzten Endes so zwei Seiten. Das hat auch einen gewissen leichten Batman-Vibe manchmal. Auch wenn es natürlich jetzt nicht so krass ist, aber deshalb ja auch meine Einführung Lehrer halbtags. Naja, genau. Also das sehe ich auch so, dass du eigentlich diesen relativ gefestigten, sag mal Akademiker hast. Jetzt, wo ich ihn auch nochmal gesehen habe, ist mir auch mal aufgefallen, wie sehr zum Beispiel auch hier Dan Brown mit Robert Langdon davon beeinflusst ist beispielsweise. Hier Da Vinci Code. Habe ich sogar mal in der Filmkritik gesehen, wo irgendjemand gesagt hat, ja, he is a discount Indiana Jones, isn't he? Ja, ohne Peitsche, nur mit Mickey Mouse Uhr. Einfach nur rumrennen und dabei Infos über irgendwelche Gemälde von sich geben. Ja, so die Bibliotheken-Variante so ein bisschen von Indie. Oh ja, ja, das ist im Prinzip stuck-up academic type und durchaus inspiriert davon, ja. Ja, eindeutig. Aber es ist halt, wie gesagt, ein gefestigter Akademiker, der mit übernatürlichem Zeugs konfrontiert wird, der auch manchmal so ein bisschen, also vor allem im dritten Teil ist das sehr auffällig. Also da würde ich sagen, macht er schon eine Entwicklung durch, was so den Glauben angeht. Da kommen wir ja vielleicht dann im Verlauf dann nochmal zu kommen beim Teil rein. Weil er muss nicht irgendwie mutiger werden oder zugänglicher oder sonst was. Weil man merkt, er hat ein Herz, er hat ordentlich Mut und so weiter und so fort und alles, alles drum und dran. Das Lustige ist, erinnert mich jetzt im Rückblick, ich hab vor kurzem, war ich zu Gast bei Reviewed Yourself und wir haben über Sleepy Hollow gesprochen, den Tim Burton-Film. Und das Lustige ist, dass ich da auch anmerke, dass ich diese Art von Geschichten mag, wo im Prinzip, und das ist eben Sleepy Hollow auch halt, wo es um einen Typ geht, der super geerdet ist im Realismus. Und ich glaube an die Logik und das, was ich sehe und so weiter und so fort. Und dann wird er mit etwas konfrontiert, was er zuerst nicht versteht und was ihm Angst macht. Aber dann übersteht er diese Dinge und er kämpft so gut er kann und kommt siegreich hervor. Und ich liebe solche Geschichten und das hat Indiana Jones halt durchaus auch ein bisschen. Ja, es steckt auf jeden Fall mit drin irgendwo. Also das ist so eigentlich, weil ich hab mich schon so ein bisschen gefragt, warum man diese Figur trotzdem interessant findet. Also es ist natürlich irgendwie eine Ikone. Es ist die Frage, ob man das jetzt überhaupt wirklich als, also klar als Figur schon, aber ob man Indiana Jones auch wirklich als Charakter bezeichnen kann. Weil charakteristisch, wortwörtlich für Charaktere, ist ja irgendwie eine gewisse Entwicklung. Und die, würde ich sagen, hat man nicht in allen Filmen, aber es gibt sie. Also ich verknüpfe die Figur halt stark mit Harrison Ford. Und man hat ja dann die Star Wars Filme gesehen, wo ja Han Solo ist. Das heißt, man hat von Harrison, also und er spielt ja noch mal Han Solo im Grunde genommen. Ja, ja. Und insofern hat man sich eben darauf gefreut, genau diesen Charakter, den man vielleicht aus Star Wars schon kannte. Und wir haben das ja wahrscheinlich ja mit Abstand gesehen. Das heißt, wir kannten die Star Wars Filme schon, wir kannten dann irgendwie die Indiana Jones Filme schon. Und hatten eine gewisse Erwartung an den Schauspieler, die uns gerade präsentiert wird. Und da hat man keine große charakterliche Weiterentwicklung erwünscht, erhofft. Man wollte einfach nochmal Han Solo sehen in einem anderen Setting. Richtig, so wie die Filme aufgebaut sind, dann braucht man das auch nicht. Also ich würde das jetzt auch nicht irgendwie, also auf gar keinen Fall irgendwie negativ anstreiten. Nein, nein, das nicht. Das Ding ist, du hast Indiana Jones und du hast Han Solo. Und im Endeffekt ist ja, wie eben schon gesagt, Indiana Jones ist einfach nur Han Solo mit Peitsche. Aber für mich sind das zwei komplett, also die sind komplett voneinander getrennt. Es ist nicht so, wenn ich Daniel Radcliffe sehe, sage ich, ja, ja, das ist ja Harry Potter. Sondern das sind zwei eigene Personen. Für mich ist das nie so, okay, ich sehe jetzt Han Solo oder ich sehe jetzt Indiana Jones. Und das ist halt so krass, weil er zwei so ikonische Charaktere erschaffen hat. Also das ist völlig verrückt. Das ist schon der Hammer. Also sie haben halt eine Verbindung in dem Sinne, dass wir beide was mit George Lucas zu tun haben. Und dann auch noch so zeitnah zueinander. Ja, dass er zeitnah in zwei parallelen Franchises sowas hingekriegt hat. Das kriegt nicht viel hin. Und das ist echt beeindruckend. Vor allem im Hinblick auf Star Wars hätte man ja sogar denken können, wenn du jetzt überlegst, Empire Strikes Back ist von 1980, der hier von 81. Das heißt extrem zeitnah. Und man muss ja sagen, bei Empire Strikes Back sah es ja eine ganze Zeit lang so aus, ob Harrison Ford eventuell da raus ist. Und wenn du dich dann jetzt so in die damalige Zeit zurückversetzt, dann denkst du dir so, ach ja, also jetzt macht er irgendwie dieses Archäologen-Ding mit George Lucas. Dann ist er ja irgendwie so wirklich mit einem halben Bein schon aus Star Wars raus. Er wollte ja auch raus. Die ursprünglichen Pläne waren ja, dass er stirbt schon in Episode, also in Empire Strikes Back, bis es dann geändert wurde. Und spätestens eigentlich in Episode 6 wollte er dann sterben schon. Ja, sie hatten ja noch keinen Vertrag unterschrieben gehabt damals für Episode 6. Und deswegen hat man das sich mit dem Kryptonit eingefallen lassen, weil man hätte ihn dann halt einfach auf immer und immer ewig in Kryptonit gelassen, wenn er keinen neuen Vertrag unterschrieben hätte. Kryptonit? Kryptonit. Karbonit. Karbonit. Kryptonit. Ja, Grüße an Richard Donner Superman. Ja, sorry. Han Solo versus Superman. Das ist ein gutes Karbonit. Ey, eine weitere Verbindung, weil das auch John Williams ist. Oh, stimmt. Ja, und es klingt sogar recht, du hörst ganz genau, dass, ich glaub, das war, Superman war genau zwischen Star Wars und Indiana Jones. Und deswegen hört sich, John Williams Superman, müsste man darauf achten, hört sich wirklich an wie so ein Mischmasch aus beidem. Ja, das ist super. Das ist sehr, sehr cool. Aber wo ich nochmal drauf kommen wollte, was du ja gerade meintest, Lasse, also zum einen sind es halt die übernatürlichen Phänomene, mit denen er konfrontiert wird. Und zum anderen auch die Figuren um ihn herum. Und da hatten wir ja schon hier Marion Ravenwood, ist ja sozusagen das Love Interest. Aber das wird ja auch relativ organisch aufgebaut. Also auch wieder darüber, oh, sie haben eben eine Vorgeschichte und da, da sind wir auch richtig. Also ich mein, es wird ja sogar auch mal in einer Szene visuell zitiert. Da sind so starke Parallelen zu Rob Marshalls vierten Fluch der Karibik. allem voran diese Szene, wo irgendwie auf ein Fass geschossen wird und dann der Wein rausläuft und Marion versucht, mit dem Mund aufzufangen. Ja, alleine die Backpfeifen, die Johnny Depp kassiert von den Frauen. Ja, eins, zwei, eins, zwei. Ja, und auch dieses, oh, du hast mich verdorben und so. Ja, ja, genau. Das ist auch eine super Szene. Das ist dann auch, wenn einer der Bösewichte eingeführt wird, wird halt dieser windige, widerliche Typ. Und hier haben wir einen weiteren Fall von, ich weiß nicht genau, was für, aber wir haben einen weiteren Fall von halt, weißer Schauspieler spielt irgendeine andere Ethnicity mit Make-up. Wo man halt, wo ich mir nicht genau sicher bin, ist das eine Anspielung auf die Filme von früher? Oder hatten die einfach gar keine andere Möglichkeit in diesem Fall? Oder sie haben sich keine Gedanken drüber gemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist halt etwas, was heutzutage hier und dort auffällt, das Brown-Face. Wen meinst du jetzt genau? Es gibt einen der Henchmen in der Bar. Okay. Das ist eindeutig ein Weißer mit irgendeiner Gesichtsmaske, die ihn irgendwie so Richtung asiatisch aussehen lassen soll. Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Oh ja, das ist ziemlich halt, wenn man ein bisschen genauer schaut. Und das sind so diese alten halt so Fu-Manchu-Type-Sachen, wo dann halt so dieses Augen-Make-up und so ist. Und ich bin mir halt nicht ganz sicher, ist das eine Anspielung auf die alten Filme, wo sie das wirklich gemacht haben? Oder hatten die einfach in dem Moment jetzt keine andere Möglichkeit oder sie haben sich keine großen Gedanken gemacht? Also das weiß ich nicht genau. Aber ja, es ist halt einiges, einiges an Brown-Face geht da sowieso ab hier in dem Film. Ja, es könnte möglicherweise so ein bisschen beides sein. Die haben ja auch dann so andere Nazis, das sind ja tatsächlich auch Deutsche, die Schauspieler. Also hier Wolf Kala zum Beispiel. Und halt hier dieser Gestapo-Typ, der auch in der deutschen Synchro, also natürlich in der alten, so eine dermaßen fiese Stimme hat. Und ich liebe diesen Auftritt. Generell diese ganze Barszene ist so großartig. Und da merkst du auch, das würdest du heute, glaube ich, nicht mehr so drehen. Diese Barszene, weil die richtig fies ist. Ja, man würde gar nichts mehr da so drehen, wahrscheinlich. Ich meine, das Ding ist halt, das ist alles echt hier auch. Ja, ja, eben. Du hast halt kein Fake-Feuer oder sowas. Die machen das gut mit Trickfotografie. Du hast da Squibs. Leute kriegen Kugeln in den Kopf und es blutet und all das. Also es ist, ja, es ist super heftig und es ist halt so gritty. Und das Ding ist auch, was die Szene auch so besonders macht, es hat keine Musik fast die ganze Zeit. Das fühl mir auch auf. Und das ist etwas, was die Szene noch irgendwie viel grimmiger und dramatischer macht. Das ist mir einfach jetzt auch nochmal aufgefallen. Und weil du ja gerade eben schon meines lasstet, dass einer deiner Brüder das gesehen hat. Vielleicht hat der das dann auch irgendwie unbewusst wahrgenommen, weil diese Filme haben wirklich, also, man muss sich das einfach nochmal vor Augen führen. Der ist jetzt über 40 Jahre alt und der hat wirklich so eine unglaubliche Haptik und Greifbarkeit und fühlt sich einfach jederzeit an, als könnte man einfach in den Bildschirm fassen und diese Sachen, diese Bundeslader, alles Mögliche wirklich anfassen. Das ist zeitlos erhalten geblieben. Ja, das ist halt das Geile daran, ja. Weil die einfach geile Sets auch gebaut haben. Ja, ja. Das ist halt so, das ist halt, das sieht alles so toll aus. Und die haben das ja in ganz kurzer Schwenk zum Teil 4, in Teil 4 auch versucht zu machen, haben die Beleuchtung halt verkackt wie nichts Gutes. Ja. Und das sieht, und selbst das analog gefilmte, was sie ja gemacht haben, das ist halt, ja, das haben sie nicht so wiederherstellen können. Und das macht es halt aus irgendwie. Man sieht fast bei jeder Szene, die nicht on location gedreht ist, dass da irgendwas hingekloppt wurde, dass das irgendwelche Styroporsteine sind, dass, und wenn hier Molina aufgespießt wird am Anfang, das ist halt keine gute Puppe, aber es ist eine Puppe. Das ist halt so dieses ... Das sieht doch mega geil aus. Das sieht doch cool aus, ja. Und vor allem die echten Tiere. Das ist alles einfach nur richtig, richtig cool. Und was man auch in den Folgen drücken muss, ist das Sounddesign, weil das war einer der Filme, die auch diese Szene maßgeblich verändert haben. Weil davor, alle Filme hatten irgendwie dieselbe Explosionslibrary und so was in der Art. Halt die, alle Filme klangen irgendwie dann immer gleich. Weil die dann, oh ja, wir haben diese vorrätigen Soundeffekte. Und das war einer der Filme, wo sie gesagt haben, wir machen alles from scratch. Und das war halt Ben Burt und sein geniales Team. Und eben da hast du diese unfassbar ikonischen, einige ja auch, die dann ja auch mit Star Wars bekannt geworden sind, aber diese ikonischen Explosionsgeräusche. Und so weiter. Oder die, wenn da irgendwelche Propeller angehen. Es ist so in your face die ganze Zeit. Und es ist halt so, es klingt so originell. Und so wundervoll und so distinktiv. Also das darf man auf keinen Fall außer Acht lassen, dass sie hier wirklich richtig, richtig klotzen wollten. Und sagen wollen, wir machen hier was Neues, Frisches. Das ist so cool. Ja, quasi um einen Sportsender zu zitieren. Man ist mittendrin, statt nur dabei. Oh, ja. Und eine meiner Lieblingsszenen ist ja tatsächlich, seitdem ich damals das Making-of gesehen habe, als die zum ersten Mal in Salas Haus sind, oben auf dem Dach. Weil es gab damals noch kein CGI. Aber man hat natürlich zu einer Zeit gedreht, wo jeder schon Satellitenschüssel hatten und Antennen zum Fernsehen gucken und keine Ahnung was, mussten die, um diesen Shot, diesen White-Shot über Kairo zu drehen, erst mal 300 Antennen und Satellitenschüsseln abnehmen von den umliegenden Häusern. Ey, was für ein Aufwand, so geil. Das würdest du heute einfach mit CGI machen, fertig. Daran überhaupt zu denken? Oder ich denke mir, da kommt einer zu mir nach Hause und sagt, hier, ich muss eine Fernsehantenne abnehmen. Wann spielt der Film? 1936, glaube ich? 36, ja. Teil 1, 36, Teil 2, 35 und Teil 3, 39, ja. Also jedes Mal, wenn ich dann diesen Rundumblick von Salas Haus sehe, gucke ich immer in die Ferne, ob ich noch irgendeine Antenne entdecke oder irgendetwas. Und das ist schon echt krass. Also dieser Aufwand. Und das macht der Film eben auch so gut halt. Du hast da die sehr gute Abwechslung von Szenen, wo es dann überall da, wo es passt, ohne dass es aufdringlich ist, eine Action-Szene haben. Und das ist dann eben ja auch jeder Fall. Wo man dann halt wundervolle Jagd- und Prügelsequenz, auch mit einer der ikonischsten Szenen, die zahllose Male nachgemacht und parodiert wurde. Und die ein kompletter Unfall war eigentlich. Das Erschießen. Was ja auch eines der berühmtesten Trivia-Stücke ja überhaupt ist. Wenn der Typ mit dem Riesenschwert kommt und man denkt, oh, jetzt kommt der Kampf. Und dann erschießt er ihn. Und für diejenigen, die es nicht wissen, können wir es ja hier erklären. Das war deshalb, weil Harrison Ford an dem Tag war er fürchterlich krank und hatte ganz schlimmen Durchfall. Ja, Fieber und Durchfall. Und dann haben sie gesagt, wir können die nicht drehen. Also schießen einfach. Und du kannst es sehen, in der einen Einstellung, da wüscht sich Harrison Ford mehrfach übers Gesicht mit dem Arm. Du merkst, ihm geht es nicht gut. Ja, das ist eine Szene tatsächlich, was ich vorhin gar nicht erwähnt hatte, wie ich so zu Indie gekommen bin. Mein Vater ist ganz, ganz großer Film-Fan auch. Und der hat immer es nicht ausgehalten, mir Filme nicht zeigen zu können. Hat mir Szenen gezeigt oder beschrieben. Immer nur einzelne Szenen. Ich habe so, weil er musste unbedingt, er wollte mit mir Indiana Jones gucken, ich war aber noch zu klein. Oder The Fog. Er hat mir The Fog nacherzählt. Als Kind. Ja, ja. What the Fog. What the Fog. Und diese Szene hat er mir, die kannte ich schon, bevor ich das geguckt habe. Und früher, muss man wissen, war es nicht so, dass man sich durch Spoiler gleich irgendwie, was weiß ich, die Nasen bricht, weil man will nichts hören. Wie lange der Abspann dauert oder wer welche Haarfarbe hat, ist ja schon Spoiler heutzutage. Welche Post-Credit-Szene wird kommen. Genau, genau. Sondern man hat auch auf den Schulhöfen, man hat sich ja immer alles erzählt. Ja, und man hat sich auch Sachen erzählt, die es gar nicht gibt. Das kommt noch dazu. Und das ist halt, mein Vater hat auch gesagt, oh, da ist eine Szene, total cool, der ist immer mit Peitsch unterwegs. Und dann kommt er mit seinen Schwertern und dann erschießt er ihn aber einfach. Und der war, wie so ein, also da war er auch schon Mitte 30, mein Vater. Und wie so ein Kind auch, hat er mir das erzählt. Zumindest habe ich es so abgespeichert. Aber das, er war total cool. Ja, und hier kommt auch eine Sache, die ich nicht mag. Nämlich halt, wenn man, wir denken für eine ganze Weile, dass Marion tot ist. Oder sollen es denken. Was echt heftig ist, ne? Aber es ist so unzeremoniell irgendwie. Es ist dann irgendwie zu schnell vorbei und hat keinen großen Impact. Und ich finde, das passt nicht. Dass irgendwas, es kommt mir vor, irgendwas ist da vielleicht ungeschickt geschnitten oder ist rausgeflogen. Oder ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist irgendwie etwas, das passt nicht gut rein. Ja, es ist tonal auch so ein bisschen seltsam, weil du hast halt vorher diese Szene mit den Körben, die halt großartig ist. Also, das ist auch was Spielberg wirklich bis heute beherrscht. Also, selbst beim vierten Teil so dynamische Action-Szenen, die natürlich mitunter auch total übertrieben sind dann später, aber die vor allem auch nie ihren Humor verlieren. Also, ein Äquivalent zu dem hier hast du zum Beispiel auch in dann hier in seinem Tim und Struppi, der ja auch so ein halber inoffizieller Indie-Film ist. Da wollte ich auch noch zu kommen. Ja, stimmt, genau. Das ist so extrem vergleichbar. Aber dann ist es hier tonal wirklich so ein bisschen komisch, weil die Szene ist ja eigentlich eher so witzig und dann halt irgendwie auch hier mit Verwechslung, mit den ganzen Körben und so. Und dann, wobei, das mit dem Affen finde ich auch echt fies. Und dann auch hier mit den hier, boah, das finde ich auch so klasse, diese, müsste man darauf achten. Oder ihr habt ja wahrscheinlich, weil ihr habt den Film wahrscheinlich all zusammen doppelt so oft gesehen wie ich. Aber das ist so klasse mit dem Affen und mit den Datteln und das Indie dann. Vor allem in dieser Szene ist auch, glaube ich, kein Schnitt, wo sie dann irgendwie von diesem, was auch immer, Einwohner da, die Dings da erklärt kriegen, den Aufsatz für den Stab. Er hält die ganze Zeit immer wieder diese Datteln in der Hand und ist kurz davor, sie zu essen. Und dann kommt immer wieder was dazwischen. Und dann gibt's ja diesen Moment, wo er die so hochwirft und in den Mund. Und dann, nee, böse Datteln. Das ist, ah, das ist grandios. Das macht ja Indie auch noch so andersrum. Heutzutage schaffen es Filme nicht so gut. Zufälle, also heutzutage sieht das alles immer so gescriptet aus, als müsste es so sein. Und Indiana Jones über Leben und Abenteuer überstehen basiert komplett auf Glück und Zufall. Ja. Das könnte, der könnte schon in den ersten zwei Minuten tot sein. Der könnte mit der Dattel tot sein. Der könnte, und die Buddy, die die Plot-Armer, die er hat, ist ja, also eine krassere gibt es nicht. Aber dieser Film, ich hinterfrage selbst jetzt, wir haben alle tausende Filme gesehen, ich hinterfrage gar nichts. Gar nichts. Ich hinterfrage kein Schlauchwut. Ich hinterfrage kein, die Brücke knallt gegen die Felswand. Ich hinterfrage nichts. Das ist halt so dieses, wie schafft dieser Film das? Das ist Wahnsinn. Weil der Film trotzdem relativ früh klar macht, es ist so diese überhöhte Realität so gesehen. Genau, ja. Wo dann halt, und eben dadurch, du hast ja gewisse Fantasy-Elemente und so, und du merkst halt, nee, die wollen nicht real life. Und das ist ja auch etwas, was du bei den Bond-Filmen halt relativ gut abkaufst meistens. Und ja, das ist definitiv hier der Fall. Und dann eben auch ist das Ding dabei, wenn sie dann, ja, letztendlich dann an die Grabungen gehen, und man sieht ein bisschen mehr von den Nazis hier auch. Und das Geile ist, was ich nie so richtig zusammengekriegt hab, bis vor kurzem, ist, dass die Nazis hier anscheinend, die haben ja ihre Infos daher, wo sie ungefähr graben müssen, aber trotzdem falsch, eben davon, dass das Ding auf der Hand von dem Typ eingebrannt ist. Und das ist so geil, halt, das hab ich bisher nie zusammengekriegt, dass ich, ah, deshalb wissen die überhaupt so quasi die Hälfte der Infos. Und das wird ja einfach nur so kurz gezeigt, ohne dass sie groß darüber reden müssen. Und das, ah. Das basiert halt auch auf reiner Willkür, ne? Ja. Durch den Kampf in der Bar. Genau. Das find ich auch so geil, wie dieses Nazi-Männchen da irgendwie rauskommt und dann in den Schnee so, äh, 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 äh. Ja. Das ist eben auch das Geile, was Spielberg hat, gut macht, was diese älteren Filme so geil machen, was heutzutage nicht mehr so viel hat, wo du auch bei diesen Nebenfiguren halt irgendwelche Henchmen oder wie auch immer, wo du da so eine gewisse Persönlichkeit und Wiedererkennungseffekt hast. Mhm. Das ist etwas, was Paul Verhoeven immer sehr gut gemacht hat auch. Ja, oder das hattest du bei Spielberg dann auch so ein bisschen in Spurenelementen bei, äh, ja, eben bei seinem Tim und Schruppi, ne? Den muss ich immer noch nicht gucken. Den hab ich immer noch nicht geguckt. Oh, der ist wirklich, schau dir, schau dir den wirklich mal an, also, ähm, ich mein, diese, diese, äh, Motion Capture, äh, oder Performance Capture-Technik dann ja schon, äh, ist ja, hat sich ja nie so richtig durchgesetzt, aber wenn du zum Beispiel die Robert Zemeckis Sachen gesehen hast, also jetzt hier, weiß ich nicht, Christmas Carol oder Beowulf oder so. Oh Gott, ja. Dann guck dir mal. Beowulf hab ich leider gesehen. Dann guck dir, ja, leider. Äh, dann, dann, äh, guck dir mal den an, weil das ist wirklich, also Spielberg hat da noch mal ordentlich einen Sprung gemacht. Und das ist so von, allein von den visuellen Einfällen und Übergängen ist das einer der kreativsten Speeberg-Filme. Ja. Der hat da Sachen drin, das, das ist, also, da, da merkst du auch richtig, der macht zum ersten Mal einen Animationsfilm und kann sich richtig austoben. Ach, so geil. Also, da sind, da sind so geile überdringen. David, hast du den gesehen? Ja, ich hab den gesehen, das war schon ewig her. Ja, der ist so ein bisschen vergessen, leider. Ich find das sehr schade. Ich hab den damals, glaub ich, sogar im Kino geschaut. Ja, ja, der, der war ja, ja, der war halt nicht so wirklich erfolgreich, weil, weil das, das Ironische ist, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, als Indiana Jones nämlich rauskam, gab es hier in Europa irgendwelche Kritiken, die das verglichen mit Tim und Stupi. Ja. Und dadurch ist B-Berg auf Tim und Stupi gekommen und wollte das dann immer verfilmen. Das ist richtig cool, ja. Und das ist wirklich, jetzt auch im Rückblick merkst du, es ist wirklich der Vergleich kommt, nicht von ungefähr. Nein, absolut. Und das ist etwas, was B-Berg vollkommen unfreiwillig gemacht hat, weil er das gar nicht kannte. Und ich hab aber auch gemerkt, ob es jetzt bei Tim und Stupi war oder auch bei dem jetzt hier noch mal, diese Art von Abenteuerfilm, die fehlt irgendwie, oder? Ja, find ich auch. Es ist ja, es ist irgendwie merkwürdig. Ich glaube, was sie, ab und zu versuchen sie zum Beispiel so etwas wie Disney's Jungle Cruise, da haben sie versucht, so eine Mischung zu machen aus gewissen Indiana Jones Elementen und aber auch Fluch der Karibik. Mhm. Wo du aber da eben das Problem hast, dass du da diese, halt mit The Rock hast du, der hat irgendwie diese feste Ikone, wo es dir irgendwie schwerfällt, wirklich einen Charakter zu sehen. Mhm. Und letztendlich ist der Film halt so ein bisschen, ist ein bisschen zu künstlich, ist so ein bisschen zu cartoonhaft, er hat gute Ideen, auch durchaus Ideen, die neben Indiana Jones Filmen sein könnten. Aber, und der ist auch für sich genommen gar nicht schlecht. Und sogar die Musik klingt ähnlich wie Indiana Jones. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem, also das ist, denke ich mal, ein Film, der sich definitiv, also wollte sich dem annähern. Aber ansonsten, glaube ich, ist eben auch das Problem, dass du schaust dir etwas an, wie halt die originalen Indiana Jones Filme und du denkst dir, wie zum Fuck, toppt man das überhaupt noch heutzutage? Ja. Ja, ich glaube, also toppen, ja. Selbst Spielberg konnte das nicht. Was versuchen tun sie es ja jetzt mit dem fünften Teil. Ja, ich glaube, dass niemand versucht, oder auch Spielberg oder so, das zu toppen. Einfach nur, es würde ja schon reichen, auf das Niveau zu kommen oder an das, daran zu reichen. Das hat, ja, im Nachhinein, boah, das hat kein Film geschafft. Ja, vielleicht noch, ich finde es ironisch, dass jetzt hier, dass er jetzt gerade diese Beispiele herangezogen hatte, weil, was ja dann auch eine Epigone war, zum Beispiel hier die Stephen Summers Mumier-Filme mit Brendan Fraser. Oh ja, der Mumier, Mumier, muss ich sagen, ja, der kommt dran. Also nicht ganz so Jana-Jones-mäßig, aber das stimmt. Und Mumier 1 und 2 mag ich beide sehr gerne. Ja, es ist tonal anders, aber er hat definitiv so einen gewissen Fun-Faktor. Ja, verspielt halt irgendwo auch, ne? Ja, also das ist, da versuchen sie definitiv an. Ansonsten halt im Animationsbereich, ich finde, Disney ist auch Atlantis, The Lost Empire, hat hier und da so ein paar ähnliche Elemente wenigstens. Wo dann da wenigstens halt so die Nebenfiguren halt so wunderbar geschrieben sind, dass man da so einen schönen Wiedererkennungseffekt hat. Und das auch so ein bisschen vom Tonalen her wird dann halt, ja, du hast leichtherzige Sachen für die Kinder, aber es ist trotzdem halt ziemlich ernste Action, wo Leute sterben. Was eben auch für einen 2D-Disney-Film halt war eher so neu. Und ja, aber das ist definitiv etwas, was so ein bisschen da in die Richtung geht. Ansonsten fällt mir nicht viel ein. Wir hatten ja Flutige Rebik schon erwähnt. Ja, wir haben hier noch die Nicolas Cage-Filme, ne? Ach, stimmt. Oh, National Treasure. Das kann man durchaus ein bisschen als so eine, ja, und auch die Dan-Brown-Sachen. Ja, ja, wie hießen denn die Nicolas Cage? National Treasure. Ja, oder Vermächtnis. Unser deutscher Titel. Vermächtnis der Tempelritter. Vermächtnis der Tempelritter, ja. Da ist es wie bei Fluch der Karibik. Sie haben dem Ganzen einen Titel gegeben, weil sie halt nicht wissen konnten, dass das ein Franchise wird. Ja, ja, richtig. Und eben auch im Fall von National Treasure ist es interessant, weil das wäre tatsächlich eine Originalidee. Das basiert ja auf nichts. Stimmt, ja. Das ist auch relativ interessant. Und ich weiß nicht, durch wie viele Autoren oder Autorinnen das ging, aber halt das war ja etwas, was halt wirklich halt, hey, das ist unsere Idee, wir machen ja unsere Version so ein bisschen davon. Und das hat halt nicht ganz den Wiedererkennungswert, aber es hat halt, ich meine, es hat gute Schauspieler, es hat Schauwerte, dank Jerry Bruckheimer. Es hat einen guten Spaßfaktor und so weiter. Und hier eben ist es dann eine andere Schwerpunkt, eine andere Geschichte und eben auch halt keine übernatürlichen Sachen. Man hat keine Nazis. Dann ist das kein Abenteuerfilm. Nazis, die Spielberg ja eigentlich nie wieder haben wollte und die dann jetzt in Teil 5 auch noch mal zurückkommen mit Mads Mikkelsen. Das ist die eine Sache, die man vielleicht Last Crusade so ein bisschen ankreiden kann, weil man da, da hat man das Gefühl, die, die, so die, die nehmen so die Rezeption, die der zweite Teil hatte und und denken sich, gehen wir zurück zu den Nazis, weil das war, was die Leute mögen. Naja, das war so. Das hat so ein bisschen den Effekt. Ja, können wir, können wir beim dritten Teil vielleicht noch mal zukommen? Ja, und zum ersten Teil gibt's ja diese, und ich, ich denke mal als, weil Leute werden uns sonst in den Kommentaren löschen, zum ersten Teil gibt's ja spätestens seit The Big Bang Theory, diese Kontroverse. Da wollte ich auch drauf. Wo, ähm, wenn Indiana Jones halt keine Rolle in dieser Handlung spielen würde, dann wäre der Film genauso verlaufen letztendlich. Und ja, ist vielleicht ein Punkt, aber beim Gucken merkst du davon nix. Ja, aber wie wäre die Bundeslade eingelagert worden? Wer hätte sie dann eingelagert? Das, ja, irgendwie hätte sie, das stimmt halt, ich weiß nicht, und vor allem, da bleibt ja auch die Frage, wie sind sie von der Insel runtergekommen? Da fragt man sich kurz, hm, aber da denkt man eben nicht nach drüber. Und das ist auch etwas, was irgendwie alle Indiana Jones Filme machen, äh, wo sie dann halt irgendwie irgendetwas überspringen und dann so, und jetzt sind wir hier. Naja, ich meine, der, der zweite und der dritte tun das nicht. Der erste und der vierte tun das, ist mir auch einfach. Ja, beim ersten ist es, äh, der erste, der hat auch ein ziemlich plötzliches Ende irgendwie dann auch, ne? Ja, es ist nicht dieser, so ein großer halt Sweeping, sondern es ist halt im Prinzip einfach nur zwei Leute reden miteinander auf einer Treppe und gehen dann weg. Und dann ist halt der, der große Endshot ist dann halt noch für was andere ist. Aber das spricht ja dann auch wieder für dieses, ich sag mal, es ist einfach irgendwas gegeben. Es passiert jetzt einfach irgendwas. Und klar, du kannst es natürlich dann irgendwie auch hinterfragen, auch so von der, von der inneren Logik, ja, sag ich mal. Aber trotzdem, also so wirklich stören tut es dich nicht. Auch weil es so, so manchmal fast schon ein bisschen fragmentarisch erzählt, was ja auch, ähm, irgendwie so ein bisschen seine Wurzeln hat, sag ich mal, so in so, so 50er Jahre, äh, Abenteuer Serials auch wieder, ne? Ja, das ist eben das, das ist das, was am Serial-mäßigsten anmutet, dann das, das tatsächliche Ende dann mit Indiana Jones und Marion. Ja. Das ist das, was am ehesten mit daran erinnert. Und man muss aber auch die grandiose Szene einmal kurz, einmal halt die, 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 die Verfolgungsjagd mit den Trucks, die ganze Action drumherum, ist fantastisch. Der Kampf auf dem Flugzeug ist auch einfach geil. Ja. Mit dem Riesen-Nazi da, ne? Genau. So gut. Ja, ja, klar. Das ist halt der typische Muskel, Muskelboy. Den gibt es, den gibt es bei Bond, den gibt es bei Indy, den, den braucht man halt. Die ist, die ist echt brutal, die Szene, ne? Ja, und das ist eben auch etwas, was ich halt auch ansprechen wollte, weil, wurde ja schon so ein bisschen so als der Superheld beschrieben, aber das Ding ist halt, Indiana Jones kriegt auf die Fresse in diesem Film, andauernd. Ja. Er ist nicht unverwundbar und er weiß, das ist eine meiner Lieblingsszenen, wenn er dann so total verletzt im Schiff ist und sie dreht ihn noch eins über mit dem Spiegel und dann fragt er dann, wo tut es nicht wie? Und er hier und zeigt auf den Elbenbogen. Ach so, das, ja. Es ist so gut, aber dann das, also diese ganze Action, das ist eben auch das, wo dann Leute gedacht haben, ach du fuck, ist das, ist das der Hammer. Aber, und eben auch die ganzen Sachen, die ineinander greifen, wenn dann halt Öl wird verschüttet und da ist eine Flamme, Sie nehmen einfach die Umgebung immer richtig geil mit dazu. und das ist eben auch das Geile, es ist alles übersichtlich, man weiß, was wo passiert und das ist alles halt toll da zusammen arrangiert und dann ist da eben auch noch die, die grandiose Szene am Ende, wenn wir dann die, macht der Bundesland und trotzdem ist es halt immer noch mysteriös, das ganze Ding. Aber meine Güte, dieser Abgang und da gibt es eben ja auch diese, diese grandiose Doppellogik, dieser Film in seinem, in seinem original amerikanischen Rating war fucking PG. ja, das ist heute echt. Dasselbe Rating wie die meisten Pixar-Filme heutzutage. Wobei, wobei, der Tod der Nazis wird auch so, ah, da hast du halt auch wieder irgendwie so, so Groschenroman-Mentalität, die Art, wie die halt sterben. Also, das, das hat ja schon was von, also, im Hinblick jetzt dann sogar auf Teil 4 kommt da was durch, was man zum Beispiel auch bei Tim Burton so gespürt hat in Mars-Attacks, so halt irgendwie völlig übertriebene, äh, Todesarten. Also, ich, ich liebe diese, diese praktischen Effekte, wenn die Gesichter der Nazis schmelzen. Also, das ist so, und vor allem, nämlich das Ding ist, das alles war, denn die, ähm, der, wenn Belloc dann der Kopf explodiert, das war ursprünglich unzensiert. Und dann haben die gesagt, nee, das ist so schlimm. Und dann haben die gesagt, packt irgendwie Feuer davor. Und dann geht's, aber du kannst es trotzdem noch sehen. Es ist immer noch dasselbe. Ja, das finde ich auch, der Gewaltgrad, ähm, der hat mich tatsächlich überrascht. Also, in allen drei Filmen auch, ähm, die hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Also, ich wusste, die sind, ähm, irgendwann durchs, ähm, ich glaube, Sat.1, Free-TV, die haben dann dafür gekämpft, dass es ab 12 wird, dass es um 2015 zeigen können. Ja, die haben es gekürzt. Nee, die haben es eben nicht gekürzt, dann irgendwann. Nicht? Okay. Deswegen, ähm, wurde es dann neu geprüft und auf 12 runtergestuft. Und bei 12 denke ich mir halt immer so, ja, okay, so. Aber ich hab halt. Finde ich schon schwierig. Genau, ich finde es halt auch echt krass. Also, ich, ähm, zeige meiner, meiner Tochter, die wird jetzt neun, zeige ich ja immer mehr von den Filmen, die ich so lieben gelernt habe. Aber, ey, an Indiana Jones würde ich nicht denken. Also, sie hat's auch, sie hat zwar Harry Potter und Co. alles schon durch, aber Indie, nee, das ist mir wirklich zu krass. Weil die, die Gewalt ist dann doch vergleichsweise realistisch. Genau. Und die Sachen, wenn dann halt Gesichter schmelzen, aber trotzdem, das ist halt, äh, grisly genug, dass es, dass es halt eklig ist. Und das ist, ja, das ist ein grandioser Effekt. Ich liebe diesen, diesen Schmelzeffekt. Ich liebe das alles. Es ist so toll. Die Musik dabei und halt wirklich, auch der erste Effekt, wenn dann diese, diese engelsgleiche Gestalt und dann plötzlich ist es ein Totenkopf. Und das ist so simpel. Ja. Trotz, es ist so gruselig. Und vor allem die, was es eben auch verkauft, ist nicht nur halt die Soundeffekte, die Musik und so, auch die Schreie der, der Leute dort. Das ist das, was noch so richtig reinhaut. Wo du merkst, ach du Scheiße, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt ist schlimm. Und das ist auch etwas, was mich definitiv halt schockiert hat als Kind. Aber ich konnte nicht wegsehen. Ich musste, ich musste das sehen, weil es so besonders war. Man sollte ja eigentlich die Augen geschlossen haben. Steven Spielberg war ja damals 35, als er den Film gemacht hat. Und er sagt ja immer, er macht ja die Filme für sich. Und ich glaube, das merkt man da auch. Also er hat den Film für ein erwachsenes Publikum gemacht. Ja. Oft denkt man ja immer so, ach, das Steven Spielberg-Film ist bestimmt so ein Kinderfilm. Also für seine älteren Sachen. Und da merkt man schon so, ja, nee, da hat schon so ein junges, älteres Publikum im Auge gehabt. Und den will er schon auch was zumuten. Es ist fantastisch. Ja. Und das haben sie, das haben sie halt geschafft. Also es ist halt so geiles, so geiles Abenteuer. Und also es ist halt einfach krass, wie diese Filmreihe jedes Medium quasi geprägt hat. Das ist einfach völlig irre. Also wie viel, wie viel Tomb Raider ich gespielt habe. Was halt, ja, das ist Uncharted. Ja, danach sowieso. Also das ist ja sowieso nochmal, ja, das ist ja Indiana Jones, ähm, nur mit einem anderen Gesicht. Ja. Ja, es ist halt im Prinzip Indiana Jones in Spielform mit anderen Charakteren. Aber die gehen genau, so in diese Schiene aufwollen. Exakt, deswegen sind die ja auch so, ähm, erfolgreich. So, so gut, ja. Weshalb ich es ja eben auch redundant fand, als sie gesagt haben, wir machen einen Uncharted-Film. Und ich denke mir, nein, das gibt's doch schon. Ja. Ja, wobei, da wir jetzt, ja gut, da kann man vielleicht am Ende nochmal so zukommen, weil ich ja schon meinte, irgendwie, äh, diese Art von Abenteuerkino, äh, fehlt irgendwie auch heute so ein bisschen. Und es ist halt die Frage, ob jetzt ein Indie 5, wenn der halt überzeugt und nicht nur an der Kinokasse, sondern vielleicht auch halbwegs, äh, qualitativ. Es ist, es ist halt die Frage, ob der dann vielleicht irgendwie einen neuen Trend anstoßen könnte. Aber da kommen wir vielleicht ganz am Ende nochmal zu. Ja. Was man sagen kann, der ist wirklich, also, wo ich jetzt auch nochmal gesehen hab, der ist, bis auf einzelne Szenen, die mich aber überhaupt nicht stören, im Gesamtkortex, ist der einfach so was von zeitlos. Und, also was, ich kann nur immer wieder auf das referieren, was, was Lasser am Anfang halt erzählt hat, über, über seinen Bruder, dass er den halt geguckt hat. Ich mein, der Film ist von 1981. Also, gerade die heutige Generation denkt sich so, also ich mein, ich kenn noch welche, in meinem Freundeskreis, die, also es ist jetzt nicht so, dass die gar keine alten Filme schauen, die haben halt immer so einen gewissen Vorbehalt, so, ne, und der ist ja, der ist ja auch in der Hinsicht ein Kind seiner Zeit, das muss man auch sagen. Ja, eben, das ist das Ding. Aber dadurch, dass er jetzt auch halt in den 30ern angesiedelt ist, hat das irgendwie auch fast schon so ein, ja, es ist irgendwie fast wie so eine, so eine Zeitkapsel irgendwo auch. Es hat jetzt Retro-Charme inzwischen. Ja, total, total. Also, das altert einfach auch nicht. Und ich glaube, dass, also ich, ich bin gespannt, wie es dann halt in nochmal 40 Jahren ist. Ob ich das dann noch miterlebe, sagen wir mal, dahingestellt, weil wir alle, aber, ähm, machen, also ich hoffe, ich erlebe das in 40 Jahren noch mit. Ja, bis, bis dahin wird die Bundeslade geöffnet. Ja. Ja, aber ich, ich glaube echt, da wird sich nicht groß was dran ändern. Das Ding ist halt, ich glaube halt wirklich, die, die ersten paar Flute Karibik-Filme werden halt so in, in dem Abstand von Jahren, der jetzt zwischen uns im ersten Indiana-Jones-Film liegt, die werden diesen Effekt haben dann, äh, denke ich mal. Ja, aber trotzdem halt das, Indiana-Jones wird da immer dieser, halt egal, wie lange die Welt und die Menschheit noch besteht, das wird immer das Ding sein, zu dem sie Leute zurückkehren und sagen, boah, das ist, das ist zeitlos wundervoll, auch wenn es irgendwie, äh, in gewissem Sinne angestaubt ist. Na klar, und das Ding bei, bei Flute Karibik, zumindest den ersten, die ersten beiden Teile, ähm, da hast du eine Menge CGI, aber das ist für, für 2003 und 2007, und was weiß ich Teil 2 ist, unfassbar, es gibt heutzutage, so viele Filme, die so viel schlechter aussehen, ähm, so, guckt dir David Jones an, guckt dir die, die Zombie-Skelett-Piraten an, und selbst Avatar 1 sieht, heutzutage sieht man schon ein bisschen, ah, okay, mhm, CGI, ja, aber ey, Flute Karibik, hab ich auch letztes, vorletztes Jahr nochmal geguckt, Teil 1, Hammer, diese Effekte, einfach nur der absolute Knall, Nala. Ja, ich mein, die haben wir den zweiten, den Effekte-Oscar gewonnen, ne, also für David Jones und den Kraken, ja, es gibt eine Anekdote, als, äh, als Gore Verbinski die ersten, ähm, Shots gesehen hat, von David Jones, also die fertigen Sachen, da hat er zu den Effektleuten gesagt, well, prepare your Oscar-Speech, folks. Ja, 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 es ist wirklich unglaublich, und das ist, das macht's halt aus. Hier gab's ja, glaube ich auch, hier gab's vier Oscars, sehe ich gerade, und ich, ich kann es, ich kann es echt nicht fassen, dass, äh, das hab ich erst im Nachhinein registriert, kann es sein, dass George Lucas, äh, ach, George Lucas, dass John Williams für das Ding nicht einmal nominiert gewesen ist? Das könnte möglich sein. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass der dritte Film nominiert war für den Score. Okay, nee, er war, er war nominiert, sehe ich gerade, aber er hat ihn nicht, ich hätte wirklich gedacht, dass er den bekommen hat, weil, meine Güte, ist das ein ikonisches Thema. Ja, tatsächlich, keiner, der Daniel Jones Film hat hingekriegt bisher. Am Ende noch der fünfte dann. Das wäre, das, das würde ich ihm sogar zutrauen, halt, wenn's tatsächlich sein, sein letzter Score wird, äh, dann, dann könnte ich mir zutrauen, dass sie das einfach machen, darum, aus diesem Grund. Der Soundtrick ist einfach so, man braucht die ersten beiden, die ersten beiden Töne und jeder summt das Ding den ganzen Tag, das ist einfach. Aber, aber da hört es ja nicht auf, äh, das Thema der Bundeslade ist halt auch, das ist, das ist, das ist eigentlich so simpel und trotzdem irgendwie schlichtweg magisch, also allein schon, Lass hat ja schon diese Intro-Szene erwähnt, alleine, wo man dann zum ersten Mal dieses Bild da sieht, von dem, was da passiert ist, als sie das erste Mal geöffnet wurde, ähm, und was dann ja auch schon so eigentlich das Ende des, des Films irgendwie, äh, also da den Bogen schlägt, das, das ist einfach, das, das hat eine ganz eigene Magie, das ist großartig, und dann auch halt diese Szene mit dem, die, die müssen wir eigentlich gar nicht groß erwähnen, wobei, da ist mir jetzt mal aufgefallen, also halt die Szene mit dem, mit dem Stab und dann, ne, mit der Sonne, das, das müssen wir, brauchen wir gar nicht viel Worte verlieren, aber, ähm, was mir da aufgefallen ist, dass da irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht war es auch die Version, die ich geguckt habe von Paramount Plus, aber, äh, da steht ja sogar irgendwas dann geschrieben, ne? Ja, da haben im Prinzip die, die, die Nazis was drauf gekritzelt. Nicht stören, oder was, ne? Äh, ja, ja, da haben im Prinzip die, die da schon gegraben haben, die haben sich da einen Spaß erlaubt, und das ist etwas, was nicht angesprochen wird, das ist einfach etwas, was du dann siehst, weil da ist meiner Mutter aufgefallen bei Gucken, wo sie gesagt hat, hä, was steht da? ist das ein Filmfehler? Sie war total irritiert davon. Ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, ich dachte auch erst, vielleicht ist das noch irgendwie so eine Absperrung vom Filmdreh oder so, dass sie da irgendwas vergessen hätten. Haben sie das nicht stören, Schild, äh, äh, falsch platziert? Wer weiß. Dass sich jemand Spaß erlaubt hat. das ist halt, ja, und die geben dir wegen Musiker, die letzte Einstellung wird ja untermalt von einem Bundeslandthema, also grandiose, ominöse letzte Einstellung. Ja, das, also, ach ja, also, wie gesagt, zusammenfassend, äh, absolut zeitloser Klassiker, immer noch, äh, ansehen, wirklich, also, Spielberg eigentlich, dass der, wo das jetzt auch gerade nochmal meint ist, David, dass der da 35 gewesen ist. Ich meine, ich bin heute auch Anfang 30 und ich denke mir so, äh, also, ich, ich würde nicht so einen Film drehen können, glaube ich. Ja, nicht mit 18 Millionen, ne? Nee, nee, ja. Oh Himmels Willen, ja, wenn du auch bedenkst, oh mein Gott, irgendwie, was, was war irgendwie, das Salary von, ich glaube, das Salary von, von Harrison Ford war zu dem Zeitpunkt irgendwie im Zehntausender-Bereich so ungefähr. nicht hoch, der hatte ja nicht viel im Budget. Also, ja, definitiv, ich glaube, so fünfstellig könnte sein. Und das ist heutzutage, glaube ich, nicht mal, damit kriegst du nicht mal die Kosten fürs Catering heutzutage rein. Was du, was du, was du schon ein bisschen merkst, äh, also, dass das Budget jetzt auch nicht, weil weißt du, wie riesig war, dass du selten, also ich meine, das lösen sie ja auch sehr elegant, äh, die ganzen Reisen, ne? Also, ich meine jetzt nicht nur mit dem Flugzeug, Oh ja. sondern auch, äh, so insgesamt siehst du da eigentlich auch nicht viel von, ne? Das ist immer so ein, das, das spricht auch wieder für diese leicht episodenhafte Erzählweise, die man auch im Fernsehen hätte haben können, ne? Ja, und das ist auch etwas, was sehr ikonisch, was, was auch dann letztendlich für so viele Filme übernommen wurde, ich weiß nicht, ob dieser Film das zuerst gemacht hat, aber das ist auch etwas, was du, du denkst sofort an Indiana Jones, wenn du das siehst mit der Linie über die Landkarte. Und dann auch diese, diese Pose, wo er sich irgendwie den Hut so, und dann erst mal pennt, ja. Ja, genau, das ist, ja, und das ist etwas, was irgendwie, hatte nicht Humphrey Bogart mal in einem Film so ein Kostüm? Und der schlief dann in so einer Pose, meine ich. Dann ist das okay, weil, das hat ja dann, Alan Grant hat es, glaube ich, dann übernommen in Jurassic Park, ne? In dem dritten, glaube ich. Ja, das ist definitiv auch. Das ist eine Referenz, ja, das ist. Das liegt auch daran, dass Joe, Joe Johnson war ja, genau, Joe Johnson, der, glaube ich, jetzt mittlerweile im Ruhestand ist, und der Jurassic Park 3 gedreht hat, und zum Beispiel auch den ersten Captain America, glaube ich, ne? Und The Rocket hier vor allem, oder hier Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, der war ja, glaube ich, hier, Special Effects Guy beim allerersten Indie, ne? Ja, einer der Leute, und hat irgendwie, der hat auch viele Sachen für Star Wars gemacht, der war irgendwie an den Effekten beteiligt und so, und der hat das Originalkostüm entworfen für Boba Fett, meine ich sogar. Stimmt, ja. Ganz kurz nochmal, also Harrison Ford hat für den allerersten Star Wars ungefähr 10.000 Dollar schon bekommen, der wird auf jeden Fall, also der hat 1.000 US-Dollar pro Woche bekommen, bei Krieg der Sterne. Ja, dann war es hier bestimmt so um die 40.000 eventuell. Im Empire Strikes Back sind es schon 100.000 Dollar gewesen, also der wird mehr bekommen haben als nur, also das wird mehr gewesen. Ah, okay, dann vielleicht so um die 400.000 eventuell. Rückkehr der Jerita waren eine halbe Million, genau. das wird dann, also die Leute kriegen ja das Vielfache davon für sonst was. Also das ist halt auch echt beeindruckt, wo es dann wachsen kann. Einigen wir uns darauf, dass er nicht arm ist. Nee, absolut nicht. Oh Gott, ja, aber das, genau, oh mein Gott, fantastisch. Und dann schätze ich mal, gehen wir rüber zum zweiten Teil. Ja, wollte ich gerade sagen, wir haben ja jetzt irgendwie eine Stunde schon im ersten gesprochen. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Ähm, da ist ja auch gar nicht so viel Zeit zwischen vergangen, ne? 1984, Indiana Jones und der Tempel des Todes, auch wieder unter der Regie natürlich von Steven Spielberg und mit, äh, George Lucas auch an Bord. Äh, ja, Teil zwei, der wahrscheinlich so ein bisschen damals, also ich meine, Empire Strikes Back gilt ja, äh, aus heutiger Sicht als der beste Star Wars Film. Damals dürfte der aber durchaus gar nicht mal so einen unähnlichen Stand gehabt haben, zu dem, was heute The Last Jedi so ein bisschen immer entgegenschlägt. Ja, das war tatsächlich so, ja. Total anders, äh, von der Tonalität. Und das spiegelt sich auch in diesem Indiana Jones, ähm, bei dem ich auch weiß, also ich kenne viele, die, also ich meine, beim vierten ist ja so ein gewisser Konsens. Ähm, ich kenne aber auch wirklich viele, die den vierten und den zweiten fast auf eine Stufe stellen. Also der zweite ... Oh ja, ich hab, ich hab dazu gehört. Ja. Hab, okay. Das ist ein schöner, schöner Teaser. Das ist, das ist einer, wo sofort auffällt, dass es irgendwie was vollkommen anderes ist. Einmal, ironischerweise, es baut sich nichts auf, aber es ist ein Prequel technisch gesehen, weil er spielt, äh, von der Jahreszeit her, spielt er vor dem ersten Film. Mhm. 1935. Also ein Prequel ja ist ja, ist im Endeffekt einfach nur ein anderes Abenteuer, was vorher lief. Genau. Das ist, es erzählt ja, es erzählt uns ja nichts. Und ich weiß gar nicht, warum, warum das überhaupt nötig war, den früher anzusiedeln. Gibt's da irgendwie einen besonderen Grund für? Ich schätze mal, um die Ausrede zu haben, oh, diesmal sind's keine Nazis. Oder, dass Mary nicht dabei ist. Stimmt. Ja, das könnte, das könnte der Faktor sein. Durchaus. Genau. Oder vielleicht, ich weiß nicht, Anfang an ist, dass du einmal halt, wie sie dann, sie spielen wieder mit dem Paramount-Logo, aber diesmal ist es ganz was anderes. Und dann hast du diese wundervolle, wirklich tolle Musical-Nummer, die dann halt auch ins Surreale geht, wenn sie plötzlich halt ja komplett an einem anderen Ort sind, für einen Teil der Nummer. Und sie dann wieder da aus dem Feuer rauskommt und so. Aber du merkst, es ist was anderes. Es ist ein sehr unerwarteter Einstieg. Aber total. Und im Folgenden merkst du, auch im ganzen Rest des Films, die Comedy ist viel offensiver. Aber das geht sehr viel mehr in Richtung, fast schon irgendwie Warner Brothers Slapstick. Ja, ja, der erste Teil, der hat halt vor allem zwischen Indy und Marion so eine gewisse Screwball-Dynamik. Das ist ja auch kein Zufall, weil den ersten Teil hatte ja noch Lawrence Keston geschrieben. Also der ja auch dann hier die Skripte zu Empire Strikes Back zum Beispiel dann geschrieben hat. Oder glaube ich auch zu, ja doch, zu Episode 7 wurde dann ja zurückgeholt. Und da wurde es ja so ein bisschen aufgewärmt. Hier ist ja, sehe ich ja gerade, ist ja zwei Credits hat es ja. Also George Lucas ist ja wieder für die Story verantwortlich gewesen. Und sie gehen in eine völlig andere Richtung und auch schon eine wirklich exotische Richtung. Ich muss noch was einhaken, nämlich wegen des Autoren-Duos. Das sind Mann und eine Frau. Heurig und Katz heißen die mit Namen. Und falls einigen diese Leute bekannt vorkommen, die haben auch in einer anderen Occasion mit George Lucas zusammengearbeitet. Denn die beiden sind verantwortlich für den ersten Marvel-Film überhaupt, Howard the Duck. Jawohl. Hat Gloria Katz dich sogar irgendwie auch, hat die nicht irgendwie auch bei Star Wars irgendwas gemacht? Ich dachte, ich hätte ihren Namen bei Willow gelesen, aber ich könnte mich irren. Die könnte irgendwie, also bei American, genau, American Graffiti hat die nämlich auch schon geschrieben. Ah, okay. Ja, also die hat definitiv eine George Lucas-Verbindung. Und die hat zwar noch Credits in der IMDb für die Lego-Indiana-Jones-Games. Das eben einfach nur, weil halt Elemente von der Handlung da mit drin sind. Und da muss man das ... Ja, die müssen genau, die müssen da aufgezählt werden. Es ist so, es ist so wundervoll in diesem Film, wo du, weil es ist diese Szene direkt schon am Anfang, wenn einmal halt die Comedy ist halt sehr viel offensiver, aber dann andererseits hast du, wie da dieser Typ getötet wird, der kaum ein Wort sagt. Und dann sagt, oh übrigens, in seinem Todesgröcheln, ich bin langjähriger Partner von Indiana Jones und wir haben so viele Abenteuer gehabt und dann gehen die nie wieder darauf ein. Aber das ist eben auch, es ist alles so ein bisschen mehr in your face vom Worldbuilding her, so gesehen. Ja. Und wir haben natürlich hier den weißen Anzug und die rote Rose, ne? Ja, aber so ... Wie Sean Connery auch, ne? Ja. Ja, Sean Connery. Und außerdem, du hast auch gewisse Casablanca-Vibes, wenn er reinkommt. Aber der ganze Anfang, der ganze Anfang ist wirklich so, also, wenn du es nicht wüsstest ... Das ist ein kompletter Bond-Film. Ja, dann könntest du wirklich denken, also die erste Viertelstunde ist eigentlich komplett aus einem Bond-Film. Du könntest sogar aus dem Willy-Musical-Nummer-Intro, könntest du ein Bond-Intro basteln. Ja. Du könntest sie einfach rausnehmen, dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Peitschen oder was irgendwie einfügen oder keine Ahnung was. Das könnte wirklich, also, das ist auch daran orientiert, aber ich muss auch sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich komplett vor den Kopf gestoßen. Also ... Es ist so komplett, auch wie die Musical-Nummer halt, wie die dann eben klingt. Du hast ja das komplett mit dem ... Und auch die Schriftart, das ist total bescheuert. Das ist so eine völlig andere Schriftart als beim ersten Teil. Und dann auch, wie der Titel des Films eingeblendet wird. Wie sie davor steht auch. Ja, das allererste, was wir zu sehen kriegen, ist halt Kate Capshaw, die ja dann hier bei dem Dreh ja Spielberg kennengelernt hat und bis heute, glaube ich, seine Ehefrau ist, ne? Ja, was man eben auch bei den Dreharbeiten, also so behind the scenes, man sieht, die beiden sind vollkommen halt verrückt aufeinander. Mhm. Ja. Also, man kriegt das total mit. Also, die fanden sich toll beim Dreh. Und George Lucas und Spielberg haben sich so ein bisschen herausgerät im Nachhinein, wo sie gesagt haben, irgendwie beide hatten da, sind da beide durch eine düstere Phase gegangen und irgendwie durch Scheidungen und dies und das. Und die waren, sie waren beide schräg drauf in der Zeit. Mhm. Und haben dann gesagt, setzen wir allem noch einen drauf und verarbeiten das so ein bisschen in diesem Film. Weil dieser Film fühlt sich so, ja, so, so übertrieben düster und wütend und dann aber andererseits auch so verrückt und, und ja, wirklich, es ist so, so ein Assault, der Film eigentlich, in mehrfacher Hinsicht. Ich stamme halt, was die Gewalt und die Grusel angeht und andererseits, was eben auch die Comedy angeht und die Nebenfiguren. Denn heutzutage, ich schnall den Witz von, von, von der Figur von Willie Scott. Weil sie ist offensichtlich halt eine von diesen Damsel in Distress Ja. Times Eleven. Das Problem ist halt, ich finde halt, und ich finde, ihre Performance ist witzig, für sich genommen. Also, sie, sie geht ja vollkommen rein und, äh, und, und sie, sie, sie hat Spaß und so weiter und so fort. Boah, das Ding ist halt, der Charakter macht nicht wirklich Spaß. Jedenfalls nicht größtenteils. Es ist zu viel. Nervig, einfach auch. Ja. Obwohl, es soll sie auch, sie soll schon irgendwo nervig sein. Sie soll, aber letztendlich muss man halt irgendwie, you have to dial it back eventually. Und halt, das Ding ist halt wirklich von Anfang bis Ende eigentlich, ist sie halt so, ist sie so schrill und sie hat halt immer, wenn sie so ein bisschen die stilleren Comedy-Momente sind, dann ist es, dann ist es lustiger. Und sie geht halt auch vollkommen darin auf und ich finde halt, sie, aber wie gesagt, ein paar von den Lines, es ist zu viel, gerade auch am Anfang, wo sie so viel, wenn sie allein schon, sie haben noch nicht mal das Restaurant verlassen und es ist schon so viel, wenn sie da, oh, this is really small guy und so, es ist halt einfach, es ist nicht gut dosieren. Es ist ein bisschen zu drüber, wobei ich diese Szene dann sehr mag im Dschungel, wo sie dann irgendwie die Schlange mit, mit dem Elefanten verwechselt. Das ist super, die Szene, wenn sie Angst kriegt vor den Tieren, das ist witzig. Aber mich stört die gar nicht so. Also ich finde die von vornherein, man sieht von vornherein, was das für eine ist, wie sie so drauf ist und das zieht sich halt so durch. Das ist ja bei Shorty genau das Gleiche. Er ist ja auch, er mault jeden an, der nicht Doktor sagt so und ist die ganze Zeit auch im Endeffekt, ist er auch wie sie, nur als kleiner Junge halt. Das sind so die ersten richtigen Stereotypen eigentlich. Ja, ja, genau. So ein bisschen. War das vor oder nach Goonies? Vor. Ah, das war der Vor. Das ist die erste Rolle von ihm. Ja, und das ist auch der größte Name heute im Karten. Weil Ken Hui Kwang hat ja unlängst jetzt, also ist ja frischgebackener Oscar-Preisträger für bester Nebendarsteller in Everything, Everywhere, All at Once. und ja, ihn hier zu sehen ist dann auch noch mal interessant beziehungsweise dann halt heute. Ja. Vor allem das Geile ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, hat Harrison Ford ihm bei der Oscar-Verleihung den Preis überreicht. Das ist wundervoll. Das ist halt schon verdammt cool. Das ist einfach wundervoll. Ja. Und irgendwie ist nicht auch, hat er nicht dazwischen ganz lange halt in der Zeit, wo er nicht schauspielte, war er nicht ganz lange wie als Stunt-Coordinator Er hat so ein bisschen im Hintergrund weitergearbeitet, weil es kamen keine Jobs mehr ran und so für ihn, ja, und dann. Ich meine, er hat ja, ich glaube, auch bei The Matrix und so mitgearbeitet im Hintergrund. Oh ja, ich meine, auch beim ersten X-Man habe ich ihn gesehen. Ja, sehe ich auch gerade, genau. Und das Ding ist halt, du merkst halt, dieser kleine Junge, dass der Kampfsport kann, merkst du am Ende. Die geben ihm eine kleine Kampfszene. Ja, 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 richtig. Das ist cool. Und ich mag den Charakter als Konzept sehr gerne und ich finde auch, der macht das toll, der behauptet sich ganz toll. Ich glaube, die Szene, wo sie Karten spielen, das war seine Audition-Szene mit Harrison Ford dann. Ich muss, ich muss zugeben, ich hatte, also das war der Teil, den ich lange Zeit am wenigsten mochte. Ja, same. Aber der wächst bei mir mit jedem Mal immer so ein bisschen und mittlerweile finde ich den ziemlich, ziemlich großartig, ungeachtet dessen, dass Willie und auch Short so ein bisschen nervig sind. Aber ich muss sagen, ich mag, ich mag unheimlich gern dieses total andere Flair dieses Films. Ja. Also der, der geht ja wirklich schon ins Exotische und, und so in der Mitte ist der ja, also ohne Scheiß ist das, ist das mit der düsterste Film, den Speeberg je gedreht hat. Der ist wirklich sehr düster, sehr gruselig. Ja. und sehr, also mit dem, mit dem, mit dem Herz in der Hand und so sehr, sehr brutal. Ja. Werden die da bei lebendigem Leib verbrannt. Da werden Kinder ausgepeitscht und weggetreten. Wahrscheinlich auch noch hungernde Kinder, die wurden den Eltern entrissen. Das ist schon ganz schön, ganz schön düster. ist die ganze Zeit ist dieser, dieser Dread schwebt über allem, halt auch in den frühen Szenen noch im Dorf und wenn dieses eine Kind dann aus der Dunkelheit stolpert und so, ist es sehr gruselig. Verlinken wir übrigens ein Englischwörterbuch für die Leute, die die Lasse, die Lasse nicht folgen können. Ach herrje. Das ist apropos, nämlich das ist auch ein, das ist auch ein Trivia-Fact, weil der, der oberste des Dorfes, ähm, der da mit ihm spricht und da die, oder der Dorfälteste oder wie auch immer, dann über die Steine aufklärt, der hat im Prinzip phonetisch am Set das nachgesprochen, was Spielberg ihm dann live gesagt hat. Ja. Weil er konnte kein Wort Englisch und im Prinzip hat Spielberg ihm alles vorgesagt und er hat's dann nachgesprochen. Na, das ist doch cool. Das ist doch cool. Auf jeden Fall wird das, ist dieser Teil auf ewig mein liebster Indiana Jones Teil. Oh, das ist interessant. Das ist einfach nur, weil ich damit dieses Erlebnis verknüpfe, das ich hatte, was ich vorhin erzählt habe. Also, das sind für mich alles Filme, die, also die ersten drei, wenn ich von allen Filmen spreche, der vierte Teil, den besprechen wir ja später, aber die ersten drei sind für mich alles unfassbar geile, top-notch Filme. Aber der zweite Teil ist halt so, ja, den habe ich am meisten geguckt und natürlich habe ich den auch früher dann, weil ich den als erstes gesehen habe, immer nochmal wiederholt geguckt und ich kann den halt auswendig, ich für alles, aber, und ich sehe auch, ich sehe auch, was man daran kritisieren kann im Gegensatz zu Teil 1 und Teil 3, aber es ist mir einfach scheißegal. Teil 1 und 3, die sind so ein bisschen, die sind fast ein bisschen gleichförmig. Ja, die sind komplett aus einem Guss quasi. Und der zweite, der fällt so raus, aber, ah, das mag ich an dem, also der ist wirklich, also da sind echt so Szenen drin, insbesondere halt mit dem, mit dem Ritual und so weiter, hatten wir schon erwähnt, da denkst du echt so, das ist ein Spielberg-Film, also, also auch die Sachen, die John Williams da macht, ey, ich glaube, so abgedrehte Scheiße hat der noch nie abgeliefert. Ja, der ist ja feiert aus allen Rohren schon wieder. Das Interessante ist, dass die einige Sachen irgendwie entweder abgeguckt oder so ähnlich verarbeitet haben in dem Film Young Sherlock Holmes, wo Spielberg Executive Producer war, geschrieben von Chris Columbus und inszeniert von Barry Levinson. Ich glaube, der kam ein Jahr später und das ist im Prinzip so eine, weiß nicht, so ein bisschen eine Waterdown-Version von Temple of Doom, weil du hast da eine ganz ähnliche Sequenz, wo da halt Leute in einem geheimen Tempel in London sind. und auch so dieses Belauschen, dieses, dieses Belauschen irgendwie von oben. Ja, genau, die sitzen da in der Star-Tour, Belauschen, die Musik klingt ähnlich. Ja. Du hast da definitiv ein paar, ähm, Parallelen und, äh, der heißt ja, der heißt ja im, im Deutschen auch irgendwie das Geheimnis des verborgenen Tempels oder so, also im Original Young Indiana Jones, ne? Äh, äh, Sherlock Holmes. Ja, der ist ganz nett sogar. Auch ewig her, dass ich den gesehen habe. Oh ja, 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 der ist, der ist nicht schlechter Film. Das ist eher vergessen, ja. Oh, total. Das, 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 das Größte, woran sich die Leute bei dem noch erinnern, ist, dass der erste CGI-Charakter taucht dort auf, der Filmgeschichte. Ah, stimmt. In Form von einer Halluzination eines, äh, Ritters, der aus so einem Kirchenfenster spielt. Genau, aus so, äh, Buntglasfenster zusammengesetzt ist, ne? Genau, und Buntglasfenster, das war der erste halt CGI-Charakter in einem Film, ist irgendwie für 30 Sekunden im Bild und animiert von dem Team, was dann später Pixar sein würde. Ja. Ähm, ja, und das ist, äh, das ist krass, also das ist halt einer der großen Meilensteine, aber es ist halt sehr interessant, dass dieser Meilenstein in diesem Film versteckt ist, den heutzutage kaum jemand kennt, schon gar nicht in Deutschland. Ja gut, der allererste CGI-Effekt, der war ja, glaube ich, in, ich glaube, das war irgendwie die, die Sicht von Jules Brunner in, in Westworld, so seine, also, was man halt mit seinen Augen sieht, das ist ja heutzutage eigentlich nur noch Pixelbrei, aber das dürfte der allererste CGI-Effekt der Filmgeschichte gewesen sein. Mein Problem mit dem, äh, mit diesem Indiana Jones ist so ein bisschen, dass halt, ich finde, der hat zu viele LOLs zwischendurch, halt irgendwie so ein bisschen, der hat so ein paar Durchhänger zwischendurch, wo ich mich auch nicht wirklich gut dran erinnere, aber wo ich irgendwie noch weiß, ja, da hab ich mich gelangweilt. Halt irgendwie ein paar Sachen, die so zwischendurch zu lange geht, ohne dass irgendetwas Außergewöhnliches passiert, halt gerade so in der zweiten Hälfte, wo irgendwie da ganz, wir sehen ganz oft Kinder leiden und dann sieht man Harrison Ford leiden und halt, wenn dann letztendlich so das Action-Finale steigt, dann ist alles wieder gut, aber davor ist immer so, ist irgendwie so ein bisschen, äh. Ja, das könnte aber auch Absicht sein, weil das eben diese Phase ist, wo, wo India hier diesen, diesen schwarzen Schlaf, äh, da irgendwie intus hat. Ja. Und da merkt man auch, da ist wirklich, also, so die, die, dieses exotische Flair und diese, diese Düsternis, die baut sich ja über den Film hinweg auf, bis zu diesem Punkt und ab da ist dann wirklich, also da merkt man auch, dass Willy total zurückgeschraubt wird, bis auf ihr Geschrei. Übrigens hat sie 71 Mal geschrien, hab ich gerade mal nachgelöst. Im Gedankenfilm. Okay. Man hat, man hat hier genug Zeit für Trivia zwischendurch, ja. Ja. Diese, diese schlimme, diese schlimme Szene ja auch, wo sie sie dann rettet und sie muss da die Hand da reingreifen, das sind ja alles echte Insekten und sie hat im Prinzip, vorher hat sie irgendwie so eine Yoga-Übung gemacht und war irgendwie unter Drogen, also sie hat irgendwie Berührungstabletten genommen und sich so, hier sind nur kleine Kreaturen, die auf mir rumkrabbeln. Könnte das aber auch nicht. Und dann musste sie da echt ihre Hand reinstecken und ich hab neulich auf Twitter hat jemand das gepostet, wo Harrison Ford ihr da durch das Loch so, we are going to die und er macht dann dieses, dieses Schmollmund-Gesicht, dieses, dieses so flehende Gesicht und das hat mich komplett gekillt. Dieser. Die Szene ist aber auch klasse. Die ist, die ist richtig, richtig klasse. Ja. Und da kommt ja auch das her, womit, also ich meine, das macht er schon im ersten Film mit der, mit der Peitsche, aber da kommt ja auch mit das her, wo er dann halt unter der, unter der Tür dann auch seinen Hut rausfischt. Und das ist ja auch etwas, was halt nicht mehr wegzudenken ist, das ist ja zahllose Parodien von. Ja, 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 das ist, aber um nochmal hier mit der, mit der Tonalität, vielleicht ist am Anfang der Humor, meintest du ja schon, das ist so alles ein bisschen mehr in your face. vielleicht ist das auch, weil Speedwork sich denkt, ja, also im Verlauf wird es noch ziemlich düster und zu dem Zeitpunkt, wo dann Indie halt wirklich in, in dieser Sklaven-Trance ist, sag ich jetzt mal ganz salopp, da ist der Humor wirklich komplett abwesend. Ja. Ja, also wirklich komplett da ist, da ist gar nichts mehr. Und vorher ist aber noch so dieser Übergang und deshalb mag ich auch sehr dann diese Szene, wo sie da in der Falle stecken, weil davor ist so dieser Moment, wo, wo Willi jetzt für Fax und Dicker und endlich was Richtiges zu essen haben will. Das ist ja auch so herrlich, wo er da diesen Apfel hat. Und, und es gibt dann aber ja diese Szene, wo, wo sie einander ja irgendwie rumkriegen wollen und dann ja in die entgegengesetzten Zimmer gehen und genau das Gleiche machen. Und der Schnitt ist da so klasse an der Stelle. Das ist super, ja, das ist sowieso eine ganz tolle, eine ganz tolle Szene, die mag ich. Mag ich sehr gerne. Vor allem, wenn er dann auch da verdroschen wird und sie die ganze Zeit noch weiter faselt und er dann im Nachhinein aber an dieser, an dieser Statue rumfummelt, das, das ist einfach großartig. I'm right here. Und die, die Szene auch, weil ich meine heutzutage auch, ich glaube damals schon, glaube ich, hat der Film diese Rassismusvorwürfe auch gekriegt, in der Art und Weise, wie da die, wie da wenigstens Teile der indischen Kultur gezeigt werden. Und das Ding ist, ich habe das nie so gesehen. Ich habe das immer gesehen im Kontext von den Filmen, die sie versuchen nachzumachen. Und es ist definitiv, gerade bei der, wo es auf die Spitze getrieben wird, ist ja die Szene, wo das ganze eklige Zeug auf den Tisch kommt. Ja. Was wir schon kurz erwähnt haben. Und für mich hat das immer diesen, definitiv so ein, fachs, selbstironischen Ton, wo man halt so merkt, die Filmmacher, wir wissen, was wir machen. Wir treiben es auf die Spitze. Das ist hier, das ist hier dämlich bewusst. Wir, das, das ist nicht das, was wir denken, sondern das, wir machen uns darüber lustig, wie die Filme das früher gezeigt haben. Es hat auch so ein, da so einen gewissen Vibe von dem, was Sam Raimi so hier in, hier Army of Darkness oder so gemacht hat. Ja. Das ist halt, das ist halt so over the top und auch ganz bewusst und auch ganz bewusst mit so Anleihen aus einer Zeit. Ja gut, natürlich, ich meine, ja, ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, also so könntest du das heute auf keinen Fall mehr bringen. Es sei denn, es ist wirklich diese komplette over the top, wir scheißen auf alles, Rody. Es ist, es ist eh schon, es ist, es ist total drüber. Das muss man einfach akzeptieren und ich, ich, ich finde es auch nicht schlimm. Also ich meine, das, das war auch die Szene, die mein Kumpel mir irgendwie jahrelang irgendwie angeteasert hatte, dass sie da irgendwie Affenhirn zu essen kriegen oder so. Ja, bei uns, wir in Europa oder auch in Amerika, wir haben da eh einen anderen Blick drauf, aber in Indien ist der Film verboten. Tatsächlich. Oh. Der wird da nicht gezeigt. Ich mag den Spruch von ihm, als sie früher im Dorf sind noch und dann lehnt doch irgendwie, Willie Scott lehnt da doch irgendwie etwas ab, was sie ihr zu essen geben und dann sagt Harrison Ford zu ihr, you're insulting them and you're embarrassing me. Ja. Das ist eine gute Line. Also da muss ich, ich muss noch mal ganz kurz, guckt ihr den auf Englisch? Seid ihr des Wahnsinns? Ich gucke den nicht auf Englisch. Ich gucke den auch auf Deutsch. Ah, okay. Ich bin damit aufgewachsen. Ich kann Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, auf Deutsch, die kann ich dann selten dann auf Englisch noch umswitchen. Genau. Das ist bei mir, da wollte ich vorhin nämlich auch nochmal fragen, weil so Bond, Star Wars, Indiana Jones, die habe ich noch nie auf Englisch geguckt und wenn, habe ich direkt wieder umgestellt. Jetzt zum Nachholen habe ich sie, glaube ich, teilweise erstmals auf Englisch gesehen. Tatsächlich. Einfach nur, um den Vergleich zu haben und dann nochmal zu schauen. Gerade halt bei Filmen, wo du halt ja auch dann teilweise deutsche Charaktere hast, finde ich das interessant, wenn man da vielleicht mal schaut. Das wünsche ich auch immer oft gerne mal um, um zu gucken, oder wenn irgendein, einer mit so einem sexischen Dialekt oder sowas dann eingebaut wird, dann gucke ich, okay, was hat er denn in echt für ein Dialekt? Wen spielt der da oder so? Ja. Apropos Dialekt, wir haben am Anfang ja auch einen kurzen Cameo von Dan Aykroyd, höchstwahrscheinlich noch ein Überbleibsel von 1941, wo er ja einer der Hauptrollen war quasi. Jetzt müsste ich echt überleben, wo denn? Am Flughafen. Der Typ, der ihn zum Flugzeug führt. Ah, okay. Hey, das ist Dan Aykroyd. Ja, das ist Dan Aykroyd, ja. Da habe ich drauf geachtet. Blick it, you miss it quasi. Und man macht, ich glaube, er hat einen britischen Akzent im Original. Ja, und man sieht ihn nicht im Close-Up. Wir dürfen natürlich auch nicht den Club vergessen, Club Obi-Wan. Ja, 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 ja. Das ist, da habe ich mir auch ein T-Shirt gekauft, das ist ganz cool. Aber eben auch nicht in your face, die Referenz. Ganz genau. Und vor allem das Lustige ist immer, wenn ich dieses T-Shirt trage, wo einfach nur Club Obi-Wan drauf steht, dann freuen sich immer alle, oh ja, Star Wars. Ich so, ja, Leute. Sie haben das aber dann da sogar noch mal Full-Circle gebracht, weil in der Clone Wars-Serie gibt es auch mal eine Szene, die so ein bisschen, die ist sowohl an Jedi Rocks angelehnt, aber halt in gut, weil dann eben diese Alien-Dame Anything Goes singt. Ja. In Clone Wars. Geil. Das ist witzig. Das ist, das ist wirklich richtig, richtig cool. Das ist wirklich lustig. Und auch schöne Trivia, wenn da die, wenn sie da am Anfang aus dem Fenster springen im Club und dann landen sie da auf einer Marquise oder dann ins Auto. Das sind halt auch schon im ersten Teil Vic Armstrong, der da auch Harrison Ford gedubelt hat und seine Frau. Ach was. Ja, das ist natürlich ganz cool. Ja, es ist, am Anfang ist es ja, hatten wir ja schon gesagt, es ist am Anfang relativ humorvoll, irgendwann wird es aber, also wirklich, ich bin immer wieder total überrascht, wie grottendüster der teilweise ist. Also auch wie Harrison Ford diesen Zustand dann spielt. Ja, das macht er überraschend. Ja, das macht er richtig stark. Also Harrison Ford ist ja, also nicht auf einem Keanu Reeves Level, aber schon, er ist ja nicht der perfekte Schauspieler. Nee. Er versteht einfach nur die Rolle, die er zu tragen hat, gut rüberzubringen. Aber ich finde auch, wenn er da in diesem schwarzen, dunklen, was weiß ich, Traum oder was auch immer ist, das ist schon ziemlich überzeugend und gruselig. Das macht er, das macht er wirklich gut. Ja. Also das nehme ich ihm ab. Und hier ist alles irgendwie sehr viel mehr noch so irgendwie so, eben exotischer, aber auch irgendwie animalischer, halt in der Art und Weise, wie auch hier der Oberbösewicht, halt Moloram, agiert und so. Es ist alles irgendwie so ein bisschen, ja, es ist übertriebener, es ist irgendwie so, so monstermäßiger, düsterer Zauberer. Und man hat hier wieder halt auch die Konstellation von, wir haben hier den, den, den Oberschurken und dann haben wir den Heavy, gegen den er kämpfen muss. Ähm, und das haben wir dann hier eben auch mit dem Muskelmann, gegen den er da besteht, auf dem, auf dem Fließband. Und hier wiederum halt grandiose Location für eine Action-Szene. Und dann, dann diese unfassbare Sequenz mit, mit den Lohren, das, wo du teilweise, ist das Stop-Motion. Die, die eins zu eins vor allem zitiert wird, also auch wirklich von Kameraeinstellungen her, in der Schule ist Money, too, ne? Ja, ja. Das stimmt. Die wussten genau Bescheid. Ja, aber das ist echt der Hammer, wie viele verschiedene Effekte dort zum Einsatz kommen. Halt teilweise sind's Puppen und Miniaturen, teilweise echt Stop-Motion, wo ich dachte, holy shit. Und, äh, also das ist unglaublich, was da, was da abgeht. Und wo du das heutzutage noch schaust und oh mein Gott, dieses Ganze, das Tempo, also man, die, die haben da echt, also du merkst, das Budget ist, glaube ich, auch größer hier als im ersten Teil. Ja, ja, allein diese ganze Anlage da und das ist ja auch handgemacht. Ja, die haben da echt viel reingepumpt. Oh mein Gott, und die ganzen halt, du hast da die, die schönen Matte-Paintings und so und halt, du hast ja auch, dadurch eben, dass du hier mehr Effekte hast, hast du durchaus ein paar mehr so wackelige Aufnahmen, halt, wo du halt so merkst, ja, das sind, das ist definitiv halt irgendwie ein Effekt, als sei es jetzt nur der, wenn sie den, den Hügel runterrutschen und du merkst, das ist halt entweder halt so diese frühe Form von Blue Screen oder Wettel, ähm, äh, da Rückprojektion, ähm, obwohl ich glaube, im Fall von Rückprojektion sähe es ein bisschen besser aus, aber du hast da definitiv, also ein paar Sachen, wo du heute halt eher siehst, ja gut, das ist veraltet. Ja, aber es wirkt immer noch, es wirkt immer noch gut und was, was dieser Film so, auch so verrückt schafft, ist, ähm, du hast erst dieses, diese, diese böse Szene mit Harrison Ford, wo er dann quasi, ähm, in diesem Traum ist, dann hast du diesen Kampf irgendwann gegen diesen, gegen den Muskelberg, der übrigens genau wie der Propeller-Muskel-Protz super übel stirbt, ja, wie er da zermatscht wird, das ist, also, man sieht es ja nicht, ähm, aber das ist richtig krass und dann switcht es, ähm, später wieder zu so einer völlig krassen Abenteuer-Verfolgungsjagd-Szene mit Loren, so, das kannst du, das kannst du halt keinem erzählen. Das erinnert mich irgendwie immer an, an Donkey Kong, den mit dem Lohen. Absolut, ja, Donkey Kong Country, das ist auch da, glaube ich, irgendwie, da, da haben die sich, äh, absolute Hassliebe für diese Level, ey. Und dann die Sequenz auch auf der Brücke, halt alles, so viel wird dir da reingeschmissen. David, äh, ich weiß nicht, hast du den, hast du den damals auch im Kino gesehen? Nein, nee, nee, ich hab den nicht im Kino gesehen, aber es ist tatsächlich auch, mir geht's da wie Till, das war lange Zeit mein allerliebster Teil überhaupt, zum einen, weil ich ja auch indische Wurzeln habe, dann ist das natürlich noch mal was anderes, kann zwar kein, kein Hindi, aber ich konnte dann trotzdem alles nachsprechen und mein Papa hat's mir dann auch einmal übersetzt, aber ich hab dann, also ob das, ob das dann wirklich so ist, äh, was sie gesagt haben und das, was sie dann quasi, was Indie übersetzt hat, ob das das gleiche ist und, und man hat ja als Kind dann Shorty, ne, so als Sidekick, ich meine, was gibt's Geileres für dich als Kind zu überlegen, dass du der Sidekick von Indiana Jones wärst und dann natürlich noch die Lohrfahrt, die Achterbahnfahrt schlechthin und diese Welt, die hat mich komplett da reingezogen dann, also das ist tatsächlich auch der Teil, den ich bestimmt am meisten gesehen habe. Ja, bei mir auch. Man guckt ja nicht immer alles, ne, gerade die düsteren Dinge, die übergeht man dann schon mal gerne, man guckt sich dann halt die Lohrfahrt ständig immer wieder an aber, ja, wobei ich sagen muss, dass ich, ähm, also ich, ich mag das, das am Ende auf jeden Fall in der Höhle und so, also die, das mit der Lohr mag ich. Der Endkampf auch. Ich find nur, dass der Film dann so ein bisschen, der hat zum, also zum Ende hat der vielleicht ein bisschen sehr viel Action, finde ich. Erst ist halt, ähm, so relativ, äh, ich mein gut, der Anfang ist natürlich so, wirklich so Bond-like, direkt rein, ne, dann flachtest du aber erst mal so ein bisschen ab, dann hast du halt so diese, diese düstere Episode und dann wird es halt eigentlich wirklich fast ein reines Actionfest, also das ist ja eigentlich fast schon wie bei, bei, bei Camerons Alien, ne, wo dann irgendwann eigentlich auch nur noch. Es ist nicht optimal verteilt, es ist nicht so gut verteilt wie im ersten Teil. Ja, also das Pacing ist nicht so gut. Ja. Der erste Teil, der ist so, so smooth, geht ja auch durch und der hier ist halt so ein bisschen, aber auf der anderen Seite mag ich das irgendwie auch total. Also dieses ganze, dieses ganze Setting ist einfach so geil mit, mit Indien und wirklich, wirklich total anders. Also theoretisch hätte, wer weiß, also manchmal könnte es vordenken, das hier ist eigentlich, also vielleicht ist auch deshalb ein Prequel dann so unter dem Aspekt, es hätte auch sein können, dass sie, dass das der Film ist, den sie eigentlich von Anfang an machen wollten. Ja, der, der, der Teil ist nur ein Prequel halt, wie gesagt, hatten wir glaube ich vorhin schon mal, ähm, George Lucas wollte halt keine Nazis, ne, und das bietet sich ja an. Ja, ja, deswegen. Dann gehen wir halt ein bisschen zurück, aber ich finde das, mir macht das, ja, mir macht das total Spaß, irgendwie erst hast du die, die Introszene, dann hast du das, dann hast du das Abenteuer im Flugzeug, dann hast du nochmal die, die, die Rafting-Fahrt, erst auf Schnee, dann im Wasser, dann hast du so, dann fängt, im Endeffekt erst die wichtige Geschichte des Films überhaupt an, nachdem du schon richtig geile Sachen erlebt hast und dann beginnt so ein bisschen Dschungel-Abenteuer, wo du dann auch so ein bisschen die Charaktere ein bisschen, ein bisschen kennenlernst und dann bekommst du diesen, 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 na, Maharaja-Königs, das Königshaus lernst du dann kennen mit ihren komischen, komischen Vorlieben, dann fängt der Horror an, der Grusel und danach hast du wieder, danach hast du wieder, Gekloppe, Action-Spektakel und, und cooles Finale. Ich finde, wenn ich, es fällt mir ja sehr schwer, meine Nostalgie-Brille bei gewissen Dingen abzusetzen. Ach was. Aber ich finde das da sehr, sehr gut gemacht. Vor allem muss man bei dem Film wirklich das schlucken, was da passiert. Also sei es, sei es das Schlauchboot, das ist halt einfach, das ist halt alles klar, Indie stirbt, so das, und der Film ist vorbei, weil das ist halt, das ist halt so ein unfassbarer Quatsch. Aber dann auch am Ende, wenn, wenn dieser Wassertank umkippt und durch die, durch den Lohrentunnel fließt, die fahren 500 Meter über eine Brücke und da drunter ist was, Lava, das Wasser kann da nicht hinkommen, wo die sind. Das, das ist so ein unfassbarer Bullshit und ich saß da auch mit meiner Frau, hab das geguckt und wir dachten, ey, das ist, das, das geht nicht. Das ist halt so geil, aber es geht halt nicht. Aber der Film feiert das. Der Film, der Film feiert das. Absolut. Und das. Der hat diese, der hat noch mehr Campiness als der erste Teil. Das ist so geknaut. Also, der ist so richtig, campy. Das ist halt voll geil und dieser Tank ist nicht so groß. Der fühlte sich einfach schon in dieser Hülle, wo der umkippt, würde ich es verteilen und das war's. Aber es ist halt einfach. Und das ist eben auch das Ding, halt je nach, egal wie kritisch man mit diesem Film umgeht, er hat so viele unvergessliche Momente. Ja, 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 total. Die einfach super ikonisch sind und das, das ist eben das, was da so, was den Film so besonders macht. Ich muss ehrlich zugeben, ich mag ihn, ich finde, er ist der drittbeste von allen, leider. Also, ich mag ihn halt wirklich nur am drittliebsten. Mach den ja nicht zum schlechten Film, weil die anderen beiden sind halt absolute, absolute Hammerfilme. Ich mag halt dann bestimmte andere Filme einfach besser, lieber. Und man muss auch noch, was man erwähnen muss, dies ist der Film, gemeinsam mit dem ersten Gremlins, dem wir das PG-13-Rating verdanken. Weil diese beiden Filme, Gremlins und dieser hier, waren immer noch PG. Und dann haben die, also was im Prinzip das Amerika-Equivalent ab sechs ist, in Filme halt FSK einstufen. Und dann haben die Kritiker gesagt, das geht nicht. Halt Gremlins und dieser hier, das geht nicht. Wir können nicht. Und dann hat Spielberg mit entschieden, seine Worte waren im Prinzip, okay, wie wär's, wir nehmen PG und nehmen ein bisschen scharfe Soße dazu. Und dann entstand das Rating PG-13 und das Lustige war, dass dann Filme, die eigentlich R-Rated waren, also halt im Prinzip halt ab 16 oder ab 18, je nachdem, wie man da in Deutschland geht, dass die dann PG-13-Rating gekriegt haben, weil das gerade in war. So hatte dann zum Beispiel, ich weiß nicht, war das auch der brutale Schießfilm, Red Dawn, war dann PG-13. Obwohl die den nicht gekürzt haben. Das war wirklich ein R-Rated-Film. Und die haben eben bloß das Rating gegeben. Ach, das ist gerade das angesagte Rating. Ja, das ist sowieso, Ratings sind ja auch nochmal ein Podcast wert. Matthäus ist ja in Frankreich ab 12, also so viel dazu. Ja, die haben da ganz andere Prioritäten. Da ist auch Fifty Shades of Grey ab 12. Ja, ja, nochmal ein ganz anderes Ding. Genauso wie halt, Kainohrhasen ist ja hier ab 6, der wäre in Amerika halt. Ich find den aber auch ehrlich gesagt schwierig ab 6, aber ... Ist schwierig ab 6, aber halt da sieht man eben, wo dann die Prioritäten liegen, weil, oh, da wird niemand in der Kopf weggeschossen. Ja. Also es ist ab 6, da gibt's dann einfach nur, aber trotzdem, das ist da zu viel Sex und zu viel Fluchen eigentlich für Kinder. Warum werde ich eigentlich nie verschont von Till Schweiger? Können wir das, können wir bitte das auf Trailerama umbildsen? Ja. Ich hab nicht damit angefangen, ja. Ja, ja, alles gut. Mehr dazu im Trailerama, wo Till eigentlich immer, äh, fast immer zugegen ist. Kann man sehr gerne reinschauen auf YouTube und auf Twitch, ja. Also meine abschließenden, meine abschließenden Worte zu diesem Film wären halt cooler Film, guter Film. Ich finde nur nicht, dass er so viel Spaß macht wie die anderen. Ja, er macht auf eine andere Art Spaß, würde ich sagen. Es ist halt so eine Reise A, nach B, nach C und dann wieder zurück nach A. Also er ist schon auch ziemlich geradlinig irgendwie. Ist im Endeffekt wie so ein, wie ein Videospiel auch, wie ein Level. Oh, Videospiel ist eine schöne Analogie dafür. So ein Schlauchlevel auch, ne. Das stimmt, weil nämlich auch der, der Plot entwickelt sich ja vor allem nicht so super organisch, weil im Prinzip, der stolpert ja einfach nur in dieses Dorf rein. Das ist ja nicht das, wo ursprünglich hinbeutet. Aber das wiederum mag ich, so dieses, ich meine ganz ehrlich, der Film fängt in Shanghai an, dann fliegen sie mit dem Flugzeug, stürzen ab und auf einmal sind sie in Indien. Ja? Ist im Prinzip die Indiana-Jones-Version von einer Dungeons & Dragons-Runde. Wo halt irgendwie, das fängt irgendwie klein an in einer Bar und dann eskaliert's und dann stolpert er in etwas viel, viel Größeres rein, was er eigentlich gar nicht wollte. Ja. David, hast du noch abschließende Worte zum Zweiten? Also jetzt nach dem Rewatch quasi ist mir dann halt auch noch aufgefallen, dadurch, dass es ein Prequel ist, ist der erste Teil so ein bisschen inkonsequent, weil im ersten Teil ist er ja noch so ein bisschen skeptisch, was das Übernatürliche anbelangt. Ja. Und jetzt auf einmal, und wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass er ein Jahr vorher schon was sehr Übernatürliches erlebt hat. Stimmt. Fand ich dann ein bisschen komisch, dass er die Bundeslade oder das Übernatürliche so ein bisschen so abgezweifelt, nicht so angezweifelt hat. Ja, das fiel mir auch auf mit den Sankara-Steinen, ne? Von wegen, er kennt jetzt die Kräfte. Das ist aber halt wieder Indianer, das ist dann wieder George Lucas, so das ist halt, das ist halt einfach so. Löscht sein Gedächtnis. Ja, das ist, das ist, wir haben die Original-Trilogie, die sagt das, und dann sagt er, oh, ich mach jetzt nochmal Prequels, und übrigens, Obi-Wan wurde gar nicht von Yoda trainiert, haha. So, das ist, Ja, ja. Das ist halt, ja, das ist halt George Lucas unter anderem. Ja, das sind so Anachronismen, ne, die schon ein bisschen ärgerlich sind. Ja, 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 genau. Das ist das eine, das ist eine Sache, was mich so ein bisschen stört, wirklich, ja. Du hast gesehen, wie ein Typ das Herz rausgerissen wurde und das dann noch gelebt, und dann hat das Herz Feuer gefangen, während er in die Lava da gezogen wurde und du wurdest selbst irgendwie Opfer von, von Voodoo-Zeug oder all dem. Und dann, äh, und dann aber letztendlich, äh, oh, aber ich glaub nicht an dieses Zeug. Vielleicht meinte er einfach nur, oh, ich glaub nicht an das Christen-Zeugs. Ja, das haben wir dann ja so im, im dritten Teil dann, ne, da haben wir dann jetzt vielleicht so die Überleitung. Also zusammenfassend kann man sagen, es ist immer noch ein toller Film. Ich kann verstehen, warum der, also, das siehst du auch deutlich in der IMDb. Ich meine, die beiden anderen Teile sind alle über, äh, über acht. Ja. Und der ist auf 7,5. Aber 7,5 ist ja immer noch okay. Ist auch immer noch okay. Aber, äh, Metacritic zum Beispiel hat ja nur 57%. Ja. Was ist das? Ja. Ich meine, das sind ja irgendwelche offiziellen Kritiker, die bla bla bla, das ist halb so wild. Ist ja oft so. Ich meine, da weicht ja schon stark von dem Muster des Ersten ab. Ja, sehr. Und dann ist man ja automatisch ja oft schlechter. Ja. Und das sieht man ja am dritten Teil dann. Ja. Also, was die Konsequenzen waren. Ja, was ich glaube ist, der wird, und der ist ja nun auch alt, dieser Film, der wird nicht dieses, dieses Comeback oder dieses Aufsteigen von, von Episode 5 haben, von Empire Strikes Back. Ähm, sonst hätte er das schon längst. Und ich, das ist auch nicht so wie bei, bei, bei Last Jedi. Da kann ich es mir halt auch vorstellen, dass, ähm, dass der irgendwann nochmal wirklich wertgeschätzt wird. Aber bei Tempel des Todes ist halt, ja, da weiß man um die Schwächen des Films. Ähm, und der wird es nicht schaffen, irgendwann zum, plötzlich zum besten Indiana Jones Film zu werden. Hat er ja auch nicht geschafft. Nee. Ja, auch wenn einige ihn so sehen. Ja, soll ja jeder machen, wie er will. für mich ist, ist das mit Last Jedi ja auch so. jedes Mal, wenn ich ihn gucke, denke ich mir, okay, vielleicht ist das der beste Star Wars Film. Oh, da würde so viele widersprechen. Ja, vielleicht hat man einfach immer nur, immer nur nicht verstanden, ne? Vielleicht, so denke ich mir auch immer bei The Last Jedi, vielleicht habe ich es einfach noch nicht kapiert. Das typische Nolan-Film-Argument, du hast den Film nicht verstanden. Ja, genau. Ganz genau. Es ist eben auch das, genau das, das ist eine gute Parallele mit Last Jedi, weil ich stehe da immer so genau dazwischen, wo dann halt, ja, es gibt Sachen, die ich mag und Sachen, die ich nicht so mag, aber ich finde, es ist weder das beste ever, noch das schlechteste ever. genau. Und das ist das, wo Tempel des Todes eher reinpasst als in Episode 5. Episode 5 ist einfach, da sind sich halt die meisten auch einfach einig und ja, Last Jedi hat halt auch Szenen, wo ich sage, oh Mann ey, schneidet mir den Casino-Moment einfach mal raus und dann ist alles rund. Und das ist bei Tempel des Todes für viele halt einfach auch so. Ja, bei, ich glaube, der Grund, warum Tempel des Todes einfach auch nicht dann diese Qualität dann in der Hinsicht nochmal entwickeln kann, weil der halt wirklich komplett für sich steht. Empire Strikes Back hat halt viele aus damaliger Sicht zumindest dann unorthodoxe Entscheidungen, sage ich mal. Also allein, dass Han Solo eingefroren wird, das dürfte für viele ein ordentlicher Schock damals gewesen sein. Ja, ja. Und es gibt da aber trotzdem dann noch die Verbindung zu Teil 3, wo das dann aufgegriffen und konsequent weitergeführt wird. Ja, ja, richtig. Das kommt noch dazu, deswegen. Genau, das haben wir hier nicht. Dieses Standing ist halt so das, was ich meine. Der unterscheidet sich auch in dem Sinne von den anderen, weil du hast ihn hier nicht in seinem Berufsenvironment, nicht bei ihm zu Hause, du hast seine Regular-Kollegen oder sonst irgendwie nicht. Du hast halt nur neue Charaktere, die danach auch gar nicht mehr auftauchen. Du hast weder zum Vorgänger noch zum Nachfolger irgendeine Verbindung. Ja, du hast deshalb, und deshalb ist ja noch sehr viel mehr so dieses Standalone-Ding tatsächlich. Aber ist schon irgendwie dann unter dem Gesichtspunkt seltsam, dass, ich meine, es wird eben als Trilogie empfunden, aber eigentlich so richtig rund wirkt es nicht. Also der zweite Teil fällt irgendwie raus. Ja, es ist auch keine Trilogie im klassischen Sinne. Das ist eher so ein bisschen wie, keine Ahnung, das ist wie Park Chan-Wooks Revenge-Trilogie. Die haben nichts miteinander zu tun, sind aber drei geile Filme. Ja, das ist, das ist gar nicht mal so ein schlechter Vergleich. Ja. Oh ja, ja, das, ja, solche Filme gibt es ja ab und zu. Einfach drei Episoden-Filme. Ja, wir hatten es im Verlauf ja schon öfters mal angesprochen, auch im Hinblick darauf, ob Indiana Jones eine Entwicklung durchmacht im Verlauf der Filmreihe. Beim dritten Teil ist das vielleicht sogar noch mit am meisten gegeben. Da macht es dann natürlich auch ein bisschen mehr Sinn. Also wir hatten ja schon diesen Anachronismus angesprochen, dass, ja, Indy glaubt nicht an Übernatürliches im ersten Teil, obwohl er ja schon die ganze Nummer in Indien dahinter sich hatte. Es hat dann bis 1989 nochmal gedauert, also gar nicht so lange, bis der nunmehr dritte Teil in die Kinos kam. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Wieder unter der Regie von Steven Spielberg und mit der altbekannten Crew. Da hat man dann endgültig den Bogen geschlossen eigentlich zu den sehr, sehr starken Bond-Anleihen, insbesondere im zweiten Teil. Denn wir haben niemand geringeren als Sean Connery als Neuzugang im Cast, als Vater von Indiana Jones, also Henry Jones Senior. Und wir haben auch erneut wieder eine ganze Horde an Nazis am Start und wieder ein relativ klassisches Artefakt aus der, ja, christlichen Mythologie, in Anführungsstrichen. Ist auch wieder so ein bisschen so ein Back to the Roots gewesen. Es war für mich ja so der erste Teil, den ich ja mega verrauscht auf VHS gesehen habe. Wie war es bei euch? Lasse, wann hast du den gesehen? Oh Gott, ich kann mich nicht mehr erinnern an wann, aber es war definitiv, nachdem ich die ersten beiden gesehen hatte, Sean. Und das müsste halt in der DVD-Collection gewesen sein, die es dann gab von den ersten dreien. Und diese, die in Rot sind, mit diesen dünnen Hüllen. Und das, ja, das war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung. Da hat es nicht sehr lange gedauert, bis ich da voll drin war. Und ich weiß leider auch nicht mehr, wie alt ich war. Also ich müsste so vielleicht so im 12er, 13er Bereich gewesen sein, eventuell sogar noch jünger. Und ich weiß auch nicht mehr, unter welchen Umständen. Aber das war definitiv etwas, wo ich, weil da war ich halt schon ein bisschen vertraut mit der Reihe natürlich. Und ich dachte mir, oh, heiliger Graal, als es dann irgendwann rauskam, worum es sich dreht bei der Suche. Und eben, was eben das coole, neue Zeug daran war, war eben halt die ganze Geschichte mit seinem Vater. Und ja, also ich kann mich, wie gesagt, nicht mal an die genauen Umstände erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich den von Anfang an sehr, sehr mochte. David, wie sieht es bei dir aus? Du hast die ja, glaube ich, alle schon relativ früh gesehen, meintest du, ne? Genau, ich hatte die alle so als selten aufgenommene VHS, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, in welcher Reihenfolge ich die zuerst gesehen hatte, ob ich sie alle drei dann hatte, irgendwie, dass, wie gesagt, erstießt sich mir so nicht mehr. Als Kind fand ich den dritten schon auch geil, weil er natürlich diese schönen Rätselmomente hat und Indies Vater natürlich auch so ein bisschen witzig ist oder ja schon so, also auch als Kind, man sich so einen Vater ja auch irgendwie, schon auch irgendwie cool findet, auch wenn er so ein bisschen Slapstick-mäßig daherkommt. Aber ja, der zweite Teil war mir als Kind natürlich immer ein bisschen lieber, da hat man eher so mit Shorty connected. Aber Sean Connery war ja damals ja auch schon so der James Bond, das war natürlich dann schön, ihn dann so mal in so einer älteren Rolle zu sehen, weil die James-Bond-Filme, die er ja gemacht hat, waren ja auch noch mal ein Ticken älter und man kannte ihn immer so als den Jungen Sean Connery und auf einmal spielt er so einen, ich sag mal, Opa, wenn man das so aus einer Varte eines Zehnjährigen sieht und das fand ich spannend und wenn man ja jetzt bedenkt, dass die, wenn man das rein schauspielerisch betrachtet, dass die beiden eigentlich nur zwölf Jahre auseinander sind, ist das natürlich auch noch mal witzig. Der Fuck, das kann auch nicht sein. Ja, ja, das kann man, das kann man echt nicht glauben. Till, wann, wann hast du den gesehen? Der war ja nicht Teil deines berühmt-berüchtigten Marathons an zweiten Teilen dann wahrscheinlich, ne? Ich hab keine Ahnung, bei dem weiß ich's nicht. Ich weiß, dass ich Teil 2, wie gesagt, zuerst, dann Teil 1, dann Teil 3 und dann den anderen Teil und den, boah, ich weiß es nicht. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich weiß wieder, wie alt ich war, wo das war, wie das vonstatten ging. Wahrscheinlich mit meinem Vater. Also alles, was in die Richtung ging und ich nicht Teenager beziehungsweise erwachsen war, hab ich wahrscheinlich mit meinem Vater geguckt, die ganzen 80er, 70er Sachen. Ja, ich weiß es nicht. Es ist aber schon so mit der Teil, in dem man sich immer öfter angeguckt hat, je älter man wurde. Also ich hab schon gemerkt, so je älter ich wurde, desto besser hat er mir immer mehr gefallen und dann war das auch meistens so der Teil, den ich mir rausgepickt habe, wenn ich gesagt habe, jetzt will ich mal wieder einen Indiana Jones-Film gucken. Also man macht nicht immer gleich sofort so einen Indie-Marathon, sondern man sucht sich dann oft dann ja nur einen der Teile aus und dann war das meistens immer dieser Teil, den ich mir rausgesucht habe tatsächlich. Ja, weil der einfach am unterhaltsamsten ist, würde ich sagen und auch am, auch wenn das jetzt eigentlich negativ klingen mag, gar nicht so gemeint ist, der ist durchaus der konventionellste. Das merkt man schon daran, dass der längst nicht mehr so brutal ist, zum Beispiel wie die ersten beiden Teile. Der hat ja wirklich als erstes die Altersfreigabe ab 12 hier in Deutschland und ja, es ist ja auch so ein bisschen eigentlich wieder Besinn auf den ersten Teil. Also da ist es auch wieder interessant, wie sich so die Entwicklung innerhalb der Trilogie wiederfindet, ähnlich wie bei Star Wars, dass der zweite Teil manchen zu eigenwillig geriet und dass man, dass George Lucas dann Ideen, die eigentlich in eine noch düsterere Richtung führen sollten, dann verworfen hat und stattdessen dann doch wieder eine relativ sichere Bank hier errichtet hat. Also das Äquivalent hierzu ist halt Episode 6 bei Star Wars, wo man dann halt die Evox hatte und generell auch von der Tonalität her wieder mehr in Richtung Abenteuer ging. Und so war es hier durchaus auch. Und dann hat man natürlich noch Sean Connery als großen Trumpf, den man hier ausspielen konnte. Also ich habe das schon immer genossen, dass er da drin war und ich kann auch schon mal sagen, das ist eigentlich mein heimlicher Lieblingsteil. Also mit den Jahren ist mir halt erst bewusst geworden, wie genial eigentlich diese Besetzung von Sean Connery ist. Ja, vor allem, weil wir ja vorher über die ganzen Connections wirklich geredet hatten zwischen Spielberg und Bond und diesem Wunsch und ich denke, das war doch wirklich so ein großes Wunsch-Casting, was er sich dann da erfüllt hat. Und du hast schon irgendwie recht, es hat so diesen Back-to-the-Roots-Ton, wo so im Prinzip Leute mochten das mit dem christlichen Artefakt und den Nazis. Gehen wir da hin zurück. Das ist halt wirklich genau nach dieser Masche. Ja, und deshalb, ich würde halt nicht sagen, die kopieren hier irgendwelche Sachen vom ersten Teil so direkt, es ist halt nur wirklich, dass es halt, dass sie sagen, wir machen es hier mal ein bisschen weniger experimenteller, was das angeht. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass er weniger brutal ist, also ich meine, es ist halt, die Leute sterben hier auch nicht auf weniger zimperliche Art, es geht halt nur alles vergleichsweise schneller und die halten nicht mehr so sehr drauf. Weil ich meine, wenn da Leute erschossen werden, da siehst du immer noch Scripps und all das, wenn da das Blut durch die Luft fliegt und so. Und ich meine, du siehst da, wie Leute enthauptet werden von irgendeiner Vorrichtung. Ja, stimmt. Wo man ja auch erst mal denkt, oh, ist das etwas Übernatürliches. Also es gibt halt weniger von diesen Schockmomenten so gesehen. Sie versuchen sich so an gewissen Ekelmomenten, zum Beispiel eine Kanalisation mit den Ratten. Aber selbst das halt, wenn man jetzt nicht unbedingt große Angst vor Ratten hat. Aber ich finde, die kriegen das mit dieser Wuseligkeit ganz gut hin, dass man sich unbehaglich fühlt. Und halt gegen Ende halt der Tod des Bösewichts ist halt etwas, was für mich immer so ein absoluter Evergreen war. Effektemäßig auch und von der Stimmung her. Und das ist halt etwas, wo wir dann wirklich so dahin zurückgehen und sagen, jetzt packen wir noch mal alles auf den Tisch und let's go out with a bang. Das hat so dieses Feeling da. Tatsächlich würde man heute vielleicht sagen, das ist schon alles so ein bisschen Fanservice. Weil wenn man heute auf eine Fortsetzung hinfiebert, die es jetzt, sag ich mal, noch nicht gibt, und dann hat man viel Geräte und viel Geschreibsel im Internet und dann kommt so ein Film raus, dann denkt man sich, oh, ist ja wieder nur alles Fans. Sie haben einfach alles reingepackt. Das ist das Problem, ja, irgendwie, das ist dieses, früher war man halt nicht so knauserig. Also ich bin ja mittlerweile auch nicht mehr so knauserig, aber das ist einfach so, würde das so heute gemacht werden, wäre das jetzt Teil 5 auf irgendeine Art und Weise, dann würde der, glaube ich, ganz schön zerrissen werden, weil es ist viel zu albern und more of the same. Es ist dahingehend aber dann auch bezeichnend, also wir haben ja nicht nur Sean Connery, wir haben ja zum Beispiel auch Sala als Rückkehrer, also hier John Rhys-Davis und der ist ja jetzt in Teil 5 auch. Ja, das stimmt. Das ist aber cool, ey. Es ist, das habt ihr vorhin richtig geil angesprochen, mit halt, wie wir das heutzutage aufgenommen haben, das passt super zu dem, was ich sagen wollte, weil die, vor ein paar Tagen ging, so ein kleiner Post auf Twitter durch die, durch die Runden über die Anfangsszene von Der letzte Kreuzzug und dass er heutzutage eine Sequenz wie diese verdammen würde, also der Poster von diesem Clip und ich stimme ihm absolut zu, aber in diesem Fall stört mich das gar nicht, halt all dieses hier, was die hier in diesem Film machen, das sind genau, das sind genau die Punkte, die mich zum Beispiel an dem Han Solo-Film gestört haben. Wollte ich auch gerade sagen. Es ist halt, um da wieder so eine Harrison Ford Connection dann zu haben, aber das ist, das Ding ist halt einmal, Filme haben das vorher nicht wirklich gemacht zu dem Zeitpunkt und das Ding ist eben auch, sie verbleiben nicht so lange bei diesen entsprechenden Sequenzen, sondern ich finde, die machen das einfach super hübsch und eben ja, dadurch, dass es vorher nicht oft genacht wurde oder vielleicht eigentlich gar nicht, deshalb kommt das heutzutage nicht wirklich so direkt als Fanservice, wo wir sind einfach nur als so eine schöne Gag-Eröffnungssequenz, halt für die, die es nicht wissen, wahrscheinlich wissen es halt alle, wir haben da einen Flashback zum jungen Indiana Jones, in dem Fall einen Pfadfinder gespielt, ganz wundervoll gespielt von River Phoenix, welcher unsere Welt viel zu früh verlassen hat und da gibt's auch wundervolle Setups, wo wir ganz am Anfang halt ohne Schlange und davon ist er halt überhaupt nicht schockiert, hat keine Angst davor, luchst ein paar Leuten halt ein Artefakt ab, lässt sich dann von ihnen jagen und währenddessen durchläuft er verschiedene Stationen, die halt ihn dann zu dem machen, was er ist, er benutzt zum ersten Mal eine Peitsche, da sehen wir dann, wo er die Narbe an seinem Kinn her hat, welche Hyderus und Ford im echten Leben hat und das haben sie einfach hier dann mit reingeschrieben, er kriegt Angst vor Schlangen. Wie eine Trainingsmontage, nur nicht als Montage, so. Ja, und er kriegt am Ende den Hut. Ja, ja, genau. Und es ist halt all dieses Zeug, was mich heutzutage in egal welchem Film tierisch nerven würde, weil es ist einfach wirklich heutzutage nur noch für dieses Nostalgia-Bait, aber hier hilft es so wundervoll diesem Start und es wird mit so einer Leichtigkeit und auch so mit einem gewissen Humor natürlich präsentiert, wo dann halt, ja, das passiert irgendwie alles halt relativ schnell hintereinander, aber es ist halt trotzdem, es passt einfach auch zu dem Ton des Films, welcher sich er selber auch nicht hundertprozentig ernst nimmt, so gesehen hat. Ich meine, schaut euch an, worauf es basiert. es ist, es ist aber auch, warum das, also da kann ich mich anschließen, als ich es jetzt auch nochmal gesehen habe, dachte ich mir so wirklich, oh wow, also würde das heute gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich über, über jeden irgendwie Origin-Aspekt von ihm gefühlten halben Film oder so. Ja. Stattdessen frühstücken sie das, also in Anführungsstrichen frühstücken sie das in, in dieser Sequenz ab, die ich absolut großartig finde. Aber da, äh, kommt dann eben auch eine Qualität rein, die die Reihe eigentlich schon seit dem ersten Teil hat dieses, es fängt einfach an und es passiert was und es ist was gegeben. Insofern ist diese Eröffnungssequenz eigentlich auch das genaue Äquivalent zu der aus dem ersten Teil. Während bei dem ersten Teil der Charakter geformt wurde und wir ihn kennenlernten, wird er hier so geformt, dass man ihn wiedererkennt. Ja. Das, das fand ich sehr interessant und das, das funktioniert einfach wunder, wunderbar. Allein schon mit, mit, mit diesem Zug und das, das ist ja fast schon, also das hat auch wieder so eine, so eine fast schon Videospielstruktur. Das ist Uncharted, ne? Mal wieder, ja. Uncharted, ja, ist ein gutes, also Uncharted hat sich hiervon garantiert halt super doll inspirieren lassen. Oh ja. Naja, das ist, also das ist, ja im Endeffekt, das Uncharted ist Indiana Jones nur ohne die Lizenz. Das ist eben das Ding, genau. Deshalb ich halt auch dachte, als sie einen Uncharted-Film gemacht haben, dachte ich mir, warum? Das haben wir schon, das ist Indiana Jones, das was Uncharted eben besonders macht, ikonisch dann später in dem tatsächlichen Spiel von Indiana Jones in the Night Crusade, was ja dann auch dort die Einleitung ist und dann damals, wenn man eine richtige Soundkarte hatte und dann dieses Indie-Theme dann über den eigenen PC-Lautsprecher hören konnte über MIDI-Files, das war eine richtige Offenbarung. Also wenn man nicht nur den PC-Speaker hatte, sondern eine richtige Soundkarte, richtige Boxen angeschlossen hatte, ich glaube das Spiel hat ja dann so ein paar unterstützt, das war dann echt genial. Als ich ihn neulich auch nochmal gesehen habe, da bin ich echt bei dieser Sequenz auch nochmal hängen geblieben, weil ich mir dachte, oh mein Gott, weil wirklich halt es sieht, es ist irgendwie alles echt halt. Ja. Also ich weiß nicht genau, wie sie es gefilmt haben, aber meine Güte, die sind da auf einem echten Zug, es sind nicht super viel irgendwie Geschlage oder Getrete oder wie auch immer, es größtenteils halt jemand läuft weg vor anderen Leuten, es wird ein bisschen herumgeschwungen, aber guter Gott, und alles halt in diesen schönen Weitwinkelaufnahmen und es ist so, so aufwendig, so actionreich, so temporär, die geniale Musik, Ja, es ist alles, es ist alles so schön verspielt einfach auch. Also man merkt schon sehr, sehr früh, dass hier der Humor richtig im Vordergrund steht. Nicht nur in dieser ganzen Sequenz, sondern das gibt eigentlich auch schon die Tonalität für den ganzen Film vor. Dadurch ist er dann natürlich auch leichter zugänglich als der erste Teil, äh, als der zweite Teil zum Beispiel, ne? Ja, es ist auch sofort halt, das hat so dieses, und ich denke, auch diesen Ton hatten sich dann auch so diese Young Indiana Jones Chronicles wahrscheinlich dann so ein bisschen bemüht. Ja, aber halt all dieses, und jetzt stellt euch das mal vor, halt diese selbe Sequenz in einem viel späteren Film und dann hätten wir irgendeine CGI 15 Jahre Recreation von Harrison Ford. Oh Gott, ja. Wir werden es ja bald erfahren. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ich weiß ja noch, ich weiß ja noch nicht, wie es da dann werden wird im zugeblieben Film, aber halt, es ist halt wirklich genau so, würde man das heute machen einfach. Und dann wäre es einfach so, so lahm und so creepy und halt überhaupt nicht in irgendeiner Form halt. Und hier eben dadurch, dass dieser Film so, ja, irgendwie einer der Ersten ist, die sowas in der Art machen einfach. Und man merkt halt wirklich halt Spielberg, John Williams, halt die sind so voll auf, auf ihrem A-Game eigentlich. Das ist eine grandiose Sequenz, die geben auch, das Tolle ist auch, obwohl man die wirklich nur kurziert, die geben all diesen, die geben diesen Grabräubern halt wirklich auch so eine gewisse Persönlichkeit, sodass man die dann wiedererkennt, während der, also die geben ihm so ein klein, so ein kleines Merkmal einfach, damit man dann weiß, ah ja, so sind die drauf. Das ist etwas, was, ich glaube, das hatte ich auch schon erwähnt, das ist etwas, worin Paul Verhoeven auch immer sehr gut war. Und ja, und dann halt das große, so, so ein gewisser Twist am Ende, wenn man diesen kurzen Teaser hat von Sean Connery und dann aber auch, man sieht ja auch den Hund, den namensgebenden Hund und, und dann den, dann, oh, die arbeiten für ein, für ein größeres Tier und halt er, er verliert ja so gesehen und dann diese, eine der besten Transitionen überhaupt und einfach nur so simpel, einfach nur simpler Cut, aber guter Gott, ist es effektiv, ist es, mit dem Hut, ne? Ja, es ist wundervoll. Da findet sich ja dann auch eben das wieder, was wir in der vorherigen Szene haben, also, da merkt man schon, dass das ähnelt schon sehr, äh, dem hier mit Belog im ersten Teil, das ist aber auch gar nicht schlimm und es ist halt dann auch die Ironie, dass er dann erwachsen ist und dass der exakt selbe Typ ihm wieder das Gleiche abnehmen will, ne? Und die immer noch diesen gleichen Konflikt hat. Aber zu der Szene mit dem, mit dem, mit dem Hut, wir hatten ja eben Solo erwähnt, das ist halt genau das, was Solo halt für mich persönlich richtig verkackt, ist dieses, sein Nachname. Das ist halt das schlimmste Verbrechen überhaupt und wie er zu dem Hut kommt, ist halt richtig cool. So, und Han Solo ist auch cool, aber wie er zu seinem Namen kommt, ist nicht cool. Das ist halt das Verbrechen daran, das, ja. Ja, und der Film, und der Film verarscht ihn ja auch am Anfang sogar, weil man halt erst denkt, oh, das sind hier irgendwelche Pfadfinder und wir denken ja erst, dass es, wir sollen erst denken, das ist Indiana Jones, der da bei den anderen steht und dann wird entkühlt, oh, das ist, weil er hat genau die Jacke, er hat den Hut, er hat halt dieses ganze Get-Up und dann sehen wir ihn und denken, oh shit, das ist er gar nicht und dann spricht der andere Junge ihn an, Indi, was machen wir? Und dann haben wir Close-Up, den ersten richtigen Close-Up im Licht auf River Phoenix und das ist so cool gemacht und ich glaube, dann erst kriegen wir auch eine Jahreszahl, dann erst kriegen wir dann den Kontext, ah okay, das ist noch um einiges früher, das ist so, so schlau. Aber was mich immer gestört hat ist, man erfährt nicht, was aus dem Pfadfinder geworden ist, weil der rennt ja dann rum, ist auf einmal zu Hause und hat sich einfach von der Gruppe entfernt. Das hat mich tatsächlich auch als Kind immer irgendwie so genervt, dass man gar nicht wusste, was ist denn jetzt mit seinem Freund, was ist denn jetzt mit der ganzen Pfadfinder-Gruppe? Da kommt der nicht mit so einer Tröte rein oder so? Ja, der kommt dann und alle anderen haben sich irgendwie in den Felsen verlaufen, da dachte ich auch Atemkreis. Ja gut, ich meine, wir verlassen dann ja relativ so dieses, ich sag mal, Flashback-Setting. Aber ich fand es dann halt auch so cool, dass der Bösewicht, der ihm ja den Hut gibt, dann gar nicht mehr so richtig böse wirkt, sondern es war einfach ein richtiger Wettkampf quasi, wie so ein sportlicher Wettkampf, wer kriegt das Artefakt? Ja, diese Anerkennung auch von ihm, ne? Irgendwie dieses, also, dass sie ihn erst jagen und dann ist ja, dann, 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 dann kommt ja er aus dem Zug und dann sind die erst total so, ah scheiße, er ist unter dem Kommen und dann hat er aber irgendwie doch so ein, so ein anerkennendes Lächeln im Gesicht. Das ist großartig. Das ist so super. Und das ganze Ding halt, wie sie, ja mit den, mit den Schlangen und allem und ich denke mir, ja nach dem, nach sowas hätte ich auch einen Trauer war. Also das, das ist alles super und auch mit der Peitsche, wie gesagt, es fühlt sich alles so wundervoll harmonisch ein, eben dadurch, dass es ja auch so ein, so ein Zirkuszug ist, ganz, ganz klasse. Ich muss noch eine andere Sache zu dem Film erzählen und zwar haben wir diesen Film gesehen im Rahmen, äh, meines Filmstudiums und zwar für Licht, für das, für das Fach Beleuchtung. Und, äh, unser, äh, Dozent hat den Film eingelegt und hat gesagt, so, mit diesen Unterrichtsstunden werde ich Ihnen so viele Filme kaputt machen und hat uns anhand dieses Films Beleuchtung im Film näher gebracht und seitdem sehe ich das alles komplett mit anderen Augen, ganz besonders bei Spielberg, denn mir ist noch nie aufgefallen, wie, halt natürlich cinematisch, aber auch wie unfassbar unrealistisch die Beleuchtung in diesem Film ist. Halt, mir ist da halt, in dem Rahmen der Unterrichtsstunden, ist mir zum Ersten aufgefallen, halt, ach du Scheiße, so viel Licht kann also ein Feuerzeug machen in einer dunklen Kanalisation und so. Und deshalb, weil alles, und man denkt halt beim Gucken selbst nicht groß drüber nach, aber halt sonst, äh, bei jeder Szene hat er so gesagt, da ist ein Spotlight und da ist so ein Licht und da ist so ein Licht und ich dachte mir, nein! Ich glaub, wir müssen jetzt gar nicht so die Handlung nacherklären, aber wir hatten ja schon den, den eigentlichen Bösewichtern in der Gegenwartshandlung angesprochen, also in Anführungsstrichen Gegenwartshandlung. Der kommt ja dann hier auch relativ schnell aufs Parkett, ne? Ist allerdings eher so ein bisschen, ja, also ich weiß gar nicht, äh, da ist auch lustig im Hinblick nochmal auf Bond, weil, äh, derjenige welcher hat ja auch schon mal einen Bond-Schurken gespielt, ich weiß jetzt nicht genau in welchem Film, aber, äh, habt ihr ihn erkannt? Also den Julian Glover, den Schauspieler, woher man den noch kennt? War er nicht, war er nicht Blofeld in einem Connery? Das? Oder, oder verwechselt er? Da fragst du den Falschen, dann musst du Till fragen. Also ich weiß, das geht's grad gar nicht aus dem Kopf. Ich hab den, hab das gar nicht parat. Also heute kennt man ihn in erster Linie aus Game of Thrones. Genau. Der ist, äh, den werden ja viele hier wahrscheinlich gar nicht so erkennen, aber der ist, äh, Gott, der ist 88, der Schauspieler. Äh, der ist hier, hier, Großmeister Pücel spielt der in, äh, Game of Thrones. So einen, der Stiefel, der, der Oberstiefel lecker eigentlich. Okay, wie heißt der Schauspieler? Julian Glover. Ja, okay. Ich guck mir grade, ich guck mir grade so ein Bild an. Ja, schwierig. Der ist sehr alt geworden. Es ist, ich wollt grad sagen. Äh, in tödlicher Mission steht hier. For your eyes only. Limit, genau. Ja, den hab ich, den hab ich auch nicht so häufig gesehen. Äh, ich glaub, er spielt da irgendwie einen Waffenhändler. Du hast ihn in tödlicher Mission nicht häufig gesehen. Das ist ja einer der besten Roger Moore-Filme. Äh, ich mag Roger Moore nicht so, aber, äh, Macht nicht. Okay, da kommen wir ja genau. Wir sind ja, äh, da er bei, bei Sean Connery, der ja hier, ähm, das hat ja, lasst du schon gesagt, der wird ja am Anfang nur eingedeutet, das, das find ich auch so klasse, weil, also sie, sie bauen da halt wirklich dann, also man, man weiß ja, wer sein Vater spielen wird und sie bauen es aber relativ lange auf, zeigen ihn auch nie so richtig, also auch so über die erste Hälfte des Films, bis er dann halt wirklich eingeführt wird und es, das, das machen sie klasse. Ja. Also auch, auch schon wie, wie, wie er eingeführt wird in der Rückblende mit diesen, äh, gestrengen Gestus auch schon. Ich find das so klasse, wie er sagt von wegen, ja, fang an zu zählen. Ja, ja, nein, auf Griechisch. Das ist, ja, das ist so klasse. Da merkt man halt auch sofort, was die für ein Verhältnis zueinander haben und das, das, das ist halt auch wieder dieses, es, es, ähm, diese Figuren kommen aufs Parkett und innerhalb von vier bis fünf Minuten weißt du eigentlich das Wichtigste über sie. Das ist etwas, was man heute gar nicht mehr beherrscht, leider vom Storytelling her. Entweder durch, durch, äh, geschickte Exposition oder durch, ähm, durch andere Sachen und eine andere Besonderheit ist ja auch an dem Film hier, dass das Love Interest ja ein Teil der, der bösen Buben ist, so gesehen. Ja, das haben sie, genau, das ist eine schöne, schöne kleine Änderung, vor allem, dass sie auch dann nicht so viel rumschreien. Das Lustige ist, ich, und ich komm gerade nicht auf die Namen der Schauspielerin. Alison Doody, das ist keine Deutsche. Sie ist schon mit einem anderen, äh, zukünftigen Bond, äh, in einem Film aufgetreten und zwar in, äh, Taffin mit, äh, ah, wie hieß er? Der andere. Der andere? Pierce Brosnan. Ach so, ja. Da ist sie drin? Das war zu einem Zeitpunkt, wo er für Bond in Frage kam, aber sie sich dann dagegen entschieden haben und dann drehte er einen Film namens Taffin und da spielt sie sein Love Interest. Also sie hatte schon Bond-Berührungen zuvor. Sie hat es schon alle hatte gehabt. Ja. Na, ehrlich. Sie hatte, sie hatte, äh, das, das ist ja auch, das ist zwar dann eher später, aber wir springen jetzt einfach mal dahin, da ist ja diese, diese Szene, wo angedeutet wird, dass sie sowohl was mit Indies Vater hatte, als auch mit Indies. Sie spricht im Schlaf. Genau. Das ist so klasse. Und dann dieser Blick. Ja. Und das ist etwas, was mir komplett halt entgangen ist als Kind. Ja. Und genauso wie sie dann ja auch, es war wunderschön und dann sagt er anstelle von seinem Sohn, wirklich wunderschön. Ich meine auch, ist der, der, und wir haben, wir haben ja auch wieder diese Figuren, die Oberschorgen, dann haben wir den Heavy, so den, und in dem Fall ist es dann halt ein, ähm, Nazi-Offizier. Mhm. Der Nazi-Offizier, ist die deutsche Stimme, ist das Jürgen Thormann? Nein. Die deutsche Stimme, klingt so ähnlich. Nee, nee, nee. Teilweise. Nee, 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 nee. Teilweise klingt das so ähnlich wie Jürgen Thormann, und das hat mich echt irritiert. Jürgen Thormann ist die Stimme von Michael Caine normalerweise. Ist aber kein, äh, deutscher tatsächlich, der Schauspieler von dem Nazi-Offizier Michael Byrne, ist das, äh, seine Rolle. Er heißt zwar Vogel, äh, was auch sonst in dem amerikanischen Film. Peter Neuser hat den synchronisiert. Oh, danke, okay, klingt, teilweise klingt das, gerade wenn er halt zum Beispiel ruft, schnell in den Wagen, da klingt er ein bisschen nach Jürgen Thormann. Ja, ich hab bei dem eigentlich immer nur im Ohr, und ich zeig ihnen jetzt mal, wie man bei der SS auf Wiedersehen sagt. Das, was er, glaube ich, im, im Original sagt er, this is how we say goodbye in Germany, sagt er da. Ja, 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 das ist, ja, ja, gut, da haben sie Übersetzung natürlich. Ja, gut, ich hab's auf Deutsch geguckt. Da haben sie angepasst, aber ist auch grandios, ja. Aber, äh, bleiben, bleiben wir vielleicht mal bei Elsa Schneider. Äh, die wird ja relativ früh eingeführt, da in Venedig. Äh, aber es wird, ähm, ich, ich weiß nicht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen, was die für ein Spiel spielt. Aber wenn man mal so aufpasst, dann kann man relativ schnell so Andeutungen sehen, ne? Also, das wäre auch mal eine Frage gewesen, wann ihr, ob ihr damals beim Gucken als Kind schon gemerkt habt, dass Donovan und Elsa eben quasi böse sind. absolut nicht. Also, also bei Donovan, glaube ich, hatte ich's vermutet, weil das ist, weil das ja schon immer so ein bisschen System hatte. Ja. Bei solchen Filmen. Mhm. Und bei Elsa war ich mir nicht ganz sicher, aber schon so, weil sie natürlich in dem Sinne Deutsche war oder Österreicherin und das ja auch immer irgendwie die Bösen waren. Mhm. Gerade in dem Film. Wobei, jetzt kann man natürlich sagen, dass sie ja so richtig böse ja dann doch wieder nicht ist, weil sie ja schon anscheinend sowas wie ein Gewissen hat, wie man später in Berlin sieht. Mhm. Aber ihre Motivation dann trotzdem nicht so ganz klar ist. Das ist auch ein bisschen klumsy, finde ich, dass in Berlin, wenn sie sich einfach das Buch von ihm wegnehmen lässt. Mhm. Ja, das stimmt. Das wirkt irgendwie ein bisschen komisch. Das wirkt einfach nur, als bräuchten sie jetzt, ja klar, sie müssen es irgendwie wiederbekommen, aber als hätten sie jetzt einfach nur die Auswahl für diesen zugegebenermaßen coolen Gag. Ja. Diesen verdammten coolen Gag, ja. Ja, aber Elsa ist, das mochte ich tatsächlich auch. Also, die ist schon irgendwo eine Antagonistin, aber auch irgendwie halt so ein bisschen, also klar, die kann sich jetzt auch nicht rausreden von wegen Hitlers Helfer, aber David hat schon richtig gesagt, die hat durchaus ein Gewissen. Und da ist ja dann auch die Szene mit der, hier, Bücherverbrennung, und da merkt man schon, dass der das als gebildete Frau schon irgendwie ein bisschen, ja, Magenschmerzen bereitet, wenn da Bücher verbrannt werden und so. Ich finde, bei ihr wirkt einiges an Potenzial liegen gelassen, weil ich finde, in der zweiten Hälfte ist sie größtenteils sehr passiv und ich finde, man hätte dann noch einiges mehr draus machen können aus dem ganzen Zeug, weil am Schluss tat sie mir halt wirklich nicht leid. Ja. Und ich finde, das hätten sie wirklich besser hinkriegen können durchaus, als sie zu einer etwas größeren Sympathiefigur noch machen. Eventuell. Alter, so ein bisschen mehr hin und her, so ein bisschen mehr irgendwie aktiv in ein gewisses Geschehen eingreifen. Ja klar, ich meine, sie lässt sich dann mit dem Buch hinkommen, aber das, da ist wieder auch einfach nur passiv ist das Ding. Also ich denke halt, da könnte man, da hätte man durchaus noch ein bisschen mehr draus machen können. Ja, das Problem ist, dass die das, glaube ich, gemacht haben, damit, auf ihr liegt ja nicht das Augenmerk, diesmal als Sidekick, sondern es ist der Vater. Weißt du? Die Frau, also dieses Love Interest im Endeffekt, ist jetzt nicht so wie in Teil 1 und Teil 2 total wichtig, sondern da hast du Sean Connery und deswegen haben sie die Frau, die zu Indie, die zu jedem Indie-Film gehört, in Anführungsstrichen, der dann nicht so groß die Bedeutung gegeben, wie vorher. Ich finde das eigentlich gar nicht verkehrt. Das ist fein. Ich meine halt nur, ich rede halt nur im Sinne von halt so tatsächlich halt Story Structure, finde ich halt, für mich da so ein bisschen was liegen gelassen. Aber trotzdem ist sie eine starke Frau. Dadurch, dass man sie, glaube ich, so ein bisschen böse gemacht hat und dadurch, dass sie ja Indie ja schon irgendwie reingelegt hat, wirkt sie oder wirkte auf mich immer schon so ein bisschen stark und nicht einfach eben nur so blondes Beiwerk. Nee, sie ist kompetent, sie ist neugierig halt, weil sie, wir sind ja auch direkt halt Indikalisation runter begleitet und ja, sie hat ein bisschen Angst vor den Ratten, aber halt, das ist verständlich. Sie, sie fährt das Motorboot kurz darauf und so weiter und so fort. Also man merkt schon, die, die, die kann was, die weiß was, die will, möchte gern so mehr proaktiv sein und größtenteils einfach nur geht's halt darum, ja, ich bin auch, ich möchte den Graal finden und so weiter und so fort und sie wirkt halt, sie wirkt sehr viel eher getrieben als einige andere Figuren in dem Film. So ein bisschen mehr so fieberhaft von der Idee davon besessen, oh, was könnte diese Entdeckung bedeuten? Ich finde so, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, sie hat auch gewisse Charakteristika abbekommen, die im ersten Teil auch Belog hatte, ne? Ja. Sie, sie ist auch eine Akademikerin und irgendwie auch bereit, über Leichen zu gehen und das, das war ja auch schon so spannend bei Belog und, und Indiana Jones, dass die sich eigentlich sehr ähnlich waren und das hebt dann insbesondere nochmal Elsas letzte Szene hervor, wo sie und Indy halt dann mit, am Ende mit dem Graal wirklich exaktiv, zack, die gleiche Pose machen. Ja. Ne? Das stimmt. Aber es stimmt schon, sie haben das ein bisschen verschoben, den Fokus, weil in dem Film ist halt fucking Sean Connery drin. Ja, echt nicht. Zu dem wir jetzt, glaube ich, auch mal kommen könnten. Das müssen wir, ich glaube, meine Lieblingsperformance von ihm in seiner gesamten Karriere. Ja, neben Name der Rose, auf jeden Fall so eines der absoluten Highlights. Ich muss sagen, ich liebe ihn in diesem Film. Und man merkt, er hat einen Riesenspaß auch. Ja, ja, der hat totalen Spaß. Und zwar wirklich von, von Minute eins an. Und, äh, ich meine, ein Stück weit auch hier mit, von wegen, er hat irgendwie was mit Elsa gehabt und so, da, da parodieren sie ja irgendwie auch wiederum fast seinen Bond damit, ne? Irgendwo auch. Extrem. Und es ist auch relativ Bond-artig, wie sich ja auch Harrison Ford sofort, sofort in Venedig so an sie ranschmeißt und, und mit ihr flirtet und so weiter. Und das hat wirklich genau diese Vibes. Und dann halt werden sie in der Kanalisation, werden sie so ein bisschen mehr zusammengedrängt durch die Umstände und wie sie dann einfach so übereinander herfallen. Aber es ist halt alles halt, es ist, es wirkt hier einfach alles sehr viel humorvoller und natürlich auch einvernehmlicher als die, äh, Sean Connery-Bond-Ära, wo es ja wirklich eher rapey war. Ja, das war schon sehr macho-lastig, das ist echt übel teilweise, ja. Ja, aus heutiger Sicht, schwierig, ne? Sehr, sehr chauvinistisch heute. Das, aber ja, gut. Stimmt, ja, aber Sean Connery, ähm, macht, macht wirklich eine gute, eine gute Figur in dem Film. Das macht, also die Chemie zwischen den beiden funktioniert auf der Leinwand super. Die ist auch, äh, im Hinblick wieder darauf, dass man da einfach den, den, Schwerpunkt verschoben hat. Die Beziehung zwischen Indy und seinem Vater, die ist, die ist das Herzstück des Films. Mhm. Das, äh, das, das steht absolut im Zentrum und der, äh, zentrale Konflikt auch zwischen denen, der einfach auch so grandios, äh, erzählt wird, irgendwie über deren Interaktion, also allein schon wie die, also schon, schon als sie das erste Mal aufeinandertreffen, dieses mit der, äh, äh, hier, das, wie, wie ist das, äh, also er will doch Indy, glaube ich, erst, als er da reinkommt, will er ihn doch erst irgendwie niederknüppeln mit der Vase. Macht er ja sogar. Und dann, stimmt. Oh nein, ich kann mir das nie verzeihen, sagt er ja dann. Und Indy denkt wieder, es ist auf ihn gemünzt und so. Und dann dachte er, oh nein, das ist, das ist so eine, so eine Ming-Vase oder was auch immer. und dann ist es eine Felschung. Guck mal, das erkennst du hier dran und hier dran. Ja. Und absolut so emotional auch, also, also, schon an der Szene merkst du, dass die emotional irgendwie ein gestörtes Verhältnis zueinander haben. Die, die Krönung ist ja dann wirklich diese Szene, wo sie sich da aussprechen auf der, auf der Hindenburg. Ja. Also hier, Henry Jones Senior zu Indy sagt irgendwie, deine Mutter ist zu dem Zeitpunkt gestorben oder du wolltest nichts mit mir zu tun haben, als du gerade interessant für mich wurdest. Also, das ist so. Das konnte ich auch so nachvollziehen, weil so ging es mir mit meinen Brüdern. Weil meine Brüder sind zehn Jahre jünger als ich. Oh, okay. So, also ich konnte mit denen nie was richtig anfangen, weil ich war halt zehn Jahre älter. Und das ist ja, in jungen Jahren ist das ja, sind das ja Welten. So, und dann als sie interessant wurden, ja, da bin ich woanders hingezogen, sie sind woanders hingezogen, kann man nichts miteinander machen. Konnte das immer so nachvollziehen. Ja, das stimmt. Das ist aber, ja, das ist fantastisch auch, wenn du dann, worüber willst du reden? Ach, mir fällt nichts ein und so. Ja, die bauen das alles ganz wunderbar auf. Auch wie dann aber auch sie ihnen zeigen, wie halt, er wirkt am Anfang so ein bisschen, ja, er ist so in seiner Welt, er ist so ein bisschen, er wirkt so ein bisschen halt zerstreut, so Bumbling Professor, aber dann halt, wenn da Elsa bedroht wird, er dann sagt, sie arbeitet für sie, lasst sie sie abknallen und so. Und dann, wo man dann halt sieht, nee, aber der Typ ist, der Typ ist schlau. Und hätte halt Indy nicht dann so das Herz für sie gehabt, dann hätte er die, ja, also dann wäre es alles ganz anders ausgegangen. Diese, diese genialen kleinen Details halt, eigentlich eine meiner, eine der Stellen, wo ich mich jedes Mal wirklich wegschmeiße vor Lachen, also wenn sie mit dem Motorrad entkommen und den, und sie haben gerade den, den letzten, sind gerade die letzten Gegner losgeworden und Indy ist so stolz irgendwie, haha, und dann Sean Connery sitzt neben ihm da in dem, in dem, in dem Beifahrer-Ding und irgendwie. Und ist überhaupt nicht beeindruckt. Guckt ihn so, so guckt ihn so, so unwillig an und halt zieht seine Uhr auf. Das ist so genial. Aber auch, aber auch die anderen zwei, wo er, wo sie noch in der Burg sind und er das Feuer entfacht und dann die Notlüge, äh, äh, es brennt. Und mit dem Flugzeug, der Fuß ist getroffen worden. Und der Stuhl, genau, genau, wir sind, wir sind getroffen worden. Das ist halt auch wieder, das ist, der, der ist wirklich da, das exakte Gegenteil von Bond. Es ist so, eigentlich, eigentlich spielt er fast eine Bond-Parodie, gemischt mit einem Akademiker. Irgendwie schon, ne? Und der macht das aber so trocken, was halt so geil ist. Die wollen uns umbringen, ich weiß, Vater, das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Aber die, die ist hier mit dem, mit dem Kamin, also ich, ist auch so gradios, wie die dann irgendwie diesen, da ist alles super daran, ja. Also in jeder Szene, wo es Sean Connery ist einfach. Das ist alles, alles genial. Vor allem, ich glaube, das ist eine Anspielung daran, dass eine der George Lucas Drehbuchideen für einen Indiana Jones film war, irgendwie was mit dem Geisterschloss. Das ist gut möglich. Okay, das weiß ich nicht. Ich meine, mal etwas davon gehört zu haben. Und ich glaube halt, dieses Szenario mit der Burg ist so ein bisschen halt, entweder eine Anspielung oder so ein gewisses Überbleibste von dem Szenario. Mhm. Wo, genau, aber ich meine halt, eine von George Lucas Drehbuchideen war Geisterschloss. Ja, aber bei Connerys Figur, da können wir jetzt auch generell nochmal, dieser ganze Grals-Mythos ist ja hier sehr präsent. Vor allem über seine Figur oder, ja gut, Markus Brody nicht so. Markus Brody, können wir eigentlich kurz abhaken. Eigentlich ist er komplett überflüssig in dem Film. Fanservice. Ich fände es nicht direkt überflüssig, ihr hält für einen der besten Gags des Films her. Ja, ja, das stimmt. Er spricht, er spricht zig Sprachen und so weiter. Oh mein Gott. Er wird runtertauchen, sie werden ihn nie wieder sehen. Wahrscheinlich hat er den Bral in der Hand. Schnitt. Kann mich irgendeiner hier verstehen? Spricht hier jemand Altgriechisch? Ja. Das ist, das ist genial. Ansonsten, ja, glänzt er durch Nutzlosigkeit im Rest. Ich fand das immer schade. Im ersten Teil ist er einfach nur dieser nette ältere Herr. Und hier machen sie ihn zu so einem Idioten. Ja, das fand ich doof. Was ich ein bisschen halt, ich verstehe schon. Und das ist auch ein Merkmal, was so gewisse Sequels machen, wo sie halt sie überziehen, irgendwie eine Persönlichkeit. Oder sie dachten sich, wir müssen halt irgendwas für ihn erfinden, wenn wir ihn mehr zum Teil des Plots machen. Aber ansonsten ist halt einfach einer, der wird gefangen genommen ab und zu. Und ansonsten glänzt er wirklich durch Nutzlosigkeit. Er hat ab und zu, trägt er ganz netten Comic Relief bei. Aber, ne, ansonsten liefert er nicht wirklich viel. Aber das ist, das ist ein kleiner Makel in meinen Augen. Ja, das ist, ich, die Szenen, die er hat, die sind auch trotzdem amüsant. Also auch das hier mit, also nicht nur, oh Gott, dieser Schnitt, der ist sowas von genial mit, er spricht tausend Sprachen und, ne. Und dann aber auch die Szene mit Salah von wegen, ja, es gibt kein Kultusministerium. Rennen Sie, rennen Sie. Das ist, das ist auch so geil. Oder, oder auch hier mit, nee, nee, Quatsch. Das ist mein liebster Marcus Brody Moment, wo der völlig random in diesen Nazi-Panzer reinkommt. und er und Sean Connery sich dann erstmal wirklich begrüßen wie zwei Akademiker-Kollegen. Ja, da merkt man, dass die aus der gleichen Generation sind und das macht dann beide irgendwie wieder verständlich, weil sie ja schon ähnlich ticken und dann ja auch die Sprüche dann, verstehst du, die Feder ist stärker als das Schwert und, ja, ja. Und dann passen die gut zusammen. Das kommt wunderbar rüber. Auch diese, die, die ganze Sequenz auf dem Panzer, mit dem Panzer, neben dem Panzer, eine der besten Action-Sequenzen aller Zeiten. Ja. Mit, mit, mit einer Sache, die mich schon immer gestört hat, ist, wie zur Hölle verfängt er sich an diesem, an diesem Rohr. Genau. Das, das ist etwas, was mich immer genervt hat und dann halt kann er ganz locker dann wieder hochklären. Dann ist es super für Spannung. Das ist eine, eine klasse Sequenz, wenn man da denkt, ach du Scheiße, wirklich in letzter Sekunde. Aber ansonsten ist es, äh, rein, äh, wie, wie kann man das sagen? Ähm, rein, rein irgendwie, äh, räumlich und so. Es ist halt völliger Mumpel. Aber man fiebert mit. Ja, aber das ist ja Indiana Jones. Das hatten wir ja, das hatten wir ja bei den vorangegangenen Filmen auch schon gesagt, dass Indiana Jones, die haben da etwas geschaffen, wo einem das egal sein kann. Ja. So, das ist halt das, das ist halt das Gute, das noch egaler als bei Bond zum Beispiel, wo man weiß, ja gut, natürlich wird Bond nie getroffen oder natürlich hält er 20 Schläge mit dem Hammer aus. Also, aber Indie ist halt nochmal eine andere, eine andere Hausnummer, was Quatsch angeht und Nonsens-Action und Stunts. Oh ja, nee, es ist super, es ist super für die Spannung. Ja, total. Ich liebe die Szene, wie er mit einem Schuss durch drei Nazis durchschießt. Ja. Einfach so vollkommen überraschend und er selber auch, was zur Hölle ist das für eine Waffe. Das ist klasse. Ansonsten halt alles, alles, die Musik, die Explosion, alles drum und dran ist, ist fantastisch an dieser Sequenz. Haben wir schon über die, über die Bootsverfolgungsjagd gesprochen? Nee, auf die wollte ich nämlich noch gucken. Die ist ja auch. Die ist auch super. Ja, sehr gut, weil die ist ja jetzt, wo wir gerade schon bei der großartigen Panzerszene sind. Das ist ja James Bond pur. Das ist ja davor noch, das ist ja einfach nur geil. Ja. Das hat, da sind wir wieder, da sind wir wieder bei Bond, schon wieder. Das ist Bond pur. Absolut, ja. Auch wieder, wie sie da so ein bisschen rumtricksen, wo dann halt, ja, das ist einiges in Venedig gefilmt. Aber wenn sie dann letztendlich mit den Booten losfahren, dann sieht sie im Hintergrund aus, wie im Hamburger Hafen oder sonst wie. Ja, das ist höchstwahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, höchstwahrscheinlich ist das irgendwo in England gedreht. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist meine Güte, das auch mit den Booten durch die Schiffe, das mit der Schiffsschraube und du siehst da in Kamera, wie das ganze Ding auseinanderfällt. Und wie er diesen einen Typen dann da hält, dann irgendwie, also kurz bevor der von der Schiffsschraube dann da irgendwie, also das als Druckmittel benutzt. Och, ich bin auf den Tod vorbereitet, sie auch. Genau, genau. Auf den Typen wollte ich auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Wir hatten ja schon mal irgendwie angesprochen, dass hier auch Dan Brown zum Beispiel, also hier mit Robert Lang, dass das da auch eindeutig von beeinflusst ist. Und ich glaube auch sogar explizit von diesem Film, weil nicht nur, weil es um den Heiligen Gral geht, sondern diese Bruderschaft, die ja auftaucht mit dem Typen da eben und die ja erst eigentlich ja so halber Antagonisten sind und dann wieder doch nicht. Ja, jetzt wissen wir noch nicht, wer die sind, genau. Genau. Die sind, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie ihr jetzt Da Vinci Code noch auf dem Schirm habt, aber, also es wird hier zwar anders genannt, aber mir kann keiner erzählen, dass das hier nicht irgendwie einen Stand-In für die hier, die Prioritätion ist. Ja. Also den Geheimbund. Oh ja, total. Nee, das ist definitiv hier das Vorbild gewesen. Man könnte jetzt natürlich auch ketzerisch fragen, ob Dan Brown sich in Elsa Schneider verguckt hat und sie dann zu dem Gral gemacht hat. Oh mein Gott. Würde ich ihm sowas zutrauen. Absolut. Ach, hellje. Ja, aber das Ganze mit der, ich liebe es auch, wie John Williams da spielerisch mit der Musik ist, wo sie dann halt so, so stereotyp italienisch klingt, die Musik an bestimmten Stellen. Auch während der Verfolgungsjagd dann auch ist er herrlich. Wobei, ich muss sagen, bei dem Score, ich liebe das Thema, was er für die Nazis geschrieben hat. Oh, ich liebe diesen Marsch. So toll, so passend. Der ist, der ist so, also auch hier mit der, ah, mit der, mit der Hindenburg und, ach Gott, ich, ich liebe das einfach alles. Ja, die Musik ist ganz, also die ist, da in dem Teil ist sie wahrscheinlich, ähm, auf ihrem Höhepunkt, also auf ihrem Indiana Jones Höhepunkt. Ich weiß nicht, hatten wir das, wir sind jetzt, wir haben jetzt, wir sind jetzt beim dritten Film, aber haben wir schon über diese Szenen von Indiana Jones gesprochen, wo er immer versucht, jemanden zu erpressen und es nicht schafft? Ich glaube nicht. Das ist, ja, in, in, in Teil 1 ist es ja, da sitzt er mit der Panzerfaust und will die, oh ja, die Schlade zerstören und dann sagen die Nazis, ja, alles klar, mach doch, dann passiert das und das oder, und er so, ja Mist, stimmt. In Teil 2 weiß ich es gerade nicht mehr und in Teil 3 ist es halt jetzt mit der Schiffsschraube so, er bedroht den halt mit dem Tod mit der Schiffsschraube und er sagt, ich bin darauf vorbereitet, was willst du machen? Bei Teil 2 steht er auf der Brücke und sagt, er lässt die Steine fallen. Ja, genau, er lässt die Steine fallen, ja, die werden gefunden, richtig, die werden von jemandem anders gefunden und das wird fortgesetzt, genau. Und in Teil 4, ja, da kommen wir gleich zu. Genau, aber das ist, ähm, das ist in jedem Film, wo er denkt, er hat jetzt die Oberhand und dann merkt der Scheiße. Das ist auch dieses, dieses geile Detail, wenn er, wenn Elsa halt bedroht wird und dann halt, ach, ach, schieß sie. Und dann, und dann halt, weiß nicht, jeder andere Regisseur will einfach, ja, er lässt das Gewehr fallen oder legt es weg, aber hier, schmeißt das auf den Tisch und es zerstört ein paar Gläser, halt sofort, so ein schöner, kleiner, dynamischer Shot einfach zwischendurch und hat sofort immer noch halt mit dem, durch den Krach und so hält man dann das Tempo hoch und einfach all diese schönen kleinen Einfälle, die das zu was Besonderes machen. Ja, ist halt detailverliebt. Das ist, das ist so, die man schon kennt von den, äh, beiden Vorgängern, ne, also. Und dann mit, halt diese geilen, halt auch, wie er dann den einen halt wirklich wie von seinem Ross holt, indem er da die Schranke als Lanze benutzt, wie ein Ritter, äh, aber mein, mein Lieblingsstunt ist definitiv, wenn er wirklich das Ding zwischen die Speichen steckt und sich das Motorrad überschlägt. Ja, das ist super, ja. So gut, einfach so, so viel mit drin. Und halt eben mit diesen ganzen Variationen, halt keine Action-Szene ist dann wie die andere. Und die gehen ja wirklich sehr viel variationsreicher vor. Gerade auch, ich meine halt, ich hätte dann nicht damit gerechnet, oh, wir haben eine Flugzeug-Action-Szene. Mhm. Die auch irre Spaß macht. Vor allem haben wir Flugzeug, wir haben in der Luft und auf dem Boden, am Boden, beides. Geht noch so lange weiter, ja, aber trotzdem ist es nie irgendwie, äh, zu viel. Und dadurch haben sie immer noch die Gags, wenn da, wenn Sean Connery aus Versehen, das ist auch einer der besten. wenn er das wegballert, ja. Elf Uhr, Vater, elf Uhr. Steuerung. Was passiert um elf Uhr? Das ist, stimmt ja, holt da auch seine Taschenuhr raus, das ist so. Ja, das ist schon ziemlich Premium. Aber auf der anderen Seite hat er dann, hat er dann diese Szene mit den, äh, wo er dann irgendwie mit dem Schirm auch total, very British einfach. Total, das ist, das ist britischer Humor, ja. Das ist, das ist, äh, also da, da merkt man auch, man hat, äh, sowohl der Zuschauer, also man, man selbst als auch Indy haben ihn unterschätzt in dem Moment. Vor allem ist es auch wieder so einfach aufgelöst, so wie dieser Schuss im ersten Teil, ne? Man denkt jetzt, es kommt der ewig, ewig lage Kampf gegen so ein Flugzeug, sie müssen rennen, sie verstecken und keine Ahnung, sich irgendwas einfallen lassen, er rennt durch die Vögel, vorbei. Ja, einfach eine geile Idee. Auch zu den Effekten, wenn sie dann, einmal das Flugzeug halt, der Typ, will sie durch den Tunnel verfolgen, die Flügel brechen ab, er rutscht neben ihnen durch den Tunnel durch, in seinem Flugzeug, inmitten von Flammen, unfassbar geil, aber vor allem diese Einstellung, wenn er an ihnen vorbeifährt, das ist tatsächlich Rückprojektion in dem Fall gewesen. Okay. Ja, die ist teilweise, ähm, für das, für 89 oder 88 vielleicht sogar, teilweise sehr, sehr gut geworden. Ja. Das ist super, halt, das Einzige, was gealtert ist in dem Film, finde ich, das sind halt die Sachen tatsächlich im Flugzeug, in der Luft, wo man halt den alten, Ja, na klar, man kennt die Flugzeuge, ja, total. Wo die extrem schwarze Linie ist, halt die Trennungslinie, ähm, aber das, das hatten halt Filme in dieser Art, da früher öfter mal. Lustigerweise eben. Aber das verzeiht man ja, aus dem Grund, dass es halt zu alt ist. Das Ding ist halt, wenn ich mir heutzutage, abseits von einem Tarantino, der das extra macht, ähm, Filme angucke, wo ich mir denke, Leute, das kann nicht euer Scheiß ernst sein. So, das, wie kann das denn schlechter aussehen, als ein 80er-Film? Ja. Das ist halt so dieses Ding, ja. Das Lustige ist, dass jemand wie James Cameron, halt selbst als so modernere, ähm, Sachen verfügbar waren, der hat sehr oft immer noch, Rückprojektionen gemacht, tatsächlich. Einfach, einfach darum. Und ich finde halt, dass das Geile ist daran eben auch, dass es halt so einen bestimmten Look hat und, äh, James Cameron das meistens auch immer richtig gut hingekriegt hat. Also selbst bei sowas wie, bei den aufwendigsten Sachen, halt wenn du da CGI hast in Terminator 2, aber selbst da benutzt er immer noch sehr viel Rückprojektionen für bestimmte Sachen. Und das ist cool. Ich meine, wir haben ja jetzt wieder Rückprojektionen mit diesen, äh, neuen LED-Wänden, ne? Ist ja im Grunde in dem Endeffekt ist es neuartige Rückprojektionen, ja, ja, na klar. Ja, im Prinzip ist es das, ja, in modernen, da habt ihr absolut recht. Und man sieht es auch sehr bei, also da gibt es in der zweiten Staffel eine Szene aus The Mandalorian, da dachte ich wirklich, das ist Rückprojektionstechnik aus den 50ern. Ich wünsche, ich würde mal wieder sowas sehen. Halt, ich liebe zum Beispiel halt, ich meine halt teilweise so bei alten Filmen, wo dann halt dieses super dolle Gewackel, wenn da in Autos fahren und so. Das hat auch, das hat Charme auch. Total, darüber machen sie sich ganz wundervoll lustig, aber auch vergleichsweise subtile Weise ein neues vom Wichser. Da machen sie so eine Rückprojektion und da wechselt innerhalb eines Schnitts, sind die plötzlich in Paris im Hintergrund. Stimmt. Oh wow. Aber es ist herrlich und die wedeln wild mit dem Steuer und so und es passt überhaupt nicht zu dem, was hinten zu sehen ist. Ja, aber deshalb, bei Talent-Til-Regisseure können sowas gut machen und gerade halt, finde ich, Hitchcock hat das immer sehr gut verwendet. Im Hinblick auf das Pacing und die Action-Szenen, also das war ja so ein bisschen mein Problem mit dem Vorgänger, dass der halt erst, also der fängt ja sehr furios an, dann ist aber lange Zeit nix und dann ist am Ende halt ein Riesenfeuerwerk und hier haben sie das, hier ist das wunderbar verteilt. Das liegt natürlich auch daran, dass das hier, ich würde sagen, als erster von den dreien hat der hier fast so einen gewissen Robe-Movie-Charakter auch, was das angeht. Oh ja. Das ja. Ja, das stimmt. Dadurch können sie das besser ausbalancieren. Ja, wobei ich sagen muss, so sehr ich diesen Film auch liebe, der hat in der Mitte schon einen Durchhänger. Oh, wo genau? Also ich hab da, weiß ich nicht mehr, kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. Das war so kurz, wo ich mir dachte, oh, das ist ein paar Minuten zu viel, gerade ist, irgendwie fällt es gerade. Das hat mich sehr gewundert. Ja, diese Berlin-Szene zum Beispiel, die fühlt sich immer so ein bisschen falsch an, wo man so denkt, so jetzt will man doch vorwärts kommen, man will doch endlich mal zum Gral und dann nochmal den Abstecher, um das Buch zu holen. Das war einfach so ein bisschen gimmickhaft, das holt mich immer wieder raus. Geht auch relativ schnell über die Bühne, ne? Ja, auch die, ich mein, die Berlin-Szene geht vergleichsweise schnell. Auch da, unglaubliche Kameraführung, wo man da mit dieser Totale anfängt, da von dem, von dem, von dem Volksplatz oder wie auch immer und man denkt, man bleibt da und dann geht's halt im Vordergrund weiter, bis man da wirklich eigentlich ein Close-Up hat von den Stiefeln und dann kommt Indiana Jones ins Bild, verkleidet und halt alles in einem Take. Mhm. Grandios halt, man hat Establishing Shot und sofort Fortführung der Story. Also mit der, mit der Berlin-Szene, die fühlt sich manchmal schon an, als wäre sie halt um diesen einen großen Gag mit Hitler rumgebracht. das Autogramm, ne? Genau, obwohl der ist halt klasse. Das muss man, das muss man einfach sagen. Der Berg ist mega. Der Gag ist mega. Ich weiß noch, dass meine Eltern das irgendwie so ein bisschen gestört hat, dieses, das Ganze mit der, jetzt zeigen wir das ganze Zeug. Vielleicht dachten sie, die wollen das noch nicht so ganz an uns ranlassen. Mhm. An uns junge Söhne eventuell. Aber ja, aber das Ding ist halt heutzutage, ich meine, das war halt lange vor, so etwas wie Schindler's Liste und so. Gar nicht so weit davor. Ja, lange nicht. Drei bis vier Jahre. Nicht so weit, nicht so weit davor stimmt, aber das war halt bevor sich halt Spielberg ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Mhm. Und hier verarbeitet es in diesem Trash-Rahmen, was er eben auch diesen alten Serial zuldigt, wo er und George Lucas so Fans von waren. Und ich finde, es passt hier sehr gut, dass es auch eine schöne Trivia ist. All die Komparsen, die da zu sehen sind und den Hitlergruß machen, den hat er quasi angefordert, macht hinter eurem Rücken kreuz die Finger dabei. Ja, ja. Ich habe mich immer gefragt, wie macht man denn eine Bücherverbrennung, ohne Bücher zu verbrennen? Ja, ja. Ach, das müssen irgendwelche, das müssen irgendwelche dann halt Fake-Sachen sein. Telefonbücher wahrscheinlich aus dem Vorjahr. Ja, die sie irgendwie eingeschlagen hatten oder so. Keine Ahnung, vielleicht haben sie auch irgendwie sich die binden lassen und die waren aber komplett leer oder so. Ja, davon gibt es ja auch nicht sehr, sehr viele Close-Ups. Ja, aber die verbischen einfach alles. Wir kriegen so die geballte Ladung Nazi-Wahnsinn im Prinzip in der Szene. Dazu passt eben auch dazu, es ist halt nicht das überzeugendste Hitler-Stand-In, aber es passt eben so gut zum Ton des Films. Das, es muss auch nicht überzeugend sein. Das ist halt auch, das hat auch so einen gewissen, ja, palpigen Faktor wieder, ne? So wie zum Beispiel in Glory's Bastards, ja, wen hatten sie da besetzt? Ich glaube, Martin Wuttke, ne? Ja, und da war es wirklich, da war es auch bewusste Karikatur eben, genau. Ja, und hier geht es auch so in die Richtung, das darf auch, das ist auch wichtig bei Indiana Jones, das muss immer so in diesem, also es ist ja jetzt nicht total auf elf gedreht, aber das, das, das muss jetzt nicht irgendwie historisch, äh, akkurat anmuten, aber es ist, darf es eigentlich gar nicht. Ja, nee, absolut, das ist schon richtig, ja, und wie sie dann halt eben entkommen mit dem Zeppelin und so, nee, das ist alles, alles herrlich. Apropos Zeppelin, ist euch da mal aufgefallen, oder das, das fällt mir jedes Mal auf und das stört mich, dass Sean Connery, wenn er Zeitung liest, dass die falsch rum ist. Ich dachte immer erst, früher als Kind dachte ich, okay, der hat die falsch rum, weil die tarnen sich ja nur und er weiß es nicht besser. Und, aber er hat vorher in der Szene davor auch schon Zeitung gelesen und da war sie richtig rum. und jetzt habe ich diesmal nochmal extra drauf geachtet, weil ich dachte, okay, vielleicht ist ja nur das Blatt außen falsch rum und innen, was er liest, ist richtig rum. Aber ist es auch nicht. Ich habe heute nochmal drauf geachtet, er liest sie einfach komplett falsch rum und er liest, er tut ja anscheinend so, als würde er wirklich lesen. Und das, das bringt mich immer so raus. Das ist mir nie auch. Weil er ja auch so überrascht tut, weil ja dann der Nazi ihm ja die Zeitung runter tut. Also hat er ja vorher schon drin gelesen, sondern er hat sich ja nicht versteckt oder so. Auch einer, der viel zitierten Zeilen. Kein Fahrschein. Ja, genau. Was später Kevin Smith benutzt hat, in Dogma. Oh, ja, in Dogma. Ja, genau. Die einzige Zeile, die Silent Bob spricht, genau. Ja, da muss ich auch dran denken. Wo er bewusst gesagt hat, dass das wollte ich als Hommage daran machen. Ja, und das ganze Ding, ansonsten, danach wird es teilweise fast ein bisschen blurry mit den Sachen halt, welche Reihenfolge kommen dann, bestimmte Sachen, bis dann zu der großen Panzer-Szene tatsächlich. Ja, es ist dann ja auch, also die Panzer-Szene, die hat ja dann auch so diese, diese Auflösung irgendwie, dass sie wirklich im Moment denken, Indy hat's erwischt. Als Zuschauer weiß man natürlich, nee, ist nicht so. Ich muss sagen, da haben sie ja auch, ja, das ist natürlich auch irgendwo ein Gag, aber auf der anderen Seite eigentlich auch ein schöner Moment zwischen Vater und Sohn, wie ich finde. Da haben sie ein schönes Gleichgewicht aus, ja, einem emotionalen Aspekt und eigentlich halt einem Gag. Wobei ja die Szene ohne, also eigentlich eher Vater ohne Sohn ist, statt Vater mit Sohn. Und dann aber, wie er dann dazukommt von hinten und dann guckt, weil er überhaupt nicht weiß, was die anderen gerade denken, weil er nicht weiß, dass sie denken, er ist abgestürzt und er stellt sich einfach neben sie und guckt so, was wir gucken und sagen. Das ist auch etwas, was ich in vielen Filmen gesehen habe, aber selten so schön wie hier. Ja, das trifft es, das trifft es, das hat man auch schon woanders gesehen, wahrscheinlich dann auch eher danach und dann davon beeinflusst, aber hier ist es wirklich mit am besten, würde ich sagen. Das wäre dann hier, ja, ich weiß nicht, also für mich hat der Film eigentlich tatsächlich keine wirklichen Hänge. Vielleicht, ja gut, das mit auf Berlin, aber das, das ist unterhaltsam. Und dann kommen wir ja auch eigentlich schon zum, ja, zum Gral. Oh. Und ich muss sagen, das ist eigentlich, ich, ich, ich mag diese ganze Sequenz unheimlich gerne, auch wenn die eigentlich totaler... Von Beginn bis zum Ende, alles geil. Ja. Spannend, coole Fallen, Tricktechnik für damalige Verhältnisse vor allem, ist das alles fantastisch. Und ja, was, was für eine mystische, was für ein mystischer Aufbau, wo man erst denkt, oh Gott, ist das der Atem Gottes und so und dann, das ist echt heftig. Und das ist dann auch etwas, wo Indiana Jones dann auch charakterlich irgendwo gefordert wird, ne? Dass er so über seinen Schatten springen und glauben muss in dem Moment, ne? Ja. Da ist ja dann auch, also das, das wird ja auch, weil das halt totale Büchen eigentlich ist, dass, äh, Henry Jones Senior und er dann irgendwie auch so ein bisschen kommunizieren, äh, durch den Schnitt. Ich glaube, ja, sie kommunizieren durch den Schnitt, aber er kann ihn halt natürlich nicht hören in echt. Ne, ne, er soll ja, heißt ja da auch ständig irgendwie, dass das hier, äh, Sean Connery, dass er gar nicht sprechen soll, ne? Weil er dann ja da im Sterben liegt. Ja, 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 das ist halt echt, das ist dann das, wo es dann, ach du Scheiße, wo es dann halt plötzlich super ernst wird. Und ein großer Schock, also mich hat da, mich hat das mit einem großen Schock getroffen, als er dann plötzlich schießt. Es gibt einen ähnlichen Moment in Beverly Hills, in einem der Beverly Hills Cop-Filme, mit der mich da so erwischt hat. Äh, ja, aber das ist, das ist hier definitiv echt heftig. Und ja, und die, die fallen Ideen sind cool, halt auch sehr klassisch, mit dem, äh, mit den Buchstaben auf dem Boden. Mhm. Aber gut umgesetzt. Alles, halt all das, ich meine halt all das, was du halt heutzutage in so jedem Dungeons & Dragons, äh, Spiel irgendwie findest. Ja, das ist auch wieder, da sind, da bin ich dann eher nicht bei, ähm, nicht bei Uncharted, sondern bei Tomb Raider. Ja. Da hat man ganz, ganz stark, da hat man ja diese Stachelfallen und die Sägen und Kreissägen und so. Ja. Das ist, es hat einfach so viel, so viel beeinflusst, das ist einfach. Man hat doch auch sogar bei Tomb Raider, hat man in einigen Spielen so Überbleibsel von den alten Kulturen oder wie auch immer, oder kämpft du nicht sogar gegen mal, gegen irgendeinen Gladiator, einen Ritter sogar? Mhm. In einem der Spiele? Und ich nehme an, das müsste dann eine Anspielung sein, hier raus. Das ist gut möglich. Boah, also da müsste ich, da müsste ich immer im Kopf rumkramen. Ich hab Teil 1 bis 4 gespielt, weiß ich nicht, das ist auch schon ein paar Jahre her. Das Ding ist, und eben, wo man auch ja die, die Erwartungen werden unterwandert, hat, wenn dann der Ritter zum Schwert greift, oh, und jetzt kommt ein Kampf. Und der Typ ist so alt, dass er es nicht mehr richtig hochheben kann. Ja. Ja. Das hat so ein bisschen Monty Python-Huror. Ja, genau. Definitiv. Finde ich. Ritter der Kokosnuss-Vibes. Das ist absolut. Vor allem halt auch, was mir aufgefallen ist im Nachhinein, das Schwert, das er führt, ist tatsächlich direkt einem historischen Schwert nachempfunden, von irgendeinem König. Ich kann mich nicht mehr erinnern, es könnte Karl der Große gewesen sein. Okay. Aber es hat genau den, den gleichen Knauf, die gleiche Klinge. Also das ist halt wirklich eins zu eins von einem, das hat eins zu eins einem historischen Schwert nachempfunden für, für die History Buffs unter euch. Also ich, ich mag die ganzen, also diese, diese ganze Fallensequenz, sag ich jetzt einfach mal, mag ich unheimlich gerne. Was ich dann aber immer total seltsam finde, dass, ähm, als Inni dann halt in diesem Raum ist mit den Kelchen, dann kommen die auf einmal ganz leicht hinterher. Ja. Also jetzt hier Elsa und, und Donovan, auf einmal stehen die da, dann denke ich mir so, ach ja, da war ja anscheinend doch ein Gang, worüber man einfach so, weil die haben doch jetzt wohl kaum die Fallen nochmal gemacht. Das ging ja auch gar nicht. Nee, aber er hatte doch die Fallen blockiert. Ja. Nee, die Fallen sind ja aktiviert worden, die, die, das blieb dann wo, glaube ich. die wurden ja immer aktiviert, weil die haben ja vorher Freiwillige reingeschickt. Ah ja, stimmt. Aber er hat doch so einen, so einen Stock da reingemacht oder sowas, weil er nicht mehr. Ja, EDR Johns blockiert die Klingen, bei, ich schätze mal bei, bei dem, bei dem Ding mit der, mit dem, mit dem Boden, da hat er dann noch nach hinten gerufen oder die wissen dann einfach, oh ja, genau, wir müssen da auftreten und bei der, bei der Luftbrücke, da schmeißt der Kiesel drauf, damit sie sie sehen. Ja gut, stimmt. Ja, genau, deshalb kommen sie dann so schnell hinterher und da müssen wir noch nicht extra sehen, wie sie, das ist einfach die Vorbereitung darauf, für die, die nachfolgen. Ja, es wirkt da halt so ein bisschen, ein bisschen komisch, aber ja gut, es ist halt auch wieder irgendwie ein bisschen so ein, so ein gewisser, gewisser Trash-Charakter. Was mich da immer eher gestört hat, ist, dass Donovan tatsächlich als erstes trinkt. Da dachte ich, bist du, wenn du, wieso lässt der denn da nicht die Elsa einfach trinken, wenn die so überzeugt ist? Weil er das haben will, weil er das für sich haben will und ihm eigentlich alle anderen scheißegal sind. Ja, der war halt zu besessen, das sieht man ja am Ende auch, wenn, wenn, wenn sie nach dem Cake greifen und dann Indy nach dem Cake greift, das ist ja so eine gewisse, gewisse Anziehung, die der, die der Cake ausstrahlt. Ich glaube, da ist wieder dieses leicht, dieses leicht mystische, übernatürliche da wieder drin. Ja, es ist halt wirklich dieses halt, oh, ich bin verzaubert und überzeugt davon und so und das ist wirklich eine meiner Lieblingseffektsequenzen in irgendeinem Film. Das ist die Alterungsprozess. Ja, der ist absolut großartig. Fantastisch, so geil, vor allem halt auch dieser, dieser große Schock, einmal halt sie schreit, er geht zu ihr und sie schreit, dann nochmal für den Extraschock und dann brechen die Haare hinten aus seinem Kopf und dann wird da alles, oh, oh, es ist so, so toll. Es ist so richtig schön, das, das ist halt auch wieder sehr comichaft. Und ich meine, auf der VHS-Kassette, die ich damals hatte, die ja aufgenommen war, aus dem Fernsehen, glaube ich, war das gekürzt. Jajjee. Und nicht ganz drauf. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, also die, die, die Transformation ist, ist absolut grandios. Also das, aber hier, also mit Donovan, nee, es passt in seinen Charakter. Wenn man mal so über den Filmen weg mal guckt, Hitler und die Nazis sind für ihn eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Ja. Und Dr. Schneider auch. Und man hört es dann ja auch raus von wegen so, ja, sie können hier machen, was sie wollen, mit ewigen Leben und so. Ihm geht es gar nicht mal, glaube ich, so sehr ums ewige Leben, weil er sagt an einer Stelle, ja, ich will den, ich will den haben. Ich will den gerade haben. Man hat ja auch schon am Anfang gesehen, dass der ziemlich reich ist. Der will sich dem praktisch in seine Sammlung stellen. Wie so ein, wie so ein Kronjuwel. Ich sag jetzt nicht, dass der kein Interesse am ewigen Leben hat, sonst wird er ja nicht draus trinken. Das ist so diese, diese reine Habgier eigentlich, ne. Aber die Frage ist jetzt, was ist jetzt magisch? Das Wasser? Hat das Wasser erkannt, dass es der falsche Kelch ist? Oder sind alle falschen Kelche auch auf einmal magisch, dass die etwas auslösen werden, weil es eben nicht der heilige Gral ist? Ich glaube, es ist der Gral, der dann Einfluss auf das Wasser hat einfach. Dass es eben der falsche ist und dann eben auch aus den falschen. Aber die müssen ja die Jahrhunderte davor durch die Welt geritten sein und einfach irgendwelche Grale oder Becher gesammelt haben. Ja. Und dann werden die durch den Ort auf einmal mystisch, dass sie was auslösen, oder? Ich schätze mal, es liegt dann mit an dem Ort und an der Bedeutung, ja. Das muss man auch nicht immer dann komplett hinterfragen. Dann ist auch die Frage, er sagt ja dann auch, man kann den ja nicht, das sehen wir ja da gleich, man kann ihn ja nicht über dieses Symbol tragen. Warum muss er dann bewacht werden? Ja, das dachte ich mir auch vor allem, was ist das denn bitte schön für ein Los? Du hast den und als Belohnung darfst du dann da bleiben? Ich meine ganz ehrlich, das muss der drückste Job ever sein. Wirklich. Ja, armer Kerl. Ja, das ist halt, genau, das ist halt dann der Preis, das ist dann der große Preis für die und sterben. Und das ist ja dann auch der Grund, dass, obwohl Sean Connery davon trinkt, das dann ja sein Charakter eben nicht, also, ewig lebt, eben dadurch, weil er ja dann auch über die Schwelle getreten ist. Und das habe ich früher nicht gerafft. Aber deshalb halt, die Belohnung ist, jetzt bist du geheilt, aber halt, wenn du auch in die Welt hinausgehst, dann wirst du trotzdem irgendwann sterben, so wie es, wie es dann eben die Menschen tun. Und das, das habe ich früher nicht gerafft oder erst vor kurzem begriffen. Da ist dann ja auch die Szene, die haben wir ja schon öfters angesprochen, also erst mal, wo Elsa da irgendwie von der Gier übermannt wird und sich das dann noch mal mit Indy genau wiederholt. Und da ist ja dann eigentlich der schönste Charaktermoment eigentlich zwischen Vater und Sohn an der Stelle, als er ihn dann da Indiana nennt. Und das ist ja dann auch, also da kommt ja dann auch so die, sag ich mal, die Character Journey oder die Arc von beiden dann irgendwie wirklich zu einem Abschluss, weil Indiana dadurch, also er hat ihn ja den ganzen Film über Junior genannt, ist ja auch der Running Gag des Films. Und da ist es dann ja auch, dass er ihn zum ersten Mal dann wirklich ernst nimmt und akzeptiert an der Stelle. Ja, das ist, ja eben, das ist der große Moment und das bewegt ja eben auch Indiana dazu, dann nach oben zu schauen und den Gral legen zu lassen. Und er gibt den Gral ja auch selber auf, obwohl er ja sein Leben lang dafür so ein starkes Interesse hatte und alles verfolgt hat, gibt er ja den, sagt er, nee, mein Sohn ist mir wichtiger. Ich hab den jetzt gesehen, das reicht mir. Das ist auch so ein geiler Effekt, wenn das Wasser die Wunde quasi verschwinden lässt. Ja, das ist auch sehr gut gemacht. Ich weiß auch nicht, wie haben die das gemacht? Das ist so cool mit dem Schaum und allem und dann wahrscheinlich einfach nur Brause. Eventuell, also irgendwie, dass da quasi irgendwas da in dem Wasser dann quasi den Make-up-Effekt weggewischt hat oder so. Aber ja, es ist so toll und halt eben, und da brauchten sie höchstwahrscheinlich keine Postproduktion. Für mich sieht es jedenfalls nicht so aus. Das ist einfach dann, ja, einfach toll gemacht. Und für viele ist ja irgendwie das dann das so richtige große, allgemein akzeptierte Ende. Also jedenfalls für bestimmte Leute. Wenn sie dann einfach alle, alle sind glücklich und froh, reiten in den Sonnenuntergang zur Triumphalen Musik. Nachdem man erfahren hat, dass der Hund der Namensgeber ist. Genau, da wird ja dann auch nochmal irgendwie der Bogen geschlossen zum Anfang des Films. Das ist ja dann auch irgendwie so der letzte Origin-Fetzen, den wir dann da haben. Aber das ist, es ist auch ein grandioser Schluss-Gag eigentlich. Und ja, Spielberg hat es ja dann auch irgendwie, als Teil 4 dann kam, hat er es ja in all möglichen Making-offs immer wieder gesagt, ja, ich habe ja Indie ganz bewusst am Ende des dritten Teils den Sonnenuntergang reiten lassen. Und ja, ob man ihn da hätte belassen sollen, werden wir dann jetzt wahrscheinlich klären. Hören wir jetzt. Ich wollte noch sagen, jetzt da ich auch der Herr der Ringe kenne, was ich früher nicht kannte, hatte ich als Elsa und Inti ja nochmal nach diesem Gral die ganze Zeit greifen, ganz starke Herr-der-Ringe-Vibes, dass es quasi wie so der Ring ist, der sie ruft. Ja. Ja. Also deswegen dachte ich immer, das geht eher vom Gral aus, dass der unbedingt gefunden werden will oder auch nicht irgendwie verschwinden will. Das ist ein spannender Gedanke. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn Jackson sich da irgendwie ein bisschen von hat inspirieren lassen. Da gibt es ja auch in Herr der Ringe durchaus ähnliche Szenen, zwischen Sam und Frodo zum Beispiel. Oh ja, ja, gerade am Ende deine Klippe, ja stimmt. Das ist schon ganz ähnlich. Ja, oder auch so dieses dieses Energische von wegen ich will es haben, ne? Ja. Das ist gekrönt dann eigentlich von der Szene von Bilbo im, hier in Bruchtal. Wehe, wenn du jetzt loslässt später. Ja, genau. Genau. Ach, herrje. Naja, also der letzte Kreuz, so gehen wir doch mal reihum. Fangen wir mal mit David an. Wie ist so dein Prinzip? Ja, ich glaube, der zweite ist immer noch so ein bisschen mein Liebster. Und dann käme jetzt der dritte Teil, weil er einfach von vorne bis hinten tatsächlich null, also auch wirklich nicht langweilig ist und wieder sehr starke, ikonische Szenen hat, die tausendmal zitiert wurden in anderen Filmen. Dann kam natürlich noch hinzu, dass man damals ja dann noch das Spiel hatte von LucasArts, das Adventure-Spiel, das ja eins zu eins an den Film angelehnt war. Deswegen hat man den Filmen auch immer wieder geguckt, um zu schauen, um vielleicht bei dem einen oder anderen Level weiterzukommen. Ich finde das einfach großartig. Also tatsächlich ist schon so mit mein Liebster, ich glaube, so gleichauf mit dem zweiten Teil für mich. Und Sean Connery ist einfach eine Macht da drin. Also ja, also das ist einfach 10 von 10. Ja. Also der Regenschirm oben drauf mit Kirsch. Das ist tatsächlich, also wenn einer sagt so, ich habe noch nie einen Indiana Jones Film gesehen, ich will nur einen gucken, dann würde man, glaube ich, sagen, guck den. Ja. Weil da hast du alles drin. Du hast alles drin, du hast das Beste aus allem, du kriegst den typischen Indiana Jones, du kriegst die typische Storyline, du verstehst sofort, um was es geht. Und ich glaube, dann hat man auch Bock, die anderen zu gucken. Wenn man jetzt, glaube ich, nur den ersten kennt, dann kann ich verstehen, dass man sagt so, okay. Aber wenn man den dritten sieht, dann, glaube ich, hat man Lust auf mehr. Und ich glaube, das ist ja auch, ich glaube, der dritte ist schuld, dass wir einen vierten Teil und einen fünften Teil gekriegt haben. Möglicherweise, ja. Till, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich finde den auch großartig. Also, ich liebe Sean Connery so oder so, also Harrison Ford natürlich auch. Sean Connery hat so eine Hammer-Ausstrahlung und Mimik, also wie der dann, der kann mit seiner Mimik alleine schon Bücher füllen, also schon Geschichten erzählen irgendwie. Das finde ich, finde ich geil. Deswegen, ich bin ja, also ich liebe ja The Rock von Michael Bay. Da einen ganz, ganz großen Teil trägt er dazu bei. Oh, da hat er eine starke Präsenz. Absolut. Dann ist er halt schon auch so, schon deutlich älter, auch wenn es halt irgendwie auch nur zehn, zwölf Jahre Unterschied ist. Und das macht er hier genauso. du kennst ihn als Bond, dann kennst du ihn, dann hat er plötzlich, dann ist er plötzlich alt und ist bei Indiana Jones dabei und dann ist er noch älter und ist bei The Rock und hat immer eine geile Ausstrahlung und das macht es einfach aus. Das ist super lustig, es macht super viel Spaß und ich würde als allerersten Film, ja, also dieser Teil ist am wenigsten, also wir gehen mal davon aus, Teil 1 bis 3, was danach kommt, ob man das jemandem zeigen will oder nicht, ja, damit fängt man nicht an. Aber ich würde auch mit Teil 3 anfangen alleine deshalb, weil man den jetzt anhand Beispiel meiner Tochter als allererstes zeigen kann. So, nicht vielleicht mit 8, so wie wir es früher gemacht haben, aber das, den kann man als erstes, der hat ordentlich eine Portion Humor, der ist gruselig, ja, der ist auch brutal, aber der hat nicht dieses Herz rausreißen und Gesichter einstechen wie in Teil 1 da mit der Falle und so. ein guter Einsteigerfilm dafür, dass der letzte in Anführungsstrichen ist. Und Lasse? Ja, so viel habe ich dazu gar nicht zu sagen, außer es ist mein Lieblings Indiana Jones Film tatsächlich. Ja, Dito. Grundum als Gesamtpaket. Ich finde einfach, dass, ja, das Vater-Sohn-Ding vor allem, das macht es eben so besonders für mich. Ich finde Sean Connery grandios. Ich mag, ich mag alles mit den Schurken, auch vielleicht kontrovers, dass ich das sage, aber mein absoluter Lieblings John-Williams-Score überhaupt, aus seiner gesamten Karriere. Und, ja, insgesamt einfach einer von Spielbergs besten Filme, einer der wundervollsten, schönsten, genialsten Abenteuerfilme. Ich, ich, ich liebe ihn, ich liebe ihn, wird immer zu einem meiner Lieblingsfilme zählen. Und, ja, hat eben auf vielen, in vielen Bereichen hat er eben so einen Platz 1 bei mir inne. Und das, ja, das ist doch was wert. Ja, kann ich jetzt eigentlich nur, mein Fazit ist so, äh, äh, eigentlich so von, von jedem ein bisschen bei euch. Es ist, es ist schon irgendwie mein liebster Teil, es ist, äh, irgendwo der konventionellste, aber auch der wahnsinnig unterhaltsamste. Es ist wirklich auch, also, das kann ich auch, äh, von meiner damaligen Filmerfahrung bestätigen, es ist durchaus der Beste, um in diese Reihe einzusteigen. Also, eigentlich guckt man die rückwärts, theoretisch am besten. Ja, ja, doch, es ist mein Lieblingsteil, aber es ist, es ist immer so ein Hin und Her. Ich mag eigentlich alle irgendwo. Der, der Zweite, äh, hat irgendwie so eine, so eine Sonderposition, aber der Erste und der, äh, Dritte, die, die sind schon recht ähnlich, teilweise. Und das ist, das ist auch gar nicht, äh, verkehrt. Also, es ist ein absoluter Klassiker und man sollte den wirklich gesehen haben. Allein schon halt, um sich nochmal dran zu erfreuen, äh, wie, wie haptisch und handgemacht das hier einfach alles ist. Wobei, da kommen wir dann jetzt endgültig zu der Hürde. Wenn man, äh, die Filme jetzt in der Reihenfolge guckt, und das haben wir ja, glaube ich, jetzt im Rewatch alle gemacht. Mhm. Äh, dann hast du halt den Dritten und daneben dann den Vierten. Und meine Güte, das, das muss, also, wenn man das das erste Mal sieht, muss das echt ein Gefälle sein wie sonst was. Äh, wahrscheinlich so ein bisschen so, als würde man, ja, es ist wahrscheinlich dann auch wieder ähnlich wie bei Star Wars, wenn man dann zum Beispiel Episode 3 geguckt hat und dann Episode 4. Das ist ja auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Naja, also, die kommen einfach aus völlig verschiedenen, äh, Film-Epochen schon regelrecht. Und dann hier, ja, ist es dann aber leider eher so das Gegenteil. Ich stelle mir noch eine schlimmere Zusammenstellung vor. John Carpenter's The Thing und dann das Thing Prequel von 2011. Ach Gott, ja, okay, ja gut, da redet man auch. Also, ich muss hier mal eine Lanse brechen für Teil 4. Ich finde den gar nicht so schlecht. Ja, finde ich auch. Es gibt Dinge, die stören mich daran. Ja. Also, es gibt Dinge, die stören mich wirklich, aber diesen riesen Shitstorm, den es auch damals irgendwie gab und, ah, sie haben Indie verraten und so, das hatte ich nie so richtig. Da kann ich was zu erzählen. Das ist der erste Film, weil ich habe den nicht im Kino gesehen, als er rauskam. Wir haben ihn dann geschaut, als er auf DVD kam. Aber ich kannte die Reihe natürlich zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß, es ist auch sehr viel Aufhebens gab. Oh wow, neuer Indiana Jones, so spät danach. Und so weiter. Und das ist der erste Film, wo mir bewusst aufgefallen ist, dass die Erbsenzählerei von allen Seiten, das war der Film und das war Spider-Man 3. Ich weiß noch, das waren die beiden Filme, die so, die waren nicht exakt zeitgleich, aber so auf jeden Fall vergleichsweise dicht beieinander. Und das waren die beiden Filme, wo mir aufgefallen ist, wie sich Leute über die dümmste Scheiße aufgeregt haben bei den beiden Filmen. Sei es jetzt nun irgendwie halt, oh, Peter Parker tanzt rum oder in diesem Fall bei Indiana Jones, oh, du siehst in ein paar Einstellungen Murmeltiere. Und da denke ich mir, who gives a flying fuck? Halt wirklich insgesamt sind die Murmeltiere, was weiß ich, für zehn Sekunden im Film. Präriehunde. 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 Ja, aber das Problem, das Problem an den, an den, an diesen Murmeltieren oder was auch immer, ist halt, die haben halt, im Vorfeld haben sie halt gesagt, ja, wir machen das wie früher, wir benutzen kein CGI, wir haben irgendwie nur 20 Prozent. Das erste, was du siehst, ist einfach scheiß CGI. Das ist das, was mich stört. Ich verstehe, ich mag ja hier, wie sie hier die Logospielerei machen, dass hier dann das Paramount-Logo zu dem Kleingarten gehört. Ja, aber das ist, ich meine, die Logospielerei, die machen sie ja in allen Teilen und also auch im, ja, im dritten nicht ganz so offensiv wie in den ersten beiden, aber hier wirkt das echt, also da kann ich mich Till anschließen, hier wirkt das echt fast schon wie eine Parodie. Im Film, ja, im gewissen Sinne, ich kann durchaus die Vorbehalte verstehen, aber ich weiß nicht, wie sich Leute daran so aufgehängt haben oder auch an verschiedenen anderen Sachen im Film, wo ich mir denke, ja, bei einigen, ich stimme nämlich absolut zu, mal so direkt irgendwie so rein zu hüpfen. Visuell ist der Film teilweise furchtbar. Nicht immer, aber teilweise wirklich. Und ich, ich muss, ich muss ja auch ehrlich sagen, ich glaube, das habe ich eventuell schon mal erwähnt, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, aber Spielberg und Kaminsky, das ist so eine Mischung, die für mich nur teilweise funktioniert. Und das fällt mir so, es gibt Spielberg-Filme, die Kaminsky gefilmt hat, die gut aussehen, meiner Meinung nach. Und es gibt Filme, wo es furchtbar aussieht. Ich finde halt, die Phase, wo er so in seiner Artist-Phase war, und da kam dann sowas wie Minority Report und AI. Ich finde, diese Filme sehen furchtbar aus visuell. Die sind so überbeleuchtet und mit diesen ganzen Spotlights drumherum. Ach ja, War of the Worlds gehört auch dazu. Schrecklich hässlicher Film. Und mit diesem ganzen Glow. Und hier ist das genau so. Bei bestimmten Szenen, finde ich, ist gar kein Problem. Und ich glaube, das sind meistens auch die Szenen, wo du halt ein törliches, praktisches Set hast irgendwie. Oder halt echte Locations. Aber wann immer es darum geht, oh, wir haben hier CGI-Hintergründe oder wie auch immer, dann ist alles halt viel zu überbeleuchtet, viel zu gleißend und irgendwie schrecklich flach. Und ja, ich verstehe, der Film ist von, das ist aber keine wirkliche Entschuldigung, wenn man sagt, oh, der Film ist von 2008, weil 2008 kam auch für Dark Knight raus. Und zugegeben, für Dark Knight hatte nicht solche Effektsequenzen wie diese hier. Aber halt trotzdem hattest du andere Filme, die vergleichbar besser aussahen einfach. Und ja, es ist, hier siehst du am ehesten so diese, irgendwie diese Lucas-Einflusskrankheit, wovon sich ja Spielberg des Öfteren hat anstecken lassen, wie bei der CGI-ET-Version, die es gibt und wo er ja auch den Film für eine Version nachgebessert hat und wo er es dann zum Glück aber wieder zurückgerodert ist, als er gemerkt hat, wie scheiße das ankommt. Was man merkt ist, und das beteut ja auch Spielberg immer wieder, dass er eigentlich diesen Film nicht machen wollte, dass er ja wirklich offen gesagt hat, ich bin fertig damit, ich will nicht mehr, aber Lucas wollte gern. Und dafür, dass Spielberg wohl keine Lust hatte, finde ich, ist der Film immer noch absolut guckbar. Aber man merkt das so ein bisschen in meiner Meinung nach. Aber ich finde halt, ich finde durchaus, das gewisse Herz fehlt, aber andererseits hat man dann Sequenzen drin, wo ich mir denke, nie und nimmer hat das jemand gemacht, das einfach nur so halbarschig dahin rotzt. Weil es ist immer noch, da ist immer noch dann doch zu viel Care und zu viel Spaß drin in diesen bestimmten Sequenzen. Und zum Beispiel halt die Szene, die für mich jetzt beim Wiedergucken vor ein paar Tagen erst herausgestochen ist, ist, wenn er zum ersten Mal gegen den Russen-Heavy kämpft in der Einrichtung dort, dann über der Rakete oder was auch immer das da ist. Und es ist diese eine Einstellung, wo die beiden, wahrscheinlich ja die beiden Stuntmen, stehen da oben auf dem Gitter und dann schwingen sich beide an Ketten runter und er tritt ihn durchs Fenster und es ist alles ein Shot. Und ich denke mir, holy shit, also das ist wirklich ein beeindruckender Stunt. Und da ist alles echt in der Einstellung und auch ansonsten an anderen Stellen und wo ich mir denke, nein, nein, das ist definitiv... Ja, aber das versuppt leider. Das versuppt leider in einem teilweise wirklich fürchterlichen Digitalbrei. Das ist ja das Problem, das ist es genau. Das Ding ist ja, Lukas hat ja gesagt, wir drehen den digital und dann hat sich Spielberg ja durchgesetzt und gesagt, nee, nee, wir bleiben mal schön bei analog, wir wollen ja auch hier das so machen wie, den Look behalten wie früher und dann stellen die da eine Million eine Million hier Lichtstrahler hin, dass es nur scheiße aussieht, hauen dann noch so einen Blumenfilter drüber. Ja, dieser Filter, furchtbar. Und dann machen sie blöde CGI-Ameisen, blöde CGI-Affen, blöde CGI-Scheiß-Murmeltiere, die kein Mensch braucht. Und bis zur Szene, wenn die in diesem ersten Tempel unten sind, in der ersten Höhle, wo sie dann... Finden sie da den Schädel? Die ist noch ganz okay, also auch wenn dieses Set da total nach Studio aussieht. Das darf es ja auch, das finde ich cool, das ist in Ordnung, abgesehen davon, dass die im Tekken 3 Eddie Capoeira Style gegen Indie kämpfen, das ist so ein bisschen, ja, okay, ist nicht so geil. Bis dahin ist der Film mit Abstrichen noch eigentlich ganz okay, die erste Drittel, erste Hälfte vielleicht. und dann verliert der Film sich halt komplett. Ich würde an einem bestimmten Punkt verliehen, habe ich gemerkt, hat er mich ein bisschen verloren. Das war aber noch nicht der Punkt. Was mir auch lustigerweise aufgefallen ist, bei der Einstellung, wo wir da den Establishing Shot haben von diesem Friedhof, wo er und Charlotte Boeuf dann raufgehen, das ist eine Miniatur, ist mir aufgefallen. Das ist ein digitaler Hintergrund, aber das ist definitiv eine Miniatur, wenn man das so von oben sieht, da im Donner. Dann haben sie das aber irgendwie, das sah nicht, das sah echt nicht gut aus. Aber ich fand das so geil, oh cool, Miniatur. Das fand ich schön, gerade halt in einem Film wie diesem. David, du meintest ja, dass du, dann bist du hier, also vielleicht sitze ich irgendwie da so zwischen, weil ich mag den Film nicht so wirklich, ich finde ihn jetzt aber auch nicht grottig scheiße. Du meintest ja, du hast so ein bisschen so einen Softspot für den, ne? Ja, also ich kann halt diese Machart und dieses ganze CGI gut ausblenden, weil ich mich tatsächlich dann eher so auf Indie konzentriere und wie ist er weiterentwickelt worden und ich hatte auch damals schon immer so das Gefühl, man will diesen Film hassen, weil er von George Lucas kommt und man eh einen riesen Hass auf ihn hatte, wie er Star Wars gepequelt hatte und dann auch noch mit der Special Edition, die er verhunzt hatte von dem, von Star Wars 4 bis 6 und ich glaube, das war so ein allgemeiner Ton, dass man sagt, oh, George Lucas hat da wieder seine Finger im Spiel, er schwört auf seine digitalen Sachen, er macht alles kaputt. Das war definitiv der Weib. Dann kam noch ein bisschen Shia LaBeouf dazu, der glaube ich damals schon so ein bisschen der Liebling von Steven Spielberg war oder das neue Wunderkind, das er ja entwickeln wollte. Ja, wegen Transformers, ne? Und, ja, ja. Ja, und das war natürlich dann so, das war so die Ära, wo es ja angefangen hat, alte Sachen wieder auszukramen, neu zu machen, releasen. The Dark Knight war ja quasi auch noch mal eine Wiederbelebung des Batman-Franchises, also klar, dann vorher schon mit Batman Begins, aber, aber das war so, man hat wieder angefangen, wieder, ja, so in alten Gefilden zu wildern und da gab es ja noch, gab es ja mehrere Filme, die das, die alte Sachen ausgekramt haben, aber deutlich schlechter waren, als das jetzt Indiana Jones fortgeführt hätte. Ich hätte die Fortsetzung auch nicht gebraucht, aber gerade auch mit dem ersten Drittel die Kampfsequenzen oder wie sich das entwickelt hat, man hatte auch wieder schöne, witzige Ideen, fand ich, also wieder dann, wie dann auch wieder so Dinge, so Atombombe wird gezündet, man ist sofort wieder in dieser Zeit drin, so, das ist natürlich im Grunde genommen auch sowas wie die Bücherverbrennungsszene. Es ist ein gutes Zeitkolorit, was das angeht, gerade auch die Eröffnungssequenz mit den Teenagern, die dann da durch, das führt dich sehr gut in die Zeit ein direkt. Ja, das hat schon so einen American-Graffiti-Vibe eigentlich, ne? Ja, das ist komplett genau das, ja. Und das war halt zu dem Zeitpunkt, wo Amerika gesagt hat, wir hassen Russland im Moment. Jetzt schon wieder. Das ist jetzt wieder schick. Aber trotzdem irgendwie so fasziniert von denen war, dass sie dann dauernd irgendwelchen Filmen auftraten. Und ich meine, ja, wenn sie sich entscheiden, wir lassen den Film zu dieser Zeit spielen, dann geben die Russen Sinn als Bösewicht, auch in diesem Kontext. Ja, wo sie irgendwie austauschbar sind. Also, ich meine, klar, man wollte nicht schon wieder Nazis haben und es hätte ja auch nicht gepasst. Wobei, ich bin ja jetzt gespannt, wie sie es im neuen Film mit Mats Mikkels machen, weil der spielt ja 1969, ne? Ja, der spielt so ein, das, wie heißt das denn? Der spielt einen alten Nazi. Der spielt einen alten Nazi. Ja, genau, genau. Ja, ja. Was, ich hab mich, ich hab mich ganz lange über diese Kühlschrankszene aufgeregt, weil kein Mensch, also das ist selbst, ich hab immer gedacht, ja, selbst für Indy ist das irgendwie drüber und dann hab ich nochmal gedacht, naja, wie gesagt, der vierte Teil, ja, der ist verhasst, aber denken wir mal an Teil 2, da ist er mit dem Schlauchboot 100 Meter auf den Boden geknallt, so, okay, er darf mit dem Kühlschrank gerne durch die Luft fliegen nach einer Atomexplosion. und das ist dann okay, da hab ich mich lange dran gestört, bis ich mir erstmal Revue passiert habe, lassen habe, was Indy eigentlich sonst noch so aushält und damit bin ich dann völlig cool. Also ich glaube auch jetzt im Rewatch, wo ich alle vier Teile ja innerhalb von zwei Tagen geguckt habe, hat der einfach deutlich besser funktioniert als damals, als ich ins Kino bin und die anderen Teile schon vielleicht länger her waren. Also das kann ich mir, deswegen hat der mir jetzt beim Rewatch, ich war selber erstaunt, dass der mir gefallen hat, weil ich dachte eigentlich auch, ich müsste den hassen, den Film, aber er hat mir im Rewatch tatsächlich gut gefallen, wenn man so in diesem Flow drin ist, in diesem Indie-Flow, da hat das zumindest auf den Charakter Indie und die Gags, die so gezündet worden sind, ja schon gut gepasst. Also im Grunde genommen machen die ja, ist das ja auch wieder Fanservice, die holen wieder alles Altbekannte rein, machen ein neues Setting und viel Neues hat man nicht. Du hattest es ja gerade eben schon angesprochen, David, also dass das so einer der Filme war, die wirklich irgendwie anfingen, gezielt Nostalgie zu bespielen und Fanservice. Ganz ehrlich, angenommen, es hätte diesen Film jetzt nicht gegeben, ja, oder jetzt nicht, also der neue, wäre jetzt der vierte Teil, der würde fast exakt so aussehen, also von der Konstellation her, also dass man Karen Gill, Alan wieder drin hat, Karen Gill. Dass man irgendwie alles vollstopft mit bekannten Namen, die leider total verschenkt werden, also was zum Beispiel hat ein Jim Broadband hier verloren. Jim Broadband ist eine Sache, ich mochte den Tribute an Marcus Brody, wenn man da kurz sein Bild sieht im Flur und das ist auch nicht super in your face. Ja, mit der Statue, die den Kopf verliert. oh stimmt, da ist nochmal ein, das fand ich aber ansonsten ganz okay. Da muss ich aber sagen, diese Action-Sequenz, also weil wir ja vorhin dabei waren, dass Spielberg ja eigentlich wirklich nicht wirklich diesen Film machen wollte, da hat er aber zumindest, also hier die Sequenz mit dem Motorrad, ne, über den Campus und so, da kommt eine Verspieltheit auf, die man aus den alten Filmen kennt. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist auch alles, ich mag auch den, den Anfang davon in dem, in dem, in dem Café und dann der, der Kampf da zwischen den Greasern und so, das ist super, das ist ein klasse Setup, das ist ein super Anfang dafür, sehr, sehr witzig. Ja. Und ja, und das alles da dann drumherum, absolut. Ich finde, wer hier definitiv extrem verschenkt, ist einer der, äh, ein grandioser Character-Actor und spielt hier, glaube ich, eine der furchtbarsten Figuren seit, was auch immer, Ray Winstone. Oh Gott, oh Gott. Er ist, er ist grauenvoll. Ja. Also wirklich, sein Charakter ist grauenvoll in diesem Film. Ja, oh Gott. Ja, wie gesagt, ich finde am schlimmsten eigentlich Cate Blanchett. Oh. Das, ähm, was, also, wie unfassbar schlecht dieser Charakter geschrieben ist und, wie, wie sie einfach nichts rausholt, also, das ist, also, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Mein Problem ist, sie machen sie irgendwie zu mystisch in irgendeiner Form. Halt, ich mag, ich mag irgendwie halt, das, das Konzept als Bösewicht halt einmal, gut, ein weiblicher Bösewicht dann eben auch einer, der wirklich, wirklich in die Action eingreift, also der was kann. Ich mag halt, ich mag halt hier Gaming, oh, sie führt eine, sie führt eine, ähm, Stichwaffe und halt eben eine Klingenwaffe und ich finde, okay, das ist cool und sie beherrscht halt, äh, 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 Kampfsport, das ergibt alles absoluten Sinn. Was ich eben nicht mag, ist dieses ganze Zeug von wegen halt, oh, und ich, äh, lese hier Gedanken und, äh, eben dann auch der Aufhänger letztendlich, dass es um Aliens geht, ist nicht hundertprozentig das, was, glaube ich, einfach viele wollten von diesem Franchise. Und da, da sie eben so einen direkten Link hat zu diesem ganzen Alien-Zeug, das im Prinzip fast fühlt es sich so an, als wäre ihr Charakter überhaupt die Schuld, dass dieses Zeug hier in diesem Film ist. Da, ähm, da kommen wir aber jetzt vielleicht auch mal so auf den Elefanten im Raum. Die ganze Alien-Nummer. Wenn man ja, ich meine, wir haben jetzt, äh, hier in dem Podcast, äh, wirklich, äh, stark herausgearbeitet, wo Indiana Jones so eigentlich inhaltlich seine, seine Wurzeln hat. Und dass das Ganze auch immer sehr, äh, ja, campy, trashy, äh, war, ne? Und sich eigentlich auch nie da wirklich ernst genommen hat. Dahingehend passen, äh, diese Aliens dann eigentlich sogar irgendwo rein. Weil es ist ja auch eine direkte Hommage an so, hier, Krieg der Welten-Zeugs und so, äh, in den, in, also hier wirklich aus den 50er Jahren, ne? Hier, Austin Wells und so. Das passt eigentlich schon irgendwie rein. Also, so, so von der Zeit her und auch von, von, äh, den, den, äh, Ingredienzien der, der Indie-Reihe, wie es umgesetzt ist, ist aber trotzdem, boah, also, ne. Ist halt wie so ein Plot von Van Däniken irgendwie, ne? Ja, total. Als hätte Van Däniken ein Buch geschrieben und die haben's verfilmt. Boah, hör auf mit Erich Van Däniken, der ist ja mittlerweile jetzt, äh, Oberschwurbler geworden. Ja, ich find das überhaupt nicht, also, äh, Aliens gehören nicht in, zu Indiana Jones rein für mich. In die, Indie, was ich mit Indie verknüpfe, ist, irgendwie das, das Okkulte, das irdisch Okkulte, Voodoo, dunkle Magie, äh, Verschwörungen, und, äh, und da will ich nichts aus dem Weltall haben. Also, das fand ich, das ist, das find ich total dämlich. Ich meine, was, was man ja zugeben muss, ist, dass es ja kein Indiana Jones Film ist, wo sie irgendwie den halben Film lang in einem UFO rumkrauchen, sondern das ist der Aspekt, der wirklich richtig offensiv erst am absoluten Schluss des Finales kommt. Ja, stimmt, man sieht ja auch noch so ein bescheuertes UFO, ja. Oh Gott, das ist einfach wirklich. Ich, ich mag den, ich, ich mag, ich mag die Idee, dass sie das einbauen von wegen, oh, diese alte Zivilisation, und die wurde halt im Prinzip von Aliens errichtet, das ist ja auch etwas, wo immer wieder Leute drüber reden bei den Pyramiden und so. Aber ich mag zum Beispiel die Sequenz, als wenn sie dann in den Tempel gehen und dann sehen sie diese Wandmalerei und eben die Interpretation dieses alten Volkes von den Aliens, die kamen. Und das sind dann eben diese, diese Figuren mit diesen länglichen Köpfen und da sind irgendwie Kabel drin und so. Ich mag da die Atmosphäre und ich mag eben diese Interpretation davon. Ich finde, das ist, das hat da dieses, dieses mystisch Gruselige, was finde ich halt eben die Indiana Jones Filme normalerweise dann auch so haben. Ansonsten, ja, man kann sich absolut über die, über die Herangehensweise dann ansonsten streiten, seien es jetzt nun die Effekte oder wie auch immer. Obwohl ich halt finde, ich mag auch die Atmosphäre, wenn dann das Ufo in die Luft steigt. Das ist so ein bisschen creepy, so leicht. Also diese, diese Mischung aus der Habenheit und creepy. Ich mag, dass man nicht wirklich sieht, wie es dann tatsächlich verschwindet. Das ist dann einfach irgendwie weg. Ja, also ja, natürlich kann man darüber streiten, aber es hat schon so einen gewissen, dann thematisch, finde ich, hat es einen Aweffekt. Nicht unbedingt visuell, aber halt wenigstens halt, ich hab da wirklich ein bisschen tiefer geblickt dann. Was mich einfach nervt an dem Film, eins muss ich dem Ganzen zugestehen, ich mag das Design von dem Kristallschädel. Ja, ich mag auch das Design von dem Alien, das ist einfach schön klassisch, das mag ich auch an sich. Ja, das ist auch so palpig einfach, das, also Mars Attacks ist ja zum, von Tim Burton ist ja zum Beispiel auch, geht ja zurück auf so eine, ich glaub irgendwie Spielkarten-Serie oder sowas aus den 50ern und in dem Stil ist sowas das hier ja auch. Was mich aber viel mehr nervt einfach, dass dieser Film wirklich über die komplette Lauflänge so tut, als würde er das so nach und nach enthüllen mit den Aliens und es ist ja aber eigentlich schon ziemlich früh klar und es wird aber alles, also alles in diesem Film wird wiederholt, als ob man dem Zuschauer wirklich überhaupt nichts zutraut. Ja, das hab ich mir auch gedacht. Also das ist so schlimm in den Dialogen und teilweise auch wirklich richtig dumm, weil, mal ein Beispiel, das ist jetzt vielleicht auch nitpicky und vielleicht auch beeinflusst von irgendwelchen YouTube-Videos, scheißegal, aber da ist ja die Szene, wo sie, hier Area 51, wo sich Irina Spalko Indie vorstellt und dann gibt es ja, da waren wir vorhin auch schon, eine Szene, wo er jemanden bedroht, ne, von wegen, ja, hier Waffen weg oder Dr. Irena Spalko stirbt, ne, und dann ist er aber später nach der ganzen Kühlschranknummer, über die wir vielleicht auch nochmal gleich kurz reden müssen, äh, dann ist er, wird er ja irgendwie vernunft vom FBI und darum, warum auch immer, kennt er plötzlich nicht mehr den Namen von der Ollen. Das, das sind solche dummen, also klar, das mag jetzt nitpicky sein. Das, oh, stimmt, weil ich nämlich auch dachte, weil ich nämlich auch dachte, warum, warum gräbt er, warum graben die da jetzt ihre Akte aus? Ich dachte, der wüsste, oder die müssten doch jetzt wissen, wer die ist. Ja, ja, er hat anscheinend ihren Namen vergessen, also das lässt ihn wie den letzten Trottel dastehen. Gar nicht aufgefallen. Und dann auch so diese, ach, weiß ich nicht, so diese, diese halb, dieser halbgar erzählte Plot, äh, darüber, dass er jetzt irgendwie, äh, unter Beobachtung steht und dann, weiß ich nicht, diese, diese ganze halbgare Quatsch einfach hier mit, mit, äh, Jim Broadband, der total verschenkt ist und dann wird, das, das wird auch total lahm aufgelöst, indem, äh, Indy dann am Ende einfach zum neuen College Dean irgendwie wird, also das ist so. Ja, ich meine, das soll halt, das, das fügt dann auch in die Zeit ein, wo die halt so dermaßen paranoid waren und misstrauisch gegenüber allen, ähm, ich verstehe schon, dass das dann irgendwie da ein, ein winzig kleiner Bestandteil ist, einfach um dann zu zeigen, ja, so waren die Amerikaner drauf da im Kalten Krieg, oder kurz, oder kurz vorher, aber ja, es ist, letztendlich hat es wirklich nicht den geringsten Einfluss auf die Handlung, ähm, immerhin halt gibt es eben so eine gewisse Motivation halt, okay, jetzt bin ich erstmal, jetzt bin ich dorthin unterwegs, aber dann passiert dem was anderes, wie auch immer. Es ist geschenkt. Ansonsten, äh, ich fände, ich fände es halt geil, ich hoffe, irgendjemand schneidet mal das so zusammen, wenn dann, wenn dann da die Atombombe explodiert und Indy steht dann dort vor dem Atompilz und ich hoffe, irgendjemand schneidet das dann so, dass es danach überleitet in The Hills Have Eyes. Ja, das ist ein gutes, das ist ein interessantes, gutes Crossover. Ja, ja, Überleg mal, Indiana Jones gegen die Mutanten in dem The Hills Have Eyes Remake. gib mir, ja, gib mir Indiana Jones 4, gib mir Indiana Jones 4, erste Drittel Indiana Jones 4, letzten zwei Drittel The Hills Have Eyes mit Indiana Jones. Das ist wahrscheinlich für mich der bessere Teil 4. Mit ein bisschen Descent und dann eine lohere Fahrt. Ganz genau. Und dann perfekt. Ja, sollten wir mal ans Studio schicken. Aber ich überlege wirklich so, weil wir jetzt schon wirklich auch mehrmals gemeint haben, dass so die erste Hälfte des Films eigentlich noch, ja, okay ist irgendwo. Ich habe einen Ausschnitt gesehen aus einer Riff-Tracks-Aufnahme, wo die halt einen ironischen Audiokommentar gemacht haben zu dem Film und bei der Szene, wo er dann während der Schießerei am Anfang da, da steigt er ja dann die Kisten hoch und dann rennt er über die Kisten und währenddessen hin mit den Indiana Jones-Melodie und einer von den Riff-Tracks-Typen, der singt dann dazu irgendwie, here we go now, here we go, very slow now, cause he's old, old, old. Da muss man, da muss man aber auch sagen, dass man kann Harrison Ford, also es gibt so Szenen, da merkt man irgendwie, wo er sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Aber es ist nicht so, dass er total lustlos ist. Nee. Also ich meine, er war ja hier auch schon, bitte 60, glaube ich. Aber es gibt schon so ein paar Szenen, wo er sehr awkward wirkt. Also ich würde das sagen, eigentlich jede Szene mit Mary. Mhm. Das sind auch so die Dinge, die mich am meisten an dem Film überhaupt gestört haben. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der Film damals so gehasst werden wollte. Weil man ja Shia LaBeouf so als den Nachfolger auserkoren hatte oder gedacht hat, der wird dafür aufgebaut. Ja. Und er soll Indie ablösen. Und er kommt halt, ist halt auch gar nicht sympathisch. Also er ist kein River Phoenix. Nee. Und hier breche ich jetzt eine Lanze, weil auch ganz viele dann auf diese Hate Train aufgesprungen sind. Ich finde ihn sehr, sehr gut in dem Film. Und nämlich mit einem kleinen Haken. Und zwar, ich finde ihn wirklich größtenteils sehr, sehr gelungen. Ich mag ihn, ich mag ihn, wie er so Marlon Brando-mäßig erst mit einem Film überhaupt erscheint. Ich mag sein ganzes Charakter-Setup. Ich finde, seine Performance ist sehr gut. Auch teilweise lustig, teilweise ernst. Zum Beispiel, ich mag die Szene sehr gerne, wenn sie in diese Irrenzelle dort gehen, wo dann John Hurt da rumgekritzelt hat. Und dann sieht man Shia LaBeouf und er betrachtet die Wände und er weint. Halt, das gibt es nicht irgendwie als Tough Guy, sondern er weint und ist total halt mitgenommen und emotional. Und das ist wunderbar. Und ich mag halt auch eben die Sache, dann wie er dann, ja, wie er sich dann eben halt auch kompetent in der Action-Szene weiß, was auch innerhalb der Handlung erklärt wird, warum er das kann, das ist kein Problem. Wo es ein bisschen doof wird, er wird so ein bisschen zu dieser nervigen, aber wirklich nur ein bisschen, zu dieser nervigen, typischen Char-LaBeouf-Figur, wenn er herausfindet, dass Indiana Jones sein Vater ist. Da gibt es ein paar Momente. Genau. Und das war auch immer das, was mich gestört hat. Also überhaupt. das sind aber wirklich nur ein paar Momente. Also das ist nicht die ganze Zeit. Aber halt, das sind die Stellen, wo er dann ein bisschen unangenehm auffällt. Aber das ist wirklich alles. Ansonsten finde ich, habe ich überhaupt keine Probleme mit ihm in diesem Film, mit seiner Anwesenheit oder mit seiner Performance. Ich finde, sonst macht er das ganz wunderbar. Genau. Für mich war das Problem immer, dass er Indies Sohn ist. Ja. Das hätte es für mich nicht gebraucht. Wäre es einfach irgendein Dude gewesen, lässt es doch dann den Sohn sein von dem Verrückten, den er dann vielleicht so als Mentor zu sich nimmt oder so. Aber dass die beiden verwandt sind, das wollte nie in meinen Schädel rein. Und dass dann auch noch Mary die Mutter ist, das wollte auch nie in meinen Schädel rein. Das ist für mich ein ähnlicher Bruch. Da kann ich jetzt auch, wir hatten ja schon öfters mal auch in dem Zusammenhang Fluch der Karibik erwähnt. Da haben wir ja auch den fünften Teil. Und da ist ja hier Kaya Scott-Lario als weibliche Hauptrolle, die ich auch gar nicht schlecht finde in dem Film. Aber ab dem Punkt, wo sie dann, Spoiler für Fluch der Karibik 5, ein Verwandtschaftsverhältnis zu Barbossa hat. Ach Gott, das habe ich schon vergessen. Bricht das für mich auseinander. Und das ist hier ähnlich. Und das Schlimme ist dann auch, nachdem dann dieser Reveal kommt bei Shia LaBeouf, ist er dann irgendwie auch charakterlich einfach völlig uninteressant. Und er wird dann eigentlich nur noch für wirklich absurden CGI-Bullshit hergenommen, muss ich leider so sagen. Also ob es jetzt diese, diese wirklich grauenhafte Tarzan-Szene ist, oder aber dieser Fechtkampf mit Cate Blanchett. Ich habe nichts gegen den Fechtkampf, also nicht gegen das Konzept an sich. Das ist alles okay. Es ist so beschissen gefilmt. Es ist wirklich seltsam, weil lustigerweise, ich habe mir noch mal die Szene genauer angeschaut und ganz oft ist da eigentlich alles echt im Hintergrund. Es fängt erst an, zu diesem CGI-Hintergrund zu werden, wenn wirklich der Fechtkampf beginnt, glaube ich. Ja, und das stört mich. Das fand ich sehr interessant. Ja, es sieht nicht gut aus. Ich finde halt, der Fechtkampf an sich ist absolut okay. Und auch als Konzept. Der Fechtkampf an sich, ja, na klar, da kannst du ja, da kannst du ja dann in dem Fall nicht so viel falsch machen, wie das drumherum. Ich finde, die Choreografie ist gut. Ich finde, die bauen da ein paar gute Jokes ein. All das ist absolut in Ordnung. Ja, das, 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 das CGI ist, ja. Das Lustige ist, die haben ja diese Wald-, diese Baumschredder-Maschine vorne. Ja. Dass die den, dass die sich den Weg durch den Dschungel bahnen. Die wird nach der Hälfte oder nach drei Viertel des Dschungelverfolgungsjagd, wird die zerstört. Und die haben trotzdem freie Fahrt. Das finde ich auch so, das sind, das nervt mich so tierisch. Die fand ich auch einfach faul, diese Action-Szene. Ja, total faul. Da ist ein komischer Gag, der irgendwie nicht aufgelöst wird. Wenn Shia LaBeouf Indiana Jones das Messer rüberwirft, Matt Williams, wenn er ihm das Messer rüberwirft und dann hinter, hinter seinem Rücken klappt Indiana Jones das wohl auf und dann hört man so ein reißendes Geräusch. Und der guckt irgendwie komisch. Und dann sagt Shia LaBeouf, ach, scheiße. Und dann denkt man, aber man sieht nie, was genau passiert ist. Ja, man denkt, das ist rausgekullert irgendwie, ne? Ach so, ja, nee, aber ich dachte halt, wenn ihm die Jacke, ich dachte, das hätte ihm jetzt vielleicht die Jacke durchbohrt, aber dann zeigt das, zeigt das nach einem Comedy-Close-Up. Aber stattdessen hörst du nur dieses reißende Geräusch. Du siehst ein entsetztes Gesicht und dann schreit der Büff. Ach, scheiße. Aber dann siehst du nicht das Pay-Off. Wir hatten ja schon irgendwie also auch so dieser Legacy-Sequel-Charakter. Wir haben ja hier tatsächlich Karen Allen wieder drin als, erst als Love Interest und dann natürlich auch irgendwie als Mads Mutter. Also ich muss sagen, ich mochte sie ja sehr gerne im ersten Teil. Aber hier ist sie irgendwie so, das funktioniert für mich nicht. Wie ist das bei euch? Sie sieht teilweise aus, als wüsste sie nicht, wo sie ist oder was sie genau spielen soll überhaupt, ist das Ding. Sie wirkt ganz oft, ihr Charakter, einmal die Charakter ist nicht besonders, die Art und Weise, wie sie teilweise irgendwie diese komplett irren Ideen hat, wie sie dann plötzlich einfach nur so grinst, wenn sie den Baum sieht und dann halt sagt sie nicht, was genau sie vorhat mit irgendwas. Sie ist ab und zu ein bisschen zu, ich weiß nicht, irgendwie wirkt sie so hudelig durch den Wind und das wirkt auch nicht wirklich charmant an der Stelle. Ich mag die Szene mit den Beinen im Treibsand. Ich mag die Szene gern. Vor allem nehme ich auch die Auflösung, wenn er dann, wenn sie dann sagt, er ist dein Sohn und das Erste, was sie sagt ist, warum hast du ihn nicht wieder zur Schule geschickt und so. Das ist wieder so ein schöner Indie-Gag, das passt. Genau, das ist dann wieder so eine Anspielung auf Sean Connery quasi, das wäre so ein Sean Connery-Spruch. Genau. Ja, und das ist kein Problem, das mag ich gerne, aber ansonsten halt, ist sie größtenteils ist ja wirklich wahnsinnig passiv dann im ganzen Rest und während der Autoförungszeit wirkt sie irgendwie so komisch durch den Wind. Ja, sie wirkt so wie eine, die man angestellt hat, um irgendwie noch durchzuziehen. Irgendwie so, die müssen wir bringen für die Fans, wir müssen die da irgendwie durchschleusen. Ja. Die hatte für mich überhaupt null Sinn in dem ganzen Film. Aber warum zum Teufel haben sie, also ich meine, dann hätten sie doch auch Nägel mit Köpfen machen und hier John Rhys-Davis. Das kann natürlich auch sein, dass Steven Spielberg gesagt hat, ich habe keinen Bock auf den Film und wenn ich schon keinen Bock habe, dann hole ich mir die Leute, auf die ich Bock habe. Das. Um sich da vielleicht noch irgendwie eine schöne Zeit da kommen. Wir lassen den ersten Teil nochmal irgendwie aufleben. Wenn schon nicht vor der Kamera, dann wenigstens hinter der Kamera. Aber ich muss die Leute ja irgendwie beschäftigen. Dann müssen sie halt ab und an mal auch vor die Kamera schreiben. Ja, könnte schon sein, dass da deshalb dann auch so viele, weil hier zum Beispiel, also wäre in meinen Augen auch völlig irgendwie, also was ist das mit John Hurt zum Beispiel in dem Film? Er ist auch, er ist wahnsinnig nervig in dem Film. Leider auch verschenkt. Er ist ein wandelnder MacGuffin einfach nur, also. Ich mag die Stelle, die eine Stelle, die ich bei ihm mag, ist halt, wenn er dann hol Hilfe und dann kommt er halt mit den Russen Hilfe. Ja. Das ist ganz gut. Was erwartet denn Indiana Jones, wenn er sagt Hilfe und die einzigen im Dschungel sind scheiß Russen, nicht scheiß Russen, scheiß feindliche russische Menschen, die den ans Leder haben wollen. Ich glaube heutzutage kannst du ruhig scheiß Russen sagen. Es sind ja nicht alle. Aber ja. Also John Hurt hat mich komplett an Simpsons erinnert, an Mr. Burns. Ich bringe euch Liebe. Das stimmt. Aber die Szene mit dem Treibsand, die ist ja noch ganz okay, welche ich wirklich ganz fürchterlich finde, ist die mit den Ameisen. Tatsächlich? Die sieht so scheiße aus, ey. Einmal denke ich mir, wenn ihr halt so eine Szene konzeptionell haben wollt, ich meine ja, im zweiten Indiana Jones hattest du einen ganzen Haufen an echten Insekten, durchaus. Aber wenn ihr eine Szene so konzeptionell machen wollt, dann sehe ich keine andere Möglichkeit als CGI in dem Sinne. Ich habe gar nichts dagegen. Das ist auch eine von den Szenen, wo dann halt so der alte Ekelfaktor mit dazu kommt. Ich mag dann wieder den Abgang von dem Heavy, mag ich total gerne. Ich finde, das ist halt richtig schön creepy. Ich mag sowieso den ganzen Faustkampf dann da. Ich habe überhaupt nichts gegen das Szenario. Ich habe da auch nicht wirklich was gegen die Tricktechnik. Ich finde, das ist absolut, also mich stört das gar nicht, komischerweise. Ich habe immer ein Problem damit, wenn die dann so richtig so einen Kreis bilden und so. Das schaut für mich immer so komisch, so unnatürlich aus. Es sieht ein bisschen komisch aus, ja, aber das halt eben hat dann auch mit dem, ich mag das, wie sie da den den Kristallschädel verwenden. Ja, das ist halt ganz cool. Und diese Verfolgung, sagt euch den Dschungel, am Abgrund, da hatte ich so ein bisschen King Kong Jackson-Weiß, die da auch von diesen Dinosauriern weglaufen und so. Das wirkte auch Ja, das ist auch eher so ein, nicht eine der stärksten Szenen, die Jackson gedreht hat. Nee, das ist definitiv eine, wo sie sich ein bisschen übernommen haben. Das ist da, wo das CGI etwas unangenehm auffällt bei King Kong. Ja, es ist so. Es ist sehr schade. Der Film hat okaye Szenen, aber es ist halt so, also nicht nur, dass du halt viel CGI-Technik hast, sondern das wirklich, der ganze Film, also schon der Anfang, es wirkt einfach alles so wahnsinnig digital. Und das beißt sich total mit den alten Filmen, die einfach diesen, dieses haptische, dieses grobkörnige, dieses ... Geilen Sets auch. Ja, das passt überhaupt nicht. Nee. Nee, überhaupt nicht. Und dadurch wirkt es auch, dieses Setting in den 50ern, Indie wirkt da irgendwie auch fast wie so ein Fremdkörper manchmal. Also das funktioniert für mich irgendwie auch nicht. Das ist so, ja klar, er ist jetzt irgendwie gealtert und gehört jetzt zum alten Eisen. Es wird ja auch ständig, ständig wird betont, was er ja für ein alter Sack ist. Das stimmt, ja. Und besonders, besonders hier von Matt Williams. Also ich, es ist nicht so, dass ich was gegen Shia LaBeouf habe in der ersten Hälfte, aber wie gesagt, in dem Moment, als er dann einfach der Sohn ist, funktioniert das für mich nicht mehr. Es ist so, als hätte Netflix die Rechte gekauft und sagt, wir machen Filmen. Ja, leider. Du hast recht. Ich weiß nicht, ob direkt Netflix der richtige Vergleich ist. Es ist halt nur dann ... Doch, gar nicht mehr so verkehrt. Es wirkt wie so ein Streamingfilm oder wie so ein ... Also nach heutigen Maßstäben oder so ein Fernsehfilm. Ich weiß nicht, ob die Leute damals, keine Ahnung, ob die 2008 noch mehr gebaut waren eventuell von den Special Effects. Ich weiß, dass sie durchaus ein Kritikpunkt waren, eben dass sie CGI waren. Aber der ist deutlich schlechter geeignet, schlechter gealtert als die meisten anderen. Oh ja, der ist nicht gut gealtert, der Film. Der hat sogar ... Ich meine, du musst überlegen, der ist von 2008, ja. Der ist über diese Hürde, sage ich jetzt mal, von Anfang der Nullerjahre-CGI wie in den Star-Wars-Prequels. Das war dasselbe Jahr wie Iron Man. Und wie The Dark Knight. Boah, ey, das kann man echt nicht glauben. Interessantes Jahr. Und nur ein Jahr vor durch Avatar, ne? Ja, daneben ist der vielleicht auch so ein bisschen versandet. Also ich könnte mir sogar vorstellen ... Versandet. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn der jetzt nicht die Indiana Jones-Lizenz hat, ja gut, dann wäre der so oder so völlig untergegangen. Komplett, ja. Nee, eben, genau. Es ist halt ... Das Ding ist halt, wer die wollte eigentlich wirklich war George Lucas. Ich glaube halt, niemand wollte sonst ... Ich meine, Spielberg offensichtlich nicht. Ich glaube halt, ich glaube halt, Harrison Ford war durchaus, ich meine, halbwegs dankbar halt einerseits, hey, cool, noch mehr Geld, aber eben auch andererseits, weil ihm halt wirklich auch was an der Figur liegt, sehr viel mehr als an Han Solo. Weil es halt wirklich halt so, so mit seiner Figur ist so richtig. Keine Nebenrolle. Ja, genau. Und das ist halt auch vollkommen okay. Okay, ansonsten halt wüsste ich nicht, ob irgendjemand wirklich großer eine Fortsetzung wollte sonst irgendwie. Und heutzutage halt, wenn die, weil die halt alles ausgraben, was in irgendeiner Form Nostalgie behaftet ist, da ergibt es sehr viel Ehrsinn, dass sie halt so einen Film wie diesen rausbringen würden. Aber im Jahr 2008 ist das schon irgendwie ein komisches Timing. Ich schätze, vielleicht hatten die Angst, oh, bevor er zu alt wird. Aber schaut's euch heute an. Und dieses Jahr spielt er ihn schon wieder. Und ein paar Jahre zuvor hat er dann auch ein kleines Han Solo-Revival gehabt und hat da aber auch tatsächlich Hey, I give a shit again. Also da hat er auch wirklich wieder eine gute Performance abgeliefert. Also deshalb, ich schätze mal, keine Ahnung, also seltsames Timing bei dem Ding. Aber als das, was es ist, letztendlich, ist es, finde ich, an sich absolut guckbar. Es ist okay. Ich finde, es hat einige sehr spaßige Sequenzen. Es hat einige weniger gute Sequenzen. Aber es hat nicht irgendwie diesen Moment, wo ich denke, oh, jetzt kann ich auch ausmachen, diese Scheiße. Es gibt einige Sachen, die mich nerven. Das wäre mich am meisten nervt, ist halt wirklich die Ray Winstone-Figur. Weil da haben sie sich komplett verhoben. Und es interessiert dich auch gar nicht. Und da haben sie wieder diese ganze Behauptung, oh, was haben wir schon alles gemacht. Ich mag zum Beispiel die Enttölung von Indy sehr gerne. Ich mag seine Einführungsszene mit dem Schatten, mit dem Hut unter dem Schatten. Ja, die, die mag ich auch. Aber ja, das ist halt auch wieder so, also du kannst bei dem Film auch ganz oft sagen, irgendwie Nostalgie-Check, so ein bisschen. Und das wirkt dann auch, also das mit dem Hut, das mag ich sogar, den Reveal am Anfang. Also halt das Ikonenhafte. Und irgendwie ist es ja auch fast ein Rückbezug zum allerersten Teil. Nur, dass du jetzt dann halt eben auf eine andere Weise mit der Silhouette spielst. Aber es sind so Stellen drin, also angenommen, der würde heute rauskommen, wäre das echt so ein, ja fast so ein Meme-Film manchmal schon. Oh ja, oh ja. Weil du hast wirklich so Stellen, die fühlen sich regelrecht, ja, die designt an, jetzt irgendwie Nostalgie zu bespielen. Und es ist auch etwas, was sich so ein bisschen schon so bemerkbar machte in dem, hier in dem dritten Jurassic Park, der ja nicht mehr von Speeberg war, sondern von Joe Johnston. Da waren auch so Stellen drin, die imitierten praktisch das Alte, aber kamen halt nie daran und wirkten halt ja immer wie so, ganz böse jetzt gesagt, wie so Discount-Versionen. Das ist jetzt hier nicht ganz so schlimm. Ja, ein bisschen low budget. Ja. Das ist ein guter Link, weil das zum Beispiel ein Speeberg-Film, den ich sehr viel schlechter finde als End4, Jurassic Park 2. Weil da ist die Lustlosigkeit viel mehr spürbar in meinen Augen. Ja, wo man jetzt merkt, Speeberg hat keinen Bock. Ich glaube sogar, ein Gerücht zufolge hat er den größtenteils über Skype inszeniert oder so. Also ich glaube, für den Großteil des Films war anscheinend gar nicht mal am Set, weil sein Sohn krank war und er gern bei ihm sein wollte. Und das ist mega. Also das ist halt top. Menschlich top. Halt einfach hier, hier wenigstens ist ein bisschen mehr irgendwie Drive drin. Und so sogar halt im Vergleich zu Jurassic Park 2 und 3. Sagt über Jurassic Park 3, was ihr wollt, aber der hat wenigstens Dynamik. Da versucht Joe Johnson wenigstens halt, ich versuche hier mein Bestes in irgendeiner Form, was rauszuholen aus diesen Sequenzen. Nochmal zurück zu Indiana Jones und die Frage, warum der Teil 4 überhaupt entstanden sein könnte oder warum er den machen wollte. Ich meine, es sind ja schon ein paar Jahre vergangen seit Teil 3. Mittlerweile gibt es Die Mumie als Film. Mittlerweile gibt es im gleichen Jahr sogar das Vermächtnis des Geheimen Buches, was ja die Fortsetzung ist eben von das Vermächtnis der Tempelritter mit Nicolas Cage. Das heißt, man hatte wieder so eine Art Revival der Abenteuerfilme und ich glaube, vielleicht hat man sich gedacht, komm, wir bringen das Original nochmal raus. Ja, das ergibt Sinn. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht war Spielbergs Motivation so ein bisschen auch wie bei Lerner Warkowski für den 4. Matrix, wo sie halt gesagt haben, wir machen es mit oder ohne dich, scheißegal. Und da wollte dann Spielberg doch nicht loslassen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Effekt war. Könnte vielleicht mit reingespielt haben, ja. Also so Zwang in so gewissem Sinne. Also ja, aber bei Harrison Ford hat man sich das nie getraut, zu sagen, wir machen es mit oder ohne dich. Und es gab schon eine Fanbase, die den 4. Teil immer gefordert hat. Es gab ja dann nochmal das Computerspiel The Fate of Atlantic. Ja, ja. Man hat ja immer gehofft, dass das verfilmt wird. Und da waren die Fans ja dann auch total enttäuscht, dass es dann diese Alien-Geschichte wurde. Weil dann hat man sich dann hinterher gedacht, ja toll, hätten sie auch das Spiel verfilmen können. War nicht der ursprüngliche Titel irgendwie Indiana Jones and the Salsa Man from Mars oder so? Keine Ahnung. Aber da kann man da vielleicht nochmal drauf kommen, da spürst du halt ganz, ganz, ganz krass den Einfluss von George Lucas bei dem Titel. Also, was ist damit los? Warum heißt der Film nicht einfach Indiana Jones und der Kristallschädel? oder irgendwie sowas? Aber das Königreich des Kristallschädels, das ist einfach scheiße, der Titel. Sorry. Es ist sehr, es ist sehr sperrig. Aber ich schätze mal auch vielleicht eben in Gedenken an diese alten Pulp-Sachen. Das hier wirkt weniger von diesen Serials inspiriert, sondern vielmehr so von bestimmten Büchern, die da in die Richtung gingen. Diese drei Groschen-Romane quasi. Es war ja früher auch immer so, dass man noch eine versteckte Welt gefunden hat, wenn man an Mittelpunkt der Erde oder sowas denkt. Das hat mich aber auch im vierten Teil immer so gestört, dass man auf einmal ein Fleckchen Erde entdeckt hat, den sonst vorher, der riesig ist, den sonst nie einer gekannt hat, bis auf die paar Eingeborenen da, die da wohl immer gelebt haben und unentdeckt blieben. Das fand ich für die 60er Jahre oder 50er Jahre, wo er spielt, fand ich das auch schon unrealistisch, dass das noch niemandem aufgefallen ist. Aber das Ding ist sogar heute noch, erst vor kurzem ist irgendjemand mit einem Flugzeug über einem bisher unentdeckten Stamm in irgendeinem Urwald geflogen. Also das passiert sogar heute noch. Das vielleicht ist das irgendwie alles halbwegs kartografiert, aber noch nicht alles komplett erforscht. Also wenn sowas selbst heute noch irgendwie geschehen kann, dass man über irgendetwas stolpert, was man nicht kennt hat, sogar den ganzen Menschenschlag da irgendwo in der Wildnis. Und die trugen alle Adidas-Tränks-Anzüge. Nee, also anscheinend hatten die noch nie ein Flugzeug gesehen auch. Also es ist durchaus, also ich glaube, so etwas ist schon wieder jetzt vor kurzem erst passiert, aber auf jeden Fall vor ein paar Jahren habe ich einen Bericht gesehen, wo die dann versucht haben, das Flugzeug anzugreifen oder wie auch immer. Also deshalb, also wenn das selbst in unserer heutigen modernen Zeit so passiert ist, ist das hier nicht vollkommen weit hergeholt, dadurch, dass es ja eben auch da ziemlich da tief in der Wildnis irgendwie drin ist, wo vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Flugrouten jetzt drüber führen. Also wie gesagt, bei Indiana Jones brauchte sie einige Suspension of Disbelief. Was mich einfach trotzdem stört ist, also schon im Titel hast du irgendwie dieses Unfokussierte. Weil du weißt jetzt nicht, also klar, du brauchst den blöden Kristallschädel, um irgendwie nach Akator den zurückzubringen und dann bist du da irgendwie, das ist halt auch so, ich meine, Eldorado, ja, also die Stadt aus Gold, das ist ja, das ist ja schon irgendwie mythologisch irgendwo was. Also auch rein popkulturell. Es gab ja auch mal diesen Animationsfilm, der Weg nach Eldorado, der gar nicht einfach verkehrt ist. Aber hier ist es so, also worum geht's jetzt hier genau? Geht's jetzt darum, um den Kristallschädel oder geht's um das Königreich oder um das Königreich des Kristallschädels? Das ist einfach so schwer zu greifen. Beim ersten Teil war es halt wirklich, ich meine, der erste Teil hieß jetzt auch nicht Indiana Jones und die Bundeslade, weil sie da auch noch nicht, da war das ja auch noch nicht so Franchise-mäßig, also da hatte man das auf keinen Fall geplant und das merkt man ja auch. Aber dann jetzt zum Beispiel Tempel des Todes, ja gut, und ja gut, der letzte Kreuzzug ist dann natürlich, der heißt ja auch nicht der Heilige Gral. Ja, aber trotzdem halt eben, ja, etwas, etwas vager so gesehen. Es ist einfach diffus hier irgendwie. Es ist, ja, also ich meine, ich hänge mich jetzt nicht direkt am Titel auf, aber ich kann das schon verstehen. Ja, das ist, das ist, das ist, ja, das ist ein kleines Problemchen. Puh, ansonsten, ja, also. Ja, es ist irgendwie ein Film, der, so auch, auch, ich muss sagen, ich mag das Ende überhaupt nicht. Ja. Also das, dieses Hochzeitskitsch da, das ist. Es wirkt halt so safe und obligatorisch. Ach ja, stimmt, oh Gott, das habe ich verdrängt. Das ist ja auch das Geile an den anderen drei Filmen, die sind dann einfach zu Ende. Ja. Da passiert nichts mehr, der Abspann kommt oder er reitet in den Sonnenuntergang und dann hast du hier auch das Gefühl, oh, jetzt wäre der perfekte Cut, aufzuhören, aber nein, dann kommt noch die Hochzeit. Ach, stimmt. Zu diesem halt irgendwie Hochzeiten, alles ist so schön happy, go lucky und konservativ. Dazu passt auch etwas anderes an den Film, was mich stört, und zwar, dass der so handzahm ist. Ja. Dem Film hätte mir Härte gut getan. Also ich meine ja, wenn, wenn Leute sterben, dann ist es teilweise halt sehr cartoonhaft, sei es nur durch Feuer oder halt. Ich mag halt den Ameisentod, weil er halt ein bisschen bizarr ist. Ja, da ist es auch CGI, aber das ist halt wenigstens schön eklig und ein bisschen gewalttätiger. Ansonsten wird dir kaum jemand irgendwie auf herkömmliche Art und Weise getötet, ist das Ding. Und das ist etwas, was fehlt. Halt Indiana Jones tötet, glaube ich, keine einzige Person in diesem Film. Ja, und vor allem nicht Mac. Warum, warum killt der, oh, wirklich, also Mac hätte der wahrscheinlich schon zehnmal erschossen in den alten Filmen. Warum, Mac ist halt wirklich wie so ein, keine Ahnung, John Rhys-Davis hatte keinen Bock oder keine Zeit und deshalb haben sie sich dann irgendwie diesen scheiß Charakter aus dem Arsch gezogen, der halt, muss ich leider so sagen, das ist einfach komplett furchtbar, diese Figur. Und Indy steht auch wirklich wie der letzte Follow-Star, wenn er wirklich alle fünf Minuten auf den Typ reinfällt. Ja, das ist schon, das ist schon ein bisschen, ein bisschen nervig. Also, das ist, das ist wirklich, ich werde gerade ein bisschen Sprechfaul merke ich, weil mich der Film, Ja, das macht mir jetzt auch die anderen drei Filme irgendwie madig. Oh Gott. Das Ding ist halt, im Rückblick versaut das überhaupt nichts für mich, was da die anderen Filme angeht. Weil ich finde auch, der Film an sich ist halt jetzt nicht, nicht grauenvoll. Es ist halt einfach nur ein weiterer Film in diesem Franchise, der halt nicht ganz so gelungen ist. Wenn es jetzt kein Indiana Jones Film gewesen wäre, sagen wir mal, es wäre so ein Tempelritter Film gewesen, ohne Harrison Ford, man hätte die gleiche Story gehabt, alles gleich, nur nicht im Indiana Jones Universum. Ich glaube, dann hätte mir der Film besser gefallen. Ja, weil Indiana Jones braucht keine Aliens und andere Filme können Aliens mit reinbringen, weil es vorher keine ungeschriebenen Gesetze gibt. Da hätte man halt auch gesagt, oh, das fühlt sich irgendwie an wie Indiana Jones. Genau. Und jetzt stell ich mir vor, jetzt stell ich mir vor, der Uncharted Film hätte jetzt diesen Plot gehabt, genau das ansonsten. Ja, nee, das ist ja wieder, Uncharted braucht das auch nicht. Hätte auch wieder nicht gepasst, weil da, wenn dann eher Zombies. Ja, das stimmt, das stimmt Uncharted nicht unbedingt. Halt ich, da war das, da war das Filmgeheimnis, also das, was die da in dem Film hatten an sich, das war dann schon ganz okay. Theoretisch könnte es auch, also wenn du jetzt so den Plot nimmst und vielleicht ein bisschen anpasst, das könnte auch, also der könnte auch für einen Fluch der Karibik irgendwie fungieren. Das war ja auch, das war nach den ersten drei Fluch der Karibik Filmen und das waren ja auch welche, die so ein bisschen halt so Oldschool-Abenteuer so ein bisschen in die Richtung gingen, aber halt aufgepeppt mit modernen Zeugs. Ja, also ich denke mal, dass es einfach der Erfolg von diesen Sachen war, dass so die so ein bisschen bewegt hat, oh, was haben wir? Oder kam George Lucas, ey, wir haben, wir haben Indiana Jones. Aber dann sind sie halt in die falsche Richtung gegangen damit, als thematisch, also jedenfalls für viele halt. Die haben das ja auch wieder so verkauft, weil es ja diese Kristallschädel oder einen dieser Kristallschädel ja wohl wirklich irgendwie gibt. Und da hat er ja so eine Geschichte drum herum gesponnen und das hat er ja auch so als Aufhänger so ein bisschen verkauft. Das war ja auch früher in den Medien auch immer so präsent. Stimmt, stimmt, den Kristallschädel gibt es wirklich, der in Ackroyd braucht er den Wodka. Ich mag ja das Aussehen von dem, also der hat ja auch, also die gibt es doch, glaube ich, wirklich tatsächlich, das sagt ja Indy auch einmal an der Stelle, dass er irgendwie den im British Museum oder was gesehen hat oder irgendwie sowas. Und das Besondere ist ja wohl, also ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich fundiert ist, aber ein Gedanke in dem Film ist ja schon irgendwie faszinierend, dass dieser Schädel eigentlich gar nicht existieren dürfte. Also der ist ja so vom Schnitt her müsste der ja eigentlich splittern. Ja, oder er ist zu alt dafür, dass die Menschen, die den früher gehabt hätten, haben können, gar nicht hätten bauen können mit den Techniken, die sie hatten. Richtig, genau. Und das hat ja durchaus, also, sei ich jetzt mal, lose, reale Basis, wo man dann irgendwie natürlich diesen Alien-Mythos dran stricken kann, aber das ändert nichts daran, dass es halt einfach so ... Und das ist zu vage, da wissen viele Leute nichts drüber. Das ist nicht so etwas leicht zugängliches wie die Bundeslade oder der Gral oder halt selbst im zweiten Teil, ja, dann ist es irgendwie, da ist es aber trotzdem simpel. Da verstehst du, was die Steine repräsentieren. Und du schnallst, was das soll, auch wenn es irgendwie diese fremde Kultur ist und so. Du verstehst, was die machen und warum die wichtig sind. Aber hier ist es halt so, so konfus, warum der über ... Ich kann mich jedes Mal nicht daran erinnern, wie ist der Schädel da überhaupt hingekommen, wie ist der verloren, in welcher Relation steht das Alien, das sie finden bei den Kisten. Das ist ja anscheinend nicht, gehört nicht zu denen, aber ist eventuell ein verfernter Verwandter. Und deshalb irritiert es mich halt, wo genau ist der Schädel, warum brauchen die die Schädel, damit okay, am Schluss so ein bisschen Hive-Mind und wir fügen uns dann zusammen. Aber trotzdem verstehe ich nicht, wie das praktisch funktioniert, wenn dann einfach diese Skelette zusammenkommen und dann ist es plötzlich ein Wesen. Ich finde, das ist zu ... Ja, man versteht den Schatz eben schon nicht und deswegen versteht man nicht, warum den jeder haben will. Ja. Und bei dem Gral wusstest du sofort, okay, der macht unsterblich, verstehe ich sofort, dass da jeder auf Jagd geht und den haben möchte. Aber hier, da ist so ein Schädel ... Ich verstehe hier die Motivation der Schurkin immerhin, halt sie erhofft sich dann die Gabe des Wissens. Okay, gut, aber das spielt eine zu kleine Rolle letztendlich. Aber das ist auch zu basic, vor allem ... Ja. Du merkst auch, dass der ... Also, da ist ja hier zum Beispiel diese ganze Dschungelsequenz. Da wird der Schädel eigentlich nur ... Also, ich meine, klar, der ist so oder so ein McGuffin, aber der wird da noch mal irgendwie wirklich gedowngradet durch, weil der wirklich ... Der wird einfach nur hin und her geworfen zwischen den verschiedenen Parteien. Das ist wirklich einfach nur noch ein Spielball. Das hat irgendwie überhaupt gar kein dramaturgisches Gewicht mehr irgendwie richtig. Oder es bedeutet einfach nichts mehr. Es ist einfach nur etwas, um jetzt irgendwie ... Also, klar, natürlich insgesamt die Hand um voranzutreiben als McGuffin, aber auch diese ganze Sequenz und das funktioniert nicht. Das nimmt diesem Ganzen auch irgendwie diese ganzen ... Ja, diesen mythischen Unterbau. Der verwässert dadurch für mich irgendwie auch. Und es ist schade, weil ich mag das Design von dem Ding. Also, klar, weiß nicht, ich nehme mal bei irgendwelchen DVD-Editionen kommt man sich denn ja, glaube ich, dann irgendwie auch als Beigabe in die Vitrine stellen, oder was? Ja, gibt es eine Edition, ja. Vor allem dafür, dass er so magnetisch ist, ist er ganz schön oft unterwegs in so Dingen, die eigentlich magnetisch sein müssen. Nee, der ist ja nicht magnetisch gegenüber Metallen. Der zieht ja auch Gold an und Schießpulver. Das ist ... Ja, er zieht ja anscheinend ja ständig was an, aber nur, wenn man es braucht. Es ist immer nur dann, wenn es irgendwie, oh, hier kriegen wir irgendwie ein cooles Visual hin. Ansonsten müsste das so oft in irgendeiner Form da ... Ja, das ist ein bisschen ... Ja, das ist Plot-Convenience. Und auch dann später, wenn das UFO startet und alles zusammenbricht und natürlich kaputt geht und versinkt, hört es zehn Zentimeter oder einen Meter davon auf, wo die sich gerade aufhalten. Das finde ich auch immer so lächerlich. Vor allem, da möchte ich jetzt noch mal drauf kommen, diese ganze ... Ja, hier diesen Mechanismus, den sie da auslösen müssen, um überhaupt in den Tempel reinzukommen. Jetzt mal ehrlich. Also, von der Mechanik ist das ganz nett gemacht, keine Frage. Aber was soll dann dieser ganze Plot da drumherum mit ... hier mit John Hurt? Also, von wegen, dass er da hingegangen ist mit dem Schädel, dass er das alles alleine herausgefunden hat, dass er wusste, wie man in den Tempel reinkommt, das aber irgendwie nicht geklappt hat, dass er dann diese ganzen Steine da wieder hat platzieren müssen oder was. Also, boah, das ... Also, ich meine, man soll bei Indiana Jones, das haben wir jetzt ja wirklich schon oft gesagt, man muss jetzt nicht irgendwie mit der ... hier Logik-Fetischisten-Keule da rangehen. Aber der Film, man muss wirklich schon ... Also, man muss wirklich schlucken ohne Ende bei sowas. Ja, das ist ... Er ist wirklich ernervt in diesem Film. Als einmal der ganze Wahnsinn und so und dann schadet rum, weil ich mag John Hurt oder ich mochte ihn, weil er nicht mehr unter uns, aber unter eben auch Jürgen Thormann im Deutschen dann, also hier wenigstens. Das ist das halt eben. Wir hatten ja aber auch beim ersten Teil, da gibt's ja diese Szene von The Big Bang Theory, wo die ja dann sagen, dass das ja gar nichts gebracht hat, dass Indiana Jones überhaupt Teile anbricht. Ach, ja. Da hat man ja früher nie drüber nachgedacht, sondern es kam ja erst auf, nachdem jetzt The Big Bang Theory das gemacht hat. Und auch bei 2 und 3 geht man aus dem Film raus und ist einfach zufrieden und denkt gar nicht groß drüber nach. Aber nach Teil 4, da denkt man wirklich so, what the fuck hab ich da jetzt gesehen und zerpflückt es. Und das kam mir bei den anderen Teilen nie in den Sinn, dass ich die zerpflücken würde, weil sie sehr unlogisch sind. Ist halt irgendwie halt die, 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 die anderen, wenn man, ich, ich nehme jetzt mal eine kulinarische Metapher zur Hand, äh, wo die anderen, wo die anderen Filme sind, wenn man den Plot allgemein runterbricht, ist es simpler, aber wenigstens hat dann alles die Möglichkeit halt so gleichmäßig schön zu kochen und dann kriegt man ein super tolles, solides Mal. Und ich hab das Gefühl bei, jetzt beim vierten, da haben die irgendwie so mehrere Sachen auf dem Herd und das kriegt nicht gleichmäßig die Hitze ab. Und dann endest du mit, äh, mit irgendwie so einem lauwarmen Brei, wo du hier und da dann, äh, rausschmeckst. Ah ja, okay. Irgendwie so ein Foodtruck-Festival. Genau, also wo du hier und da rausschmeckst. Oh ja, das hier hat die richtige Temperatur abgekriegt. Das hier funktioniert. Das hier schmeckt. Aber dafür ist das da. Es ist vollkommen undercooked und, äh, und es ist nicht, es ist nicht richtig und das hier ist noch viel zu zäh. Also, äh, wenn ich mich mal so in einer Metapher bedienen durfte, ich glaube, das trifft es ganz gut. Für mich ist es eher, ähm, Fischstäbchen zu heiß angebraten. Von außen verbrannt, von innen noch gefroren. Das Schlechteste aus beiden Welten. Das ist, das ist ein schönes Bild. Ja, es ist, ja, Gott, mit diesem Film. Also, ähm, was ich auch noch mal kurz sagen wollte, David, äh, hier mit Big Bang Theory. Ich hab das erst letztens wirklich nachvollziehen können, äh, irgendwie in einem Video, was ich jetzt gesehen habe. Äh, ich muss zugeben, ich wehre mich so ein bisschen gegen, gegen diese Behauptung. Also, Big, also seit Big Bang Theory wird das... Ja, wir hatten ja schon festgestellt, weil das, äh, er hat sie ja immerhin noch versteckt, dann die Lade, ne? Dafür hat man ihn... Ja, und er wurde ja auch von den, äh, er hat das ja für die Amerikaner getan, ne? Äh, das darf man auch nicht vergessen. Und, äh, Marion Ravenwood wäre ja ohne ihn wahrscheinlich... Und er hatte ja auch die richtige Länge des Stabes, meine ich. Genau. Und beziehungsweise, ja, das Rücktreibchen. Stimmt, Marion Ravenwood wäre ohne ihn am Arsch gewesen. Die wäre ohne ihn gestorben und, ähm, äh, ich, ich weiß nicht. Also, da, da wehre ich mich gegen. Aber wir gleiten jetzt zum, zum ersten Film. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt hier bei dem vierten zu einem Ende. Ja, bitte. Boah, es ist, es ist ganz schwierig. Also, der hat diesen pauschalen Hass jetzt für mich auch nicht verdient. Hm. Aber ich muss sagen, es gibt so Momente, da macht er auch irgendwo ein bisschen Spaß. Aber so insgesamt, das, also das, ja, also hier diese Kochmetapher fand ich jetzt gar nicht schlecht von Lasse oder auch mit dem Fischstäbchen. Das, das, das passt alles nicht so wirklich zusammen. Beziehungsweise, das, das, die Summe der Teile funktioniert einfach nicht bei dem Ding. Und das ist schade und lässt ihn für mich leider auch, der ist jetzt kein völliges Machtwerk, aber der fällt schon sehr stark ab neben den, neben den anderen dreien. Oh ja, sicher, im Vergleich zu den anderen dreien, ja. Vor allem, sogar im Vergleich zu einem Indiana-Jones-like-Film, welchen Spielberg ein paar Jahre später gemacht hat, die Abenteuer von Tim und Struppi. Ja. Wo leider nie wieder was kommen wird, ja. Wahrscheinlich nicht. Und das ist, äh, furchtbar schade. Das ist wirklich furchtbar schade, ja. Können wir nur noch mal empfehlen. Haben wir ja auch schon, äh, hier, äh, an anderer Stelle gemacht. David, hast du denn noch so ... Das haben wir ja schon vor vier Stunden gesagt. David, hast du denn noch so ein kleines Plädoyer, was du halt möchtest vielleicht für den Film? Ja, ja, ich, ach, eigentlich hab ich ja am Anfang gesagt, ne, ich find den gar nicht so schlecht, aber jetzt hab ich noch mehr schlecht drüber geredet als gut. Vielleicht fällt dir ja noch was ein. Weil es einfach tatsächlich so ... Ja, das erste Drittel, das bleibt einfach sehr gut in Erinnerung und trägt dann den Film darüber hinaus. Mhm. Das erste Drittel find ich halt so stark, dass ich den Rest gut vergessen kann. Und ich hab halt jetzt beim Rewatch tatsächlich einfach versucht auszublenden, dass das sein Sohn ist. Und wenn ich mich mit Mary dann arrangiert habe, dann ging das noch. Dann ist er ja auch schon unterhaltsam, weil er hat ja witzige Ideen drin. Und die Aliens haben mich nie so gestört, da ich ja auch schon so ein bisschen Science-Fiction-Sympathisant bin und fand das toll, dass sich Indiana Jones auch in diese Richtung ausstreckt. Warum auch nicht? Also wenn er ein Übernatürliches ja anscheinend ... Hat er ja erlebt. Warum darf das dann nicht auch in diese Richtung gehen, das Übernatürliche? Klar fand ich aber ... Ich fand es halt nicht gefährlich genug. Ich fand ... Also man hat so den Kral, man hat die Bundeslade und da gibt es immer irgendeine Seite, die alle vernichten will irgendwie oder das als Waffe missbrauchen will. Und dann diese Motivation, alles Wissen der Welt, ja, fand ich irgendwie spannend, aber ... Zu vage. Aber das war nicht so gefährlich. Ich spürte als Zuschauer nicht so die Gefahr. Ja, ist zu halb gar. Aber ansonsten, ja, ich liebe Indiana Jones nach wie vor. Ich mag alle vier Teile an sich, hab aber jetzt ein bisschen Angst über was uns im Fünften erwartet, obwohl ich sehr hyped bin. Aber wenn die Filme so im Fernsehen laufen, ich besitze sie nicht auf Blu-Ray oder auf DVD nicht mehr, wenn die so laufen, wenn der vierte Teil läuft, dann zappe ich gerne auch mal drüber hinweg. Aber wenn die anderen drei Teile laufen oder irgendeiner davon, dann bleib ich auch gern mal hängen. Ja. Ja, da merkt man schon, dass irgendwie ... Weil so wirklich ikonische, große Szenen hat der vierte nicht. Er kann sich halt nur selber kopieren und das hat er dann halt leider dann auch nicht so gut gemacht. Wenn überhaupt, dann sind es halt ikonische Szenen geworden und über die Leute sich aufregen. Mhm. Naja. Das ist genau die Sache, wie mit den Star-Wars-Prequels wo man halt irgendwie dann Leute sagen ... Obwohl über die Star-Wars-Prequels haben Leute inzwischen mehr positive Sachen zu sagen als über den hier. Was vielleicht irgendwie so einen Unterschied macht, weil irgendwie, dass dieser Film sich ein bisschen irgendwie zu safe anfühlt. Ja. Und dadurch dann eben halt auch irgendwie weniger erinnerungswürdig und es sich nicht mal wirklich groß lohnt, sich über irgendwas aufzuregen, außer halt bei diesen besonderen Erbsenzählern, die es dann halt gab. Was mir dann so negativ aufgefallen ist, damals ... Ja. Ja, vielleicht, wenn der vierte Teil der zweite Teil gewesen wäre und der zweite Teil der vierte Teil, da würde mich mal interessieren, wie da die Reaktion gewesen wäre. Bin's ja direkt schon im zweiten Teil mit ihr jemals. Ja, das war einfach eine andere Zeit. Das Franchise ist da schon tot. Na, ich weiß nicht. Das wäre damals anders gewesen. Till, hast du denn noch was, weil du redest nicht so gerne über den Film? Ja, also ihr habt ja immer noch mal so ... Ich hab ja gesagt, das erste Drittel oder die erste Hälfte hat mir so ganz gut gefallen. Auch die Motorradstunts, das war cool. Das wäre wieder so ein Indiana-Jones-Quatsch, dass er da unter den Tischen durchslidet und so. Das fand ich cool. Den Humor im Café und das Zusammenspielen tatsächlich mit Ford und Shia LaBeouf fand ich auch teilweise ganz gut. Ja, und wie gesagt, dann kommt halt der Alien-Quatsch und die noch schlechteren Effekte und eine furchtbare Cat Blanchett. Und das habe ich ja eben die ganze Zeit schon gesagt. Ja, deswegen ... Ich brauche den nicht. Und es ... Also ich fange ja jetzt gerade an, weil meine Tochter jetzt neun wird, im nächsten Monat immer mehr Sachen zu gucken, auf die ich mich auch freue. Und in Indiana Jones werde ich noch ein bisschen warten. Aber der vierte, den werde ich ihr halt nicht zeigen. Den werde ich ihr irgendwann mal ... Ich hab da keinen Bock. Wir gucken gerade zusammen das MCU. Und das macht mir total Spaß. Das macht mir total Spaß. Na klar hast du da einen Film zwischen, wo ich sage, oh Gott, es ist schon wieder irgendwie ätzend. Aber Indiana Jones 1 bis 3 würde mir total Spaß machen, mit ihr dann zu gucken irgendwann. Aber bei Teil 4 nicht. Das ist ... Ne, hab ich keinen Bock drauf. So, und das ... Du musst sie dann halt allein. Ja, richtig. Oder du musst einschlafen auf dem Sofa, so mach ich das. Wenn sie mal wieder frech wird und ihr Zimmer nicht aufräumt, dann muss sie den gucken. So vielleicht. Ich brauche die Kinder. Ja, aber ich bin gerade, wir können jetzt von mir aus, können wir hier gerne Schluss machen. Ja, machen wir jetzt auch. Mein Fazit fehlt da noch. Ja, ja, ja. Also von mir aus. Also ich bin fertig, das meine ich damit. Ja, also halt, ich kann es so sagen, würde mich jemand halt vor die Wahl stellen für bestimmte Spielberg-Filme. Also halt nicht die, die sehr viel besser sind als dieser hier, sondern halt dann so bestimmte andere Sachen. Da würde ich mich für diesen Film hier entscheiden über einige andere. Durchaus. Wo ich dann halt sagen würde, zum Beispiel, wenn mich jemand vor die Wahl stellt, okay, wir können heute zwei Sachen gucken. Entweder Lost World oder ich würde sowas von Lost World nehmen. doch. Ja, äh, Lost World ist super, ey. Nee, aber ich würde sofort sagen, Indiana Jones 4. Naja, ich würde auch Lost World nehmen. Auch im Vergleich zu einer anderen halt, wenn mich jemand vor die Wahl stellen würde, War for Worlds, dann würde ich auch sofort sagen, Indiana Jones 4. Ja, verschiedene Sachen. Spielberg hat viele tolle Filme gemacht. Dieser hier zählt für mich zum Mittelmaß, wo ich denke, ja, hier sind gute Ideen drin, hier sind doch einige nicht so gute Ideen drin, aber letztendlich ist es für mich einfach nur ein weiterer Indiana Jones-Film, der halt einfach nicht so erinnerungswürdig oder cool ist wie die anderen. Aber trotzdem halt doch ein paar Sachen hat die mir gefallen und sehr viel mehr kann ich dazu nicht sagen. John Williams liefert wieder ab. Die praktischen Stunts, die da sind, finde ich sehr gut. Ich mag Shia LaBeouf sehr gerne. Es ist wirklich auch eine der Performances, wo ich finde halt, da macht er wirklich eine gute Arbeit. Abgesehen von den paar Momenten, wo er dann ein bisschen zickiger wird, aber okay. Ansonsten finde ich halt, der Nebencast ist nicht ganz so charismatisch, wie man es sich wünschen würde von einem Film wie diesen. Aber es gibt ein paar nette Action-Momente hier und da. Es fehlt ein bisschen die Härte. So oder so. Ich finde, er ist absolut okay und guckbar und keiner, weswegen man jetzt riesig rumjammern muss. Ich kann aber verstehen, dass Leute den sehr viel weniger mögen als ich. Ist ja auch voll okay. Ja, naja. Ich werde mit dir nie mehr einen Cast machen, aber ansonsten ist es völlig in Ordnung. Nein, 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 alles gut. Ich bin mal gespannt, wenn wir alle zusammenkommen und über Teil 5 reden. Ich bin auch immer so, ist auch so gemein echt, Till gegenüber. Weil ich lässt er hier andauernd halt über alles an Star Wars ab, was er so sehr liebt. Nein, ach, alles gut. In den Chats. Und dann verteidige ich so ein bisschen in die anderen Lumpen. Dann verteidigst du auch noch Teil 4, ja. Das ist die Kirsche. Es ist echt gemein. Ich bin so böse und es ist nicht mal meine Absicht. Aber jetzt Indiana Jones 5, da hätte ich noch jetzt, also sind wir jetzt in der Gegenwart angekommen. Der kommt ja Ende Juni in den Kinos. Ich werde ihn tatsächlich auch in der Pressevorführung sehen. Ich bin bereits angemeldet. Schaut ihr den denn regulär im Kino oder wie ist das? Also, ich glaube ja. Ja, ich überlege noch. Es ist dieses Jahr so unfassbar viel. Also ich lasse tatsächlich jetzt auch schon Elemental aus, obwohl ich den sehr gerne im Kino sehen würde. Allein mit meiner, ich rede so viel von meinem Kind, aber es ist halt so wunderschön. Alleine mit ihr gehe ich, glaube ich, in den nächsten ein, sechs, sechs Wochen oder so, acht Wochen viermal ins Kino oder so. Nun, irgendwann wird es halt auch teuer. Ja, sicher. So, das ist halt das. Prioritäten. Ja, man muss halt Prioritäten setzen. Es kommt noch so viel und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Deswegen eventuell nicht, nein. Okay, das ist fair. Ja, ich schaue ihn mir an, glaube ich, tatsächlich, weil einmal, weil ich auch keine Erwartungen habe, ob nun gut oder schlecht. Ich gehe da super neutral dran, wo ich halt denke, ich hoffe einfach, er unterhält mich in irgendeiner Form. Ich hoffe einfach, er ist kurzweilig, er ist ein bisschen lustig. Falls es John Rhames' letzter Score wird, dann hoffe ich mir da noch einen schönen Banger von. Ich mag den, ich mag den Cast sehr gerne, den sie da zusammengetrommelt haben für halt Phoebe Waller-Bridge. Ich bin halt nicht ein Riesenfan von Flebeck, aber ich mag sie. Also, ja, also ich bin sehr einfach, ich habe so eine vorsichtige, also eigentlich, ich habe allgemein einfach nur eine Neugier, oh, was wird das wohl? Halt aber nicht die riesige Vorfreude jetzt, sondern halt einfach nur, mal schauen, das ist ganz ähnlich wie bei Star Wars Episode 7. Und den mochte ich dann tierisch gerne, einfach, weil ich einfach null Erwartungen hatte, ob nun positiv oder negativ. Und das hat sehr geholfen dabei einfach, dass ich einfach überhaupt keine Erwartungshaltung hatte in irgendeine Richtung. Und so ist es halt auch hier. Also dann einfach mal schauen. Ja, aber ich denke mal ins Kino, dann werde ich dann irgendwie reingehen. Ja, warum nicht? Ich werde den auch gucken, aber ich habe so Angst, weil der ja auch schon wieder so als Staffelübergabe angepriesen wird. Und das mag ich gar nicht. Und dann habe ich immer Angst, dann wird dann die Neue oder der Neue, oder es soll ja eine Die Neue werden, so ein bisschen gepusht wird wieder. Und so auf zwanghaft, du musst die jetzt lieben, das ist jetzt bald dein neuer Indianer-Jones. Ja, derselbe Effekt eigentlich wie damals mit Shia LaBeouf, ne? Genau. Wo sie dann ja aber drum herum geschifft sind am Schluss. Ja, sie spielen drauf an und dann, ja, ja, okay. In dem Moment fand ich es aber auch noch ganz okay, auch wenn Shia LaBeouf da total in die Kamera guckt. Ja, also ich habe, ich werde ihn ja in der Pressevorführung sehen, deshalb brauche ich jetzt gar nichts großartig sagen. Also ich werde ihn besprechen mit Stu und der lieben Kollegin Schlogger. Ja, meine Erwartungen. Also ich hoffe, dass es halbwegs würdiger Abschluss wird und dass er besser als Teil 4 wird. Das scheint er ja auch zu sein, aber auch nicht sehr viel besser. Also er hatte ja irgendwie, hatten wir ja schon am Anfang hier gesagt, zwar Standing Ovations in Cannes jetzt, aber nicht, wer weiß, wie ausschweifende. Ja, aber. Das ist meistens ein Indikator. Das ist auch kein Film für Cannes. So ein Film in Cannes, so ein Film kann in Cannes nur scheitern. Ja. Sehr seltsam, dass sie das dafür ausgewählt haben. Total seltsam. Vor allem so früh vor dem regulären Start, da haben sie ja etwas riskiert. Ist halt Marketing. Ich hoffe auf einen soliden Abschluss. Nicht mehr und nicht weniger. Ich hoffe jetzt auch nicht auf einen Film, der jetzt an die ersten drei vielleicht nochmal rankommt. Aber wer weiß, ich meine, James Mangold ist ein fähiger Regisseur. So ist es ja nicht. Allerdings, gut, der hat auch schon mal daneben gegriffen. Naja, wir werden es sehen, wir werden es hören. Vielleicht mal schauen, wenn wir ihn dann alle gesehen haben, machen wir vielleicht in der Konstellation nochmal was nur bei Teil 5. Ja. Das fände ich nochmal ganz interessant. Dann gehe ich doch ins Kino, dann können wir es zeitnah machen. Dann gehst du doch. Ja, Gruppenzwang. Ansonsten, ja, sind wir jetzt hier wirklich am Ende. Ich glaube, das ist der längste Podcast, den wir hier veröffentlichen werden. Vielleicht wird er doch zweigeteilt. Mal gucken. War auf jeden Fall wahnsinnig cool. Erneut. In der Konstellatione würde ich es gerne nochmal zu Teil 5 dann immer machen. Vielleicht, wenn er ins Heimkino kommt, mal sehen. War auf jeden Fall verdammt cool. Ja, und ich würde sagen, damit klinken wir uns endgültig aus. Man darf uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob jetzt bei YouTube oder auch auf unserer Website teleminostammtisch.de, die könnt ihr gerne auschecken. Da dürft ihr uns auch gerne eure Gedanken mitteilen, ob ihr euch nun auf den 5. freut oder nicht, wie ihr auch zu den anderen steht, wie ihr vor allem auch zu Teil 4 steht, den wir ja hier doch relativ ausführlich auseinandergenommen haben. Lasst uns das alles gerne wissen und ansonsten würde ich sagen, sind wir raus. Macht es gut. Freut euch auf Teil 5 oder eher nicht. Hab ein wenig Angst davor. Irgendwas dazwischen auf jeden Fall. Wir werden ihn alle mehr oder weniger sehen. Macht es gut. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao. Gilt das 49-Euro-Ticket eigentlich auch für den Kreuzzug? Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.